hallo leute und ein recht herzlich willkommen zu einem neuen wieder von der live stream heute wieder weg am start mit jetzt kommt schon der versprecher weil ich mit mark rumpe nicht mehr so lange da war mit mark rumpe ich kann nicht mal meinen namen aussprechen wurde mit mark rumpe jetzt haben wir es ja und jetzt haben wir als 1 zu 7 boss unterwegs und ja der titel das böse schläft nie wir werden heute ein bisschen was angehen wir werden heute mal wieder auf den putz hauen bisschen etwas stuch starten würde ich fast schon mal sagen und ich hoffe ihr bock drauf wenn ich verpassen wird lasst mich wissen mit einer positiven bewertung und natürlich einem abo würde mich sehr freuen wenn ihr das da lassen könntet und schaut auch gerne im shop vorbei leute adventskalender gibt es zum vorbestellen mit autogrammkarte mit gratis poster dazu also würde ich reingewuppelt hat den shop wuppelt jetzt vorbei werden mich vorbestellbar jetzt dieses jahr letztes jahr waren die daraus verkauft deshalb haben wir dieses jahr eine vorbestellung gestartet so ist es so und jetzt starten wir mal durch und ich hoffe ich geht es gut und endlich ist wieder mal kumpel da ne muss und danke auch an die leute schon wieder vor dem stream dann hat er vor einer stunde donated mit moin meine erste spende und was für eine grafikkarte würdest du für rno empfehlen reicht eine 360 gesagt so das beste vom besten natürlich naja kommt darauf an was man was man für ein budget hat ne ich bin immer so einer ich probiere immer so die besten sachen die gerade rausgekommen sind und dann upgrade ich nach drei jahren wieder mal pc neu so dass man weiß dass wobei meine cpu noch von 2 18 ist die muss ich auch mal ich muss mal bei mir das ganze setup neu machen was kalt fach danke für die euro auch floren aber auch dabei ich jetzt nicht mal sitzen auf meibach ja stimmt das foto ist echt mies geil geworden leon schmidt bist du ja besser youtuber auf einen geilen stream dankeschön das ist aber auch der meibach heute am start weil ich heute mal irgendwas angehen möchte und nicht immer rumgucken möchte so ich geh mal sonst mal einen funk rein mach mal den mal an oh ne ich hab noch meine sachen dabei vom vom admin streamer das ist ja hervorragend das trifft sehr gut so 1 zu 7 nach langer zeit mal wieder rein da ist da warte mal ganz kurz wenn ich unser ding jetzt aufgemacht ne hier passt ich jetzt eh richtig verbunden ne ja check 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 hallo einfach mal 5 5 uhr hätten wir da ich brauche erstmal ein rubbel los und ich muss meine sachen loswerden ich mach mal schnell hier ich mach mal ins 1 crd rein die verschollenen sind wieder zurück so sieht es aus 1 crd ist irgendwas neu ne ne so zack und zack freddy ist auch da schön so ich mach mal ganz schnell richtung wo fahr ich jetzt am besten hin wo kriege ich meine rumbeldose her und wo kriege ich einen mülleimer her eh gleich da vorne ne vorne links ein bisschen da fahren wir gleich hin so leon ist noch VIP geworden dankeschön auch an tobias ist VIP geworden was aliv bedjeb danke für 240 auf ein geiles stream dankeschön konnte den namen gerade noch aussprechen zocker mattes äh deutlich kurz ist 15 geworden alles gute an zocker mattes alter bruder hallo der romano halt für unseren schönen rlo so war du hast doch erst du hast ja erst was fettes da gelassen für rlo oder bin ich komplett bescheuert der haut hier 250 euro mit fies raus vielen herzlichen reiz haben da geht mal liebe raus an der romano halt einer bist du deppert 250 euro plus verweisungsgebühren für den real life online server da geht wirklich 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 die liebe mal raus an dich mein lieber komm lass doch mal allen herz regn da hier da geht mal die die liebe raus komplett random aber hast doch letztes mal auch schon so viele ausgestattet ausgestattet für rlo aber hier geht mal wirklich herz regn also zur info dass das geld fließt halt an sich wirklich richtung rlo weil wir haben jetzt ja auf unserer seite auch das habe jetzt haben wir jetzt so gemacht wir hatten ja immer so ein goal bei rlo die seite war immer so was hatten wir als als ziel 300 euro im monat das sind das sind nur mal das sind nur mal die betriebskosten von rlo mit allem drum und dran was wir da drin hatten jetzt haben wir 300 euro wenn wir das mit einberechnen mit den lizenzen bzw dieser 5m lizenz da dass du auch die once in infinity version so nutzen kannst und wir haben das jetzt raus gemacht ich bin so blöd ich bin so falsch gefahren ich suche ganz netten bankomaten auch weil ich muss geld einzahlen aber hier gibt's keinen wir haben das raus gemacht aus dem forum und habe ich gesagt wenn wirklich jemand irgendwie was für rlo gehen möchte ich möchte nicht im forum das drinstehen haben dass das ein goal ist weil das fühlen sich ab und zu über leute gezwungen das voll zu machen dachte ich mir so komm wir machen das so wenn wir was spenden wie für rlo einfach übern stream und dann passt das da geht wirklich liebe raus weil es haben auch teilweise echt auch viele leute übern stream donated und dann würd's das ja verfälschte man auf der website seht steht das goal ist noch nicht erreicht und so ist er auch schwachsinn gewesen deshalb so ein bisschen ist das besser glaube ich alter aber wirklich der romano hat auf vielen vielen herzlichen reiz dann wirklich der liebe raus ich bin im minus einfach 250 tacken so wie die turma 25.000 einzahlen oder das ist weil ich die ganzen auto rechnung und so nicht bezahlt habe mal rechnung habe ich gar keine offen das passt und dann muss ich schauen dass ich die grubellose wir holen und dann den staff loswerden hier irgendwo gibt es gleich einen mülleimer ne ihr müsst dann ah ne doch da hinten ist er da muss ich hin das ist der mülleimer ich gesucht habe ich wusste hier gibt es irgendwo einen er sucht ihr auch eine mülltonne eine legen das ist das andere für späne hallo 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 so seid ihr mit euch 18 so muss ich das alles entzogen alter du hast eine mülltonne verfehlt was habe ich noch das ganze zeug gehört nicht mehr das gehört nicht mehr die rpg sommer die behalten die behalte ich mir erst mal ich habe da eine ganz lustige idee gerade und die beretta ich glaube die hatte ich ich weiß es nicht ich glaube die hatte ich sogar bin mir unsicher ah die 188 hat die turma weg wobei ich hatte eine flasche hatte ich noch eine hatte ich übrig das weiß ich noch so und dann ähm die gym karte behalte ich mir ich dumm die barretta ich weiß nicht ob ich die barretta hatte einfach weg tun die 18 hunde futter passen ja passt bin ready für heute aber jetzt doch irgendwas was nicht mehr gehört ob das war alles ne das war doch das war alles schön hallo die dame geht es ihnen nicht gut ich kann überhaupt nicht nachvollziehen was die dame hat also einfach zusammengebrochen vielleicht hitzeschlag oder so ich weiß ja nicht die spike strips ah die spike strips sind nicht meine stimmt da hast du recht die gehören nicht mir da bin ich ja fast gerade mit den spike strips davon gekommen das ist halt immer was wenn man seinen admin account nutzt entsorgen so jetzt habe ich aber alles die spikes waren noch ja dank an den chat schon fast übersehen schon fast mitnehmen lassen ich vielen dank ja auch an der ok bis dann ciao für fünf mitgliedschaften da geht auch mal wirklich ein herz und liebe raus haute ja fünf mitgliedschaften raus so mitgliedschaften die rentieren sich auch weil da haben die leute was von das ist immer ganz geil wenn leute mitgliedschaft raushauen so mann ich benutze mal den falschen tastendruck jedes mal drücke ich auf die falsche taste also nur so viel sache zu vorlesen seid wirklich unglaublich leute was hier immer reinkommen das ist nicht mehr normal ja auch leon schmidt mit dem euro bist der beste youtuber auf geilen stream jawohl danke schön aber das ist ja auch vorgelesen gehabt ne und was kalt vorgelesen was kalt fach dank auf dem euren pascal da gibt es noch was zu machen 19 uhr aber danach haben wir free time park aber was machen ja wo bist denn du vorm haus ja gerade angekommen gerade angekommen ist es okay wenn ich hier park ist das schön hier das ist ich habe auch was gepostet mülltonne ja was aber nur aus aus weisemagen wie geht es dir um lorenzo ja ganz gut 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 mülltonnen kippen nicht um wenn man gegenläuft ach sag mal aber wenn man gegenfährt schon ich schwöre bei mir schon ja aber die stellen sich wieder auf also ich habe es jetzt hinbekommen die liegt die eine ja die stellt sich aber wieder hin ja du musst den müll drin kaputt machen dann geht es ja du musst den müll drin kaputt machen dann geht es perfekt ich will den müll so lecker machen ah ok schön dass wir einen mülltonnen stehen ach ok jetzt hast du gesehen hast du gesehen ich finde es einfach lustig dass ich da keine mülltonne sehe aber das ja das ist keine mülltonne mehr wir haben die weggebracht ja das ähm gut ich sehe hier mülltonnen vielleicht bilde ich mir das nur ein wir liegen jetzt nach zwei mülltonnen und hier vorne liegt eine ja war schön wenn wir den müll mal draußen stehen haben ich sehe genau hier einen hier da ne hier ist keine doch ok sagen wir einfach die mülltonnen sind in einem anderen universum bei uns es ist ok die machen die machen sich selbstständig die machen sich selbstständig genau jeder ist gerade in einem komplett anderen paralleluniversum unterwegs mit wie die mülltonnen und deshalb sehen wir die alle anders ich glaube ich war von aliens genau so und nicht anders ja die einzig logische erklärung tatsächlich war ein UFO mal am Hauptplatz äh Lorenzo du kannst ihn jetzt nochmal bitte äh nicht nur einmal ja erzähl nochmal genau also ich bin am sechzehnten sechsten habe ich la verlassen aufgrund dessen dass meine zum jetzigen zeitpunkt meine ehemalige freundin schwanger war so sie meinte zu mir sei von mir ich rüber geflogen alles abgeklärt noch dreieinhalb monaten hat sich denn herausgestellt ist es nicht von mir sie ist mir während der zeit wo ich hier war fremdgegangen hin und her ja dann wurde getrennt haben wir uns getrennt so und jetzt bin ich wieder hier und ähm ja würde sag ich mal gerne wieder anfangen das ist ne sehr heftige story ne ja das ist ne sehr heftige story muss man erstmal verarbeiten richtig das war mir ja und jetzt wirst du wieder ich mein er es ist es das war jetzt wie lange war er jetzt weg ich mein ich bin schon so lange nicht mehr da gewesen ich weiß es gar nicht ich glaube ich war ich dachte schon fast ein halbes jahr kommen wir das vor also ich glaube oder ich glaube ich so viel lange Lorenzo nicht da war so lange war ich selber nicht da ja gefühlt schon doch doch in der zeit warst du schon zweimal da aber Marc du warst das letzte mal vor knapp drei monaten du warst das letzte mal stärker als ich laber mich also das letzte mal wart ihr da du wolltest eigentlich nur kurz in den urlaub hast du gesagt ja und dann war ich vor drei monate ja kurz also kurzfassung von mir ja du warst vorher mitarbeiter ich wollte dich einfach wieder als mitarbeiter einstellen weil du bist ja du bist ja aufgrund familiärer sachen gegangen ja genau er ist auch nicht wegen geld gegangen kann man sagen ja dann komm mit dann geh ich frag mich ob die story grad real ist ne ob das jetzt jawohl ob ihm das wirklich OOC passiert ist weil er ich weiß er weiß er hat halt ich glaube er hat in real life keine Zeit gehabt oder so ich hätte ja auch Brian machen aber irgendwie ja Marc du hast ja bestimmt heute an die Besprechung gedacht ne ja an die hab ich gedacht deshalb bin ich ja hier perfekt 19 Uhr haben wir gesagt oder oha perfekt 20 Uhr oder ich fahr mal das Auto rein wir haben 19 Uhr wir haben 19 alle zusammen 20 achso hoffentlich geht die Besprechung nicht wieder 5 Stunden das treu ich nicht nicht so wie es jetzt zu wollen kann man gehen rein ok 12 Stunden später vielleicht mach ich euch heute ne Ankündigung wer weiß das schon vielleicht kündigen wir euch heute was großes an bei 1 zu 7 Marc mach uns keine Angst ja vielleicht vielleicht so ok morning Gag wir machen Ankündigung der Elektriker kommt heute das ist schön vor allem das mit dem W unten am Kennzeichen abmachen kann ja genau und ich hab ich hab damals das Kennzeichen W gesichert für Winner oder so ich hab mir gedacht W so also der Wagen ist ganz geil auch in weiß ich hab den auch in der Garage gestehen äh mein Deutsch steht einfach R1 drauf ich find's doch immer lustig dass man vom von dem der einen mal behandelt hat jetzt hier ist so das ist schon funny und rein zufällig ist es auch mein Mann so was ist genau stimmt was ist passiert wo ich jetzt nicht da war die du sagst 3 Monate ähm wir haben geheiratet ich mein ich weiß von seiner Einstellung das weiß ich noch hä das waren keine 3 Monate in der Zeit in der Zeit höchstens ich denk mir jetzt auch dass das ich kann doch niemals 3 Monate weg sein oder weil ich hab in meiner Zeit wo ich hier eingestellt wurde am ersten am ersten siebten um 20 Uhr oder später wurde ich eingestellt und in der Zeit bis heute habe ich Marc zweimal gesehen jetzt das dritte Mal mhm vor wegen 3 Monate dann sind es fast 3 Monate ja das ja ein Monat sind fast 3 Monate genau du hast ja eingestellt du warst doch da wo du dich eingestellt hast und wir sind ja schon 2 Monate da über 2 Monate war Marc nicht da erst danach also mhm also einmal hab ich mit dem Jb ja das kann sein das kann sein einmal war er da da war das mit dem Jbm bei der Nazio und einmal war er mit ja 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 mit dem Mini mit dem Mini ja da haben wir mit Putzi ein bisschen auf den Putz gehauen ja weißt schon aber heute ist das dritte Mal du hast ja gefragt was du verpasst hast ja ja Wolfi beide Wolfis sind nicht mehr in der Familie mhm mhm äh Breitbau ist gegangen mhm mhm ja ja gab viel 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 du hast mal gleich erzählt David zurück vom Kopf ok ich mein wenn wir jetzt eh sie bei der Besprechung gehen weißt das dann vielleicht mal gegen was noch ist deswegen wirst du alles gleich erfahren ok wir sind oben bei den Autos oder ich geh schon mal kurz rein halt schon mal ein bisschen was mitbekommen hat jetzt los ist so äh Hiro GmbHd danke für den Euro Nikita Wenz hey Xion kannst du äh vielleicht öfters Robert spielen sehr gerne äh Gunther danke für Euro und äh Nico Gamer bei welchem Arzt wartet man am längsten beim Hals Nasen Ohren Arzt für Giraffen ahhhh das ist ganz schlimm äh Dankeschön an Gunther fürs WIP äh das ist echt nicht schlecht aber du musst mir merken das ist einfach so dumm äh Lenny1 zu 7 äh wollte noch mal spenden kennst du mich noch den Lenny1 zu 7 kennen wir natürlich noch jawoll äh Mr warte was weißt nicht du das mit mit ich hab ich hab dieses alte Video da gesehen mit diesen Wuppel ich hab so ein Lachflash bekommen falls es dein Video war äh wo so eine Nahaufnahme von Wuppel war von meinem Plüschi da hab ich einfach voll ein Lachflash bekommen als ich das gesehen hab das ist immer auf TikTok glaub ich vorgeschlagen worden da hab ich sogar ein Like da gelassen wo sind denn die jetzt hin die Brees wo sind sie denn da brauch ich einen Kaufvertrag er macht grad einen Vertrag für das Auto achso er packt sicher grad das Auto aus für ihn er parkt das sicher grad aus ja gut dann warten wir mal wird schon kommen dann machen wir vielleicht heute eine Ankündigung ich weiß nicht soll ich heute eine Ankündigung machen auf auf bei 1 zu 7 soll ich das heute machen ich weiß es nämlich nicht ich weiß nicht ob ich das heute sagen soll ja wir schauen mal wir schauen mal ob ich das heute sagen soll oder nicht vielleicht droppe ich heute was richtig heftiges oder auch nicht werden einfach alle entlassen es werden einfach alle Leute bei 1 zu 7 heute entlassen nicht passt danke an Robin Steng auch danke schön wieder am Start und Gunther ist noch wirkt worden haben wir vorgesen MDDFY ist noch geresubbt Ryan RKS ist geresubbt BZW neu gesubbt Badboy NRW ist noch gesubbt Leon Schmidt mit 1,07 Euro vielen Dank auch dafür und Rion RKS danke für 2,08 Euro Alif Bajab danke nochmal für 5,99 Euro mit Tor für die geht's gut auf jeden Fall danke auch an der Hirsch Jonathan und Chase Miller RLO ich kann leider noch nicht ich weiß PC sind immer abgefackelt das ist problematisch also hier ist schon letztes Mal reingeschrieben glaube ich Timo COD Clips Lukas Axel noch wird raus alter Manuel Rost auch mit dem 10er von mir immer wieder das altbewährte Herz an dich Dankeschön Herz und geht zurück an dich lieber Mangel Pascal Fach danke auch für einen Euro Euro geben halt hier nochmal meine erste Spende und nicht überschlagen die heute hoffentlich nicht die Leute schreiben ja soll ich machen gut dann werden wir heute ein heftiges Thema anschneiden bei 1 zu 7 fertig ja lass überraschend lass überraschend was wir heute machen also wenn wir heute mal zusammen sind weil ich war ja schon leicht beim 1 zu 7 werde ich heute eine fette Ankündigung droppen werden wir das gleich machen weil es Gespräch geht gleich los und nach dem Gespräch hauen wir auf den Putz dann schau mal was du jetzt im Gespräch bei rausgewuchtballer hast du gesagt ja dann komm mal kurz es wäre vielleicht sinnvoller wenn man das für allgemein für ein Dokument mit beiden Firmfahrzeugen hat also nur die Firmfahrzeuge das wäre viel einfacher als 2 Dokumente zu machen schon hast du nur ein Dokument ja schon hast du nur ein Dokument soll ich das einfach direkt mal umschreiben oder Moe Wasser steht bei einer Turpine ja nicht zu laut runter ne ok genau jawoll Alessa Strübig auch wieder dabei Dankeschön E-Mink Dankeschön auch für 2 Euro also E-Mink soll ich ihn ja nennen E-Mink sag ich aber Mario E-Dank für 2 Euro Rion RKS nochmal mit 1 Euro vielen Dank vielen vielen Dank David Zerr Internet Antl und Jakob Wiebel sind da mitgeworden Dankeschön Leon ist auch mitgeworden Tobias ist mitgeworden ey was ist denn heute los das war heute erst am Anfang vom Stream Das ist das Sound für Spende und schon hast du alle Firmenfahrzeuge drinnen falls welche dazukommen sollten und ich kümmer aus Ihr habt schon geschrieben ja wenn der Pizzer facken nie so schön aber meistens ist es eh nur das Netzteil soll ich ne Kopie jemanden geben ja nein ja dann gib mir besser die meistens zumindest warst du mal in der Schweiz Eben ich war noch nie in der Schweiz aber irgendwann sicher irgendwann gehts mal in die Schweiz und äh Klo Hi wann ist die Beziehungsphase wieder geöffnet wenn 3.0 da ist äh solange sie nicht da ist die neue Version machen wir gar nicht erst auf ja wunderbar perfekt passt Nikita Wenz hat noch wir brauchst vielen Dank Carsten Wunder auch wieder am Start wie gehts zu wieviel Prozent ist der RU fertig wir sind am Endstadion also jetzt wirklich jetzt ist bald äh Feierabend also habt ihr das jetzt doch so gemacht bald dass G-Klasse wieder für ein Fahrzeug ist und nicht mehr der X7 nein eigentlich ist X7 und Zmeibach äh bald 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 ist soweit hast du dann X7 aber lasst dich überraschen Leute Trailer ist coming soon ich weiß ich sag das schon länger die G-Klasse übegeil finde ich aber mittlerweile also wir sind schon so heftig am Ziel es wird jetzt es wird jetzt sag mal so es wird jetzt wirklich bald soweit sein es ist wirklich knapp an der Grenze dass wir sagen es kommt bald und es wird auch Zeit es wird wirklich Zeit Leute ja passt es wird Zeit für 3.0 ich merke das noch ein X7 ein X7 ob ich einen habe ja noch einen über natürlich achso nur einen habe ich ich hab nur einen ich hab keine zwei nee haben wir ja keine Auflage nee Edin hatte die X7 die ganzen äh ist Edin heute nicht da der ist heute nicht da oh Hallöchen Hallo Hallöchen Moin aber wir könnten eben wie gesagt Autos hat ja aufmunden konnten wir X7 kaufen ne rein theoretisch aus der Firmenkasse LaFerrari kaufen ja wäre schon möglich rein theoretisch können wir auch einfach hier mit LaFerrari kaufen Ach Firmenkasse LaFerrari kaufen wir haben auch nicht ey andere Sache hat jemand LaFerrari als Firmenfahrzeug auch ok ich hab keins ich hab nur eins äh im schlimmsten Fall im Lager unten ach apropos Lager ich muss nur ganz schnell schauen haben wir Werkkästen oder so haben wir gar nicht gell ja haben wir noch unten 35 Stunden ich hab einen bei mir ach hat sich Ryan rumgekümmert schön dann gehts mal ab runter Alter Mo nochmal war jetzt länger nicht da jetzt muss ich was raushand die Grüße aus Salzburg schau auch ein Österreicher Dankeschön Mo aus Salzburg schau war bis jetzt mal mit dem zweimal in Salzburg und das war schon schön dort war schon schön wirklich sehr schön dort das coole in Salzburg ist du bist halt direkt in Deutschland kannst richtig nach Bayern rüber das ist halt schon Korall wenn du mal so ein Auto also wenn du ein Autofreak bist und in Österreich leben willst glaub ich Salzburg nicht so schlecht aber es ist alles sauteuer dort also wenn du in Salzburg lebst ach du Kacke hat das dort alles kostet du also ich sag mal so die ganzen Sachen Grundstücke Häuser Mieten alles überteuert dort leider so brauche ich noch was Nossflasche wär noch ganz geil und ein Werkzeug casten wir brauchen Noss haben wir wieder keins das gibt's doch nicht wir brauchen Noss Noss wir brauchen Noss Jungs wo sind denn die Flaschen Ryan hat sich nicht drum gekümmelt oh warte hab ich noch die jetzt weiß ich noch was fehlt jetzt weiß ich noch was fehlt ähm ey ich sag euch es wird so Zeit für 3-0 es ist unglaublich was wie weit fortgeschritten das System auf 3-0 ist im Gegensatz zu dem was wir hier auf 2-0 haben man muss ja sagen auf 2-0 ist ist der Stuff wirklich also muss ich wirklich sagen wie ich so zusammen gewürfelt es hat einfach kein wie sagt man es ist nichts einheitlich ne und das triggert mich so hart ihr müsst euch vorstellen ich bin ja dauerhaft eigentlich auf 3-0 drauf dauerhaft ich spiel dauerhaft 3-0 ich code dauerhaft auf 3-0 wenn ich auf 2-0 drauf geh habe ich gar keinen Bock hier drauf zu spielen es ist halt wirklich so ich hab hier gar keinen Bock drauf zu spielen wenn ich da 3-0 sehe was wir da für Möglichkeiten haben was wir dort alles machen können der Stuff der dort drauf ist einfach dieses ganze einheitliche es ist so viel geiler es ist wirklich Unterschied wie Tag und Nacht sag ich euch deshalb es ist es vergeht einem die Laune an 2-0 wenn du an 3-0 arbeitest und dann siehst was du an 3-0 machen kannst und das denke ich immer so an Sachen die ich hier nicht machen kann die wir auf 3-0 jetzt machen könnten das ist halt ja das deshalb ich sag es wird Zeit dass wir damit jetzt bald mal an den Start gehen es muss jetzt echt mal rauskommen und wir haben auch gesagt scheiß drauf wenn ein paar Sachen die wir uns noch vorgenommen haben nicht fertig sind die tun wir später noch einfügen weil das Basic Konstrukt ist jetzt eigentlich so gut wie fertig kann man sagen das Basic steht hat jetzt zwar lang gedauert aber aber es gab intern leider sehr viele Probleme weil es halb ist so lange gedauert hat aber jetzt sind wir gut gut dabei das ist meiner Bruder jetzt sind wir wirklich gut dabei Jungs und Mädels hast du Kennzeichen gesehen? Kocher mein Haus ach schau wer da ist ja unser Flach doch Digga das Haus ey Bruder ich hab das so schön eingerichtet vorne einfach alles leer alles ausgeräumt ist nur noch eine Kommode drin so richtige Member WG trotz nicht ich hab mir so Mühe gegeben weißt du was du mich frage? ich frag ne ich frag mich gerade ob Herr Konda sein Haus oben noch hat Dario ja es passt schon danke dass du noch Salz in die Wunde gießt ja ich frag jetzt nochmal hat jemand ein Funkgerät über? wer Wunderbärchen oh mein Gott hätte ich hab gedacht ihr habt jetzt noch eins ich hätte es jetzt mitgenommen ich hab ein ganzes Auto voll auf den Weg oder warum geht es nicht aus Digger das ist flach das ist da Digger ja ich weiß nicht kann ich aus dem Lager was nehmen ich weiß es nicht ich hol das ne deswegen ne deswegen danke dir hab ich alle begrüßt hab ich niemanden vergessen ja du hast das Flachdach vergessen zu grüßen nachdem du erstmal vorbei reist ja das ist nicht so ja das ist nicht so check ja war es nicht von hier wann tun wir eigentlich das Haus besetzen dass es dann uns ist also das ist von Herrn Conner ich kack ihm einfach so oft vor die Hausfiere bis es verkauft wir könnten rein theoretisch mal hinfahren zu den Maklern und fragen ob das noch Herrn Conner gehört wir könnten mit dem Firmengeld das Haus kaufen rein theoretisch ach schau wer da ist unser Nitroflaschen-Einsammler wir haben keine Nitroflaschen mehr im Postfach ich kaufe doch welche ja den Auftrag habe ich dir übergeben das weißt du oh oh ich hab dich so an ich hab dich weitergegeben an wen hast du es weitergegeben? ja an wen hast du es weitergegeben? ja an Freddy Freddy? ich war zwei Monate nicht da oder willst du er mich weitergegeben? ja siehste da haben wir das Problem Freddy da haben wir das Problem jetzt alles fehlt es fehlen die Nussflaschen ich hab's weitergegeben an Edin ich hab's weitergegeben an Edin achso Edin also Edin ist heute nicht da ja deswegen ja er ist auch gefühlt bei zwei Monaten und Edin hat sich an Ryan zurückgegeben so ein Ding ist das das kann er nicht so schließt sich der Kreis ja sweet home Alabama würde ich fast sagen only in Ohio wenn deine Familie im Kreis ist ja gut das heißt ein Trapez was ist mit Trapez? Google Google? ich weiß schon was ein Trapez ist aber was heißt es mit Trapez? achso ich dachte du weißt nicht was ein Trapez ist nein aber was weiß es mit Trapez das ist doch da wo die Leute so drauf balancieren die haben so ein Trapez dabei ja aber es gibt auch einen es gibt auch einen das ist ein Trapez es gibt auch ein geometrisches genau es gibt auch ein geometrisches Trapez ja genau so wie den Zylinder der geometrisch ist das ist auch nicht drin den du aufsetzt den Hut weißt du oder Flachdach das ist auch eine geometrische Form ja eigentlich eigentlich ja nicht eigentlich ist das ja ein Viereck wenn du so nimmst eigentlich für die Ansicht ist es ja ein Quadrat ist ja egal wie es aussieht gesehen uns alle ja doch das ist ein Viereck und ein Rechteck kann es auch sein also ja oder ein Rechteck ja gut okay das kann auch ein 6x sein je nachdem es kann auch rein theoretisch ein Quadrat sein aber du musst einen Millimeter genau ausrechnen es könnte rein theoretisch auch eigentlich ein Viereck äh ja genau ein Viereck könnte auch ein Viereck sein ja genau es könnte auch rein theoretisch einfach auch ein Trapez ein Trapez ist ja an sich kein Körper wer wollte mit uns reden warum stehen wir jetzt hier und drehen über Trapez und Vierecken was soll denn das oh ne da hab ich gar keinen Bock drauf was von haben wir nicht ein Bossfach für die Balkan oh das Bossfach oh nein was ist denn was ist denn mit dem Balkan los keine Ahnung die haben sich 3 Monate nicht gemeldet und nur heute machen sie sich oder was die wollen irgendwie ein neutrales Verhältnis wie der Bies ach ne die können halt die dürfen mir nicht mal den Arsch abputzen wenn ich scheißen war was wollen die wie ist es eigentlich aus gibt es eigentlich noch den den was wollten die nochmal haben für ein Auto was war das nochmal Pagani ja Pagani und ich wollte den den Kalli nennen den Kalli nennen aber wir können ja gegen Pagani tauschen wer hat damals nochmal den Kalli nennen verkauft von uns wer war denn das Liam das ist unter aller Sau gewesen den zu verkaufen ohne jemanden zu fragen ob das jemand hier haben möchte da bin ich immer noch mad drauf das ist das ist unglaublich aber es ist ja eh nicht mehr bei uns besser ist das hätte ich mir sowieso den leisten können ich hätte mir den leisten können ich hätte mir den leisten können wir hätten den im schlimmsten Fall mit der Filme bezahlt ich hätte aber Puzzi verkauft für 10 Millionen Bruder Puzzi verkauft jetzt ist jetzt die Frage als wir die oben in Palito getunt haben ja Amanda fällt dir was auf wir schaffen es mal den Kreis zu machen ohja 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 das ist halt FamilienEye wie immer schnitt Frage wir haben uns jetzt wirklich mal geschafft den Kreis hier zu bilden ohja vorbesprechungen ne ja 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 was für vor machen wir vorbesprechungen oder was ohja was 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 hat jemand was passiert hier Hilfe was passiert hier was passiert hier was geht denn ab frag ich mal so Freddy ist nicht ausgelastet hat wer ein bisschen Kokain ich schau gerade ich glaub Puzzi wäre vielleicht besser für dich ja ich hab auch Puzzi das Ding ist ich hab nicht mehr was zu essen ich hab nicht mehr was zu essen ich ich fahr mal fix los und komm ich mehr was zu essen Roman es ist die Vorbesprechung ich es ist 19 Uhr es ist 19.07 sogar schon okay let's go let's go wir sind hier wir wollen ja was besprechen alter Ryan warum hab ich so viele Nachrichten von dir sind das noch alte Nachrichten das sind seine Liebesbeweis Nachrichten wo soll ich dich abholen nee das ist schon älter Jan die letzten beiden nur die letzten beiden der eine der gegangen ist ich soll eine Anzeige von Ebay rausnehmen ja das hab ich sofort verstanden dem Problem es sind aktuell drei ja der eine gekündigt wurde das hat alles geklappt warum geh jetzt von dir warum kommen die anderen nicht mit ich bin grad so verwirrt wusstest du das in der Titanic immer noch der Pool Wasser den hab ich heute auch schon gesehen ja Vorbesprechung ist nur Führung Marc in meinem Bett also ich da lag einfach ja dann war ja keine Führung ach so ich dachte wir machen eine Vorfahrt okay jetzt war's jetzt schlecht für die Zähne Bruder Ziegelstein ja man Backstein ja für jeden achso Backstein wieso klettern wir eigentlich immer da hoch guck mal es ist Intention dass alle da hoch klettern wollen ich kletter da nicht hoch ich war nicht meine Intention ich bin ja ganz normal außen rum ja nix sportlich ja nix sportlich ihr macht euch die Hände schmutzig und dann holt ihr wieder aus dem Anzug da reißt mir gleich die Hose und dann seht ihr alle meine Schlüpfer will ich nicht so ist es also wie die Peso Hose die einfach gerissen ist weil man sich unterwirkt natürlich ja ne so schlechte Qualität wirklich unglaublich aber die ist ja nicht dafür gemacht ist nicht dafür gemacht mir geht es nur zum Stehen und Sitzen steht sogar in der Hose drin auf dem Zettel eine Hose die nur zum Stehen ist können wir sowas bitte produzieren und verkaufen ne weißt du du musst einfach so Hosen schlechtester Qualität machen und die dann speziell verkaufen nur Stehhosen ja dann steht das innen da beim Zettel beim Waschzettel ist noch so eine Achtung nicht nicht ja dann sagst du die Hosen haben keine Stehhqualität die steht ja drauf man darf sich damit hinsetzen die haben die Ausstattung nicht ja wenn die Knie gehen müssen sie extra kaufen dann Zusatz so bitte Besprechungen start mal durch was gibt es zu Besprechungen zumindest das Auto hat Dehnung streichen ich bitte das ist nicht Teil der Besprechung oder doch das war wichtig ich habe aber auch gehört das war nicht wichtig okay am besten wir schreien dann musst du jeden Sitz mieten ich habe jetzt nichts zugehört das ist super alles gut so bitte fangt jetzt mal an hier zu reden willst du dich umsonst da das ähm Entschuldigung die ist mir grad so rausgekommen okay 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 das ist so ungeduldig das ist so ungeduldig ein Putsch du ich habe schon das Gefühl ich hätte jetzt vielleicht geputscht hier also ja und jetzt ja erstmal alle schreien dass wir uns alle mal natürlich ja ja super dass wir uns alle klaundeutig verstehen super dann start mal bitte die Besprechung durch jemand der damit anfangen möchte fängt jetzt an ich bin's nicht mit mit was für einer Thematik denn ja ich weiß ja nicht es gibt ja eine Besprechung ich wurde eingeladen ja ja erst Müsli und dann Milch oder erst Milch und dann Müsli wollt ihr mir sagen es gibt eine Besprechung und keiner weiß warum diese Besprechung überhaupt da ist und sonst bist du Psychopath doch es gab halt schon länger keine größere Besprechung mehr es sind viele gegangen also ich weiß dass ein Thema ist auf jeden Fall Inaktivität genau eventuell und auf jeden Fall die Problemfälle wo wir das Thema damals hatten von Mark mit Liam mhm und allgemeinbeförderung ok also neben der gesnitcht hat da habt die ja ja genau genau weiß ich weiß ich schon ja aber der steht dann wieder hier auf allen 4 Volt wieder zu uns da war ich ja da genau ja genau das haben wir uns besprochen das war das letzte Mal dass ich da war genau Lachen nicht Junge das habe ich gehört was ja was ist denn ich will nur kurz noch was anmerken ganz kurz noch ja wisst ihr was legal ist aber sich ultra weird anfühlt nein was sich auch zum Psychopathen macht einfach mit einem Glas Wasser in die Stadt gehen von zu Hause ja was ist mit dir ja egal Entschuldigung hätte man das auch geklärt was ja in die Stadt das ist du stellst dir mal vorbildlich das ist ein Psychopathen ja erstes Thema Führung allgemein wenn man ins Tablet guckt man sieht dass die Bruder kannst du bist übel laut alter ich bin laut bei mir ist perfekt bitte nicht leiser soll ich ein bisschen leiser reden kannst du mir auch ein bisschen lauter werden noch ein bisschen lauter vielleicht ne ja bitte fahren sie fort mit dem Tablet Thema Führung es ist ja ein bisschen sag mal es sind ein paar Leute verloren gegangen Dario ja wollen wir diese Plätze neu besetzen oder sagen wir es reicht an Personen die aktuell da sind und sind diese Personen an der richtigen Position also ich würde Tabub ganz klar ist wie zu sehen ich würde Tabub eigentlich als Boss sein ne ähm ich muss ehrlich sagen ich weiß es grad am wenigsten weil ich jetzt lang nicht da war ähm deshalb überlasse ich das jetzt mal dir plus eins also ich weiß nicht wie läuft es denn ohne Wolfi ganz gut er war ja eigentlich ein aktiver Typ so ne der war glaube ich also der war glaube ich in den der aktivste Vize von uns ich vertreibe jetzt mal er war in den letzten drei Monaten so vieler wie du ja achso naja also der aktivste ist eigentlich Edin und äh Ryan meinst du meinst du jetzt Ryan von deiner einen Schätzung möchtest du wen der den Vize Posten übernimmt weiter noch einer oder nicht den also den Daniel ersetzt meinst du meinst du du bräuchtest wen ich seh doch jetzt mal von dir ab ok na dann haben wir das stehen wir schon mal erledigt dann haken wir das ab super ich mein man kann ja immer noch drüber nachdenken ich sag ja nur wenn wenn jetzt der Waldes erstmal so passt ich mein wir hatten wir hatten drei Vize musst dir vorstellen ja gut 200 als ich jetzt so die letzte Zeit so manchmal da war und ähm muss ich halt sagen auch wenn ich da es waren immer die gleichen da wenn um das noch so beizufügen aber das denke ich Ryan Weiss kannst du bestätigen auch dass wenn man da ist das meistens nur die gleiche ja und die werden es nicht losen ja genau also wenn ihr so sagt vielleicht würde ich dann die Frage erstmal relativ klein halten Hallo Servus Servus also mal aufschocken kann man immer aber bevor man wieder zu viel hat und gefühlt die halbe Führung weg bricht weil irgendeine Snitch dann ein 30er macht und dann halt hinterher gehen so hat man das vielleicht etwas kleiner gehabt und vielleicht den festen Kern der halt bleibt so weißt du du hast halt jetzt mal ein Problem Elena für drei Monate weg mindestens Gibi aber sie war sonst auch immer da ne ja die war zwei dreimal die Woche immer da Gibi seit über vier Wochen nicht mehr da gewesen glaub ich ja Gibi keine Ahnung was mit dem ist Flitterwochen seit Flitterwochen verlängert auf unbestimmt auf unbestimmt Zeit auf unbestimmt Zeit genau noch ein bisschen welche vom Schlüpper geben und Jason hat aktuell halt ne Haus abgebrannt was ist denn los alter der eine geht fremd ach ja der PC ne der ist halt ja man bringt das Haus ab was ist los alter ich mein also du hast halt ich sag mal mehr oder weniger wenn du danach denkst dann halt Edin Marco Ivan Olivia das war's was haltet ihr davon jetzt von euch ausgesehen Grüß dich entschuldige die Verspätung Marco Ivan Olivia wie fühlt ihr euch fühlt ihr euch überarbeitet dass ihr Hilfe bräuchtet oder fühlt ihr euch so konfident dass ihr sagt das passt so glaube also wir haben das Thema tatsächlich auch schon untereinander gehabt und wir kommen eigentlich ganz gut klar aktuell würde ich sagen das hat auch Jason gesagt Marco wie siehst du es ich sag immer viele Köche versauen halt auch mal in dem Bereich ich weiß nicht ob es vielleicht vorher sogar manchmal zufrieden waren ne ich muss ganz ehrlich sagen ich find's schöner wenn wir weniger sind ja ja gut sagst du Marco was kommen wir beide kündigen geht gerade darum ob ob vielleicht wir zu wenig in der Führung als Manager sind ob wir Hilfe brauchen oder ob wir gut klarkommen zu wenig finde ich nicht es muss nur wieder ein bisschen die grüne Struktur von dem Sommer noch ein bisschen aufgebessert werden ja von was Entschuldigung Sommerloch vom Sommerloch weil er hat viele jetzt doch im Urlaub waren oder halt auch andere Sachen noch zu tun hatten nebenbei na ich muss mal ganz kurz auf Toilette ich komm gleich wieder jawoll hat sich glaube ich Brechtdurchfall eingefangen ich hab schon den ganzen Tag gehört wir haben Pups los das was ich eben sehr problematisch sehe beispielsweise ist ein Direktor der nie da ist ne wegen BB oder was ja das hätten Flitterwochen ne davor waren wir heute sehr oft da aber aber bei GB wollte ich sowieso Freddy noch fragen wie da jetzt die Situation ist weil da gab es ja eben was zwischen auch noch Neumann und GB und mir und so und das ist eigentlich auch noch nicht so ganz abgeschlossen gab es da Komplikationen ja kann man so sagen also dann hauen wir raus was dann passiert kurz kurzfassung Ryan hatte da war ich noch nicht in der Führung ich war Mitarbeiter glaube ich Ryan wenn ich was falsch sage verbessere mich bitte Mitarbeiter und ich war mit Jessie und Neumann mit Ryan in Gespräch dass wir vielleicht ihm einfach gewisse Infos geben die die Führung halt nicht so mitbekommt was ja ganz normal ist weil die Führung ist ja nicht immer da ähm und daraufhin hatte sich Gibi in die Thematik relativ sehr eingemischt weil es ihm halt nicht wirklich gepasst hat etwas nicht zu wissen das ist auch eigentlich so sein Ding er mag es nicht wirklich wenn er irgendwas nicht weiß und ähm hat dann dann kam Neumann äh auf uns also ich bin auf Neumann zugegangen und er hatte mir dann gesagt ja äh er hätte Gibi hätte Jessie und mich als Familiensnitch betitelt am Hauptplatz äh Gibi hat das dann abgestritten vor Freddy also Freddy hatte dann mit Gibi gesprochen Neumann hatte mir das aber so erzählt und auch in einem Gespräch wo Ryan auch dabei war also Ryan konnte die Situation auch bezeugen und ja seitdem war halt aber auch Gibi nicht mehr wirklich da und die Situation wurde nie wirklich geklärt Neumann ist ja sowieso nicht mehr da ja aber es geht schon wieder im Kindergarten oder? ne es ging um die Situation weshalb du mal mit Gibi gesprochen hattest mit Neumann da wo äh du mit ihm hier drinnen im Haus geredet hattest was war da nochmal? ähm als er äh als Neumann zu mir sagte dass Gibi zu äh zu Jessie und mir 1 zu 7 Snitches gesagt hat ah das Thema wo ihr da Infos und so ein bisschen und so genau sag ich doch Kindergarten aufgrund dessen hat halt auch also es haben sehr viele hier über mich gesprochen dann hinterrücks und ja es war halt echt eine sehr unangenehme Zeit für mich sag ich wie es ist die Sache wurde halt mit Gibi auch noch nicht wirklich geklärt deswegen wenn er da mal wieder da ist ich würde das aber beruhen lassen erstmal weil wenn er wieder kommt vielleicht denkt er da einfach gar nicht mehr an hab ich gar keinen Bock drauf das wieder aufzurollen dann fängt das wieder vom Horn an ja aber dass er das halt so abstreitet ich weiß nicht keine Ahnung mich haben halt unglaublich viele ignoriert danach ja wenn man wenigstens dazu stehen könnte was man das gesagt hat weißt du das tat er definitiv nicht dazu stehen eben weil er müsste weißt du wenn dann soll er schon so ja aber wir haben halt auch nichts Handfestes nur Aussagen halt ne ja gut das Wort hat wieder nur auf Aussagen aber schau mal warum egal ja gut ja ich verstehe ja du meinst du der eine hört das und dann gibt das ja wieder Falschweite oder so vielleicht ja genau nicht mal dass ihr das vielleicht falsch jetzt oder du lieber dass du lügst oder so aber das ist auf Flaschenpost bei dem einen hast du Schrift und beim nächsten bist du tot alter ja ganz gut es ist halt einfach Kindergarten ja um auch noch was einzuwerfen gibt es eigentlich Updates besüglich dem Thema was wir letztes Mal besprochen haben oder wollen wir das nach dem hier machen was ähm das mit einem Fachtdach nicht Spaß was ne mit einer Daumen warte du meinst jetzt was mit Zoe ja genau wollen wir das danach nochmal machen das sind wir jetzt schon wieder ja ja ok und die Drama können wir das nicht hier da mit ranhängen dann müssen wir nicht 30 mal eine Besprechung weit machen ja ne ich meine ja wir meinten jetzt ich glaube wir meinten jetzt beide innerhalb dieser Besprechung aber nach den anderen Thematiken also ok ja ok mal kurz einzuwerfen ähm Olivia in einem Punkt muss ich tatsächlich aber im schutz nehmen ja ähm es folgte damals das Gespräch danach war er ich glaube im Urlaub ja ja aber danach war er aktiv nein es ging nur darum dass ich das nicht mit ihm klären konnte weil er dann im Urlaub war ich dann und er in den Flitterwochen ja es ging nur darum dass es für mich nicht mehr greifbar war ihn anzusprechen daraufhin oder es halt mit ihm zu besprechen achso ja schon aber er war halt dann nach seinem ersten Urlaub war er halt wirklich jeden Tag da ja da war ich dann aber im Urlaub drei Wochen im Sommer deswegen war es nicht greifbar ja gut aber bei flitterwochen da kann man ja nichts sagen sag ich doch auch gar nicht ich sag nur es war einfach nur nicht greifbar ihn nochmal drauf anzusprechen ja gut dann passiert es halt nochmal wenn man wieder da ist ja alles gut ja es kann man dann wieder da ist gut sonst was sind so jetzt die wichtigsten Punkte die wir jetzt ansprechen müssen jetzt wirklich dass wir uns nicht immer im Kreis drehen dann sondern wirklich das wichtigste was jetzt gerade ansteht darf ich anfangen? jo momentan laufen die Ankäufe echt beschissen also wenn man mal ins Teppel schaut also es kommen kaum noch Leute bei uns verkaufen nur ab und zu es war früher mal sehr bedeutend viel anders dass wirklich andere Mengen größere Mengen auch zu uns gekommen sind und auch geflossen sind Waffenverkäufe tätigen wir auch kaum noch welche und ja gibt es das gleiche ist auch beim MEV Ankauf oder so momentan hängt es aber auch dann momentan ist es aber auch mit der Wirtschaft ein bisschen schwer aufgrund der Preise wir kommen kaum zum Verkauf weil die Preise am Dorn echt miserabel sind wenn wir mal jemanden ab Manager aufwärts haben der auch da ist der dann auch den Zugriff zum Lager hat um auch das verkaufen zu können es ist gerade nicht einfach so wie ich sehe aber es ist auch das Problem so wie ich sehe dass dann wenn das so stimmt dass dann manche Kunden zu uns rennen und zum Cutter rennen dann kannst du ja kratzen eine Sache die ich gleich mal mit dazu in den Raum werfen möchte ich bin einmal am Sandy Park was hinterm Häuschen da aufgewacht da habe ich mitbekommen da hat irgendein Drogendeal also da war auf jeden Fall Drogendeal ich weiß nicht zwischen wen ich kann die Leute nicht was auf jeden Fall war das wie so ein grau angezogener Typ mit dem Hut ich weiß nicht das sah nicht aus wie Mafia und auch nicht aus wie Kattel vielleicht so ein privater sind die Ghosts grau? ich meine ja ja gut aber schwierig halt was sollen wir daran ändern nö das kannst du nicht machen das können wir nicht groß ändern mal eine Frage kurz an euch zwei bei Freddy Mark was sagt ihr zu dem Thema wenn wir einen haben der sich bei uns beworben hat beworben möchte bewerben möchte bei uns auch Kunde ist aber auch beim Kartell verkauft ja das ist ja wo beim Kartell verkauft also der will sich bei uns bewerben genau die Frage die ich mir jetzt so gerade stelle warum verkauft aber beim Kartell wenn er zu uns will genau das war auch die Frage weil sobald ich mich ja eigentlich bei einer Fraktion bewerbe habe ich mich doch schon entschieden so oder? wenn ich das so doof sagen darf eigentlich schon ja weil entweder ich geh zu dem oder zu dem wir sind die Dings da sind wir doch das geht ja um den Typen wo wir dann nachgefragt haben nochmal da haben wir uns mit Benaco und mit Chef getroffen genau ja also guck und wir haben nachgeschaut der hat schon öfters mal größere Dinge bei uns verkauft also der war jetzt nicht nur einmal bei uns die Frage ist halt wie oft geht der zu ihm die Frage ist waren die so wie eine Ausweichstelle wenn vielleicht gar keiner von uns da war oder als welche Intention weißt du ich meine das wissen wir halt auch nicht ja aber keine Ahnung gar kein Bock auf 31er ne hört sich eher so für mich an weißt du wenn der Dream auch verkaufen geht so vielleicht hat er sich steuert beworben wurde abgelehnt oder so und geht jetzt zu uns so maybe man weiß es nicht aber ich halte mich dann lieber raus aus dem Thema wenn ich jemanden so sehe der irgendwo anders auch ein bisschen mitspielt dann mhm mhm war dabei gespuckt wenn ich halt so wen hin will weißt du dann stehe ich doch dahinter wo ja wenn ich vielleicht 50 Dollar weniger hat ne bin ich voll bei euch ja okay sonst auch ein Thema was wichtig wäre ja Thema Liam ne jetzt langsam wieder an der Reihe ja was soll man jetzt machen Liam? warum achso das wissen die anderen wohl noch gar nicht stimmt aber das hatte ich ja gesagt dass wir es ruhig ansprechen können ähm Liam hat hier wieder vor der Tür gestanden vor vor ein Monat ein ein zwei Monate sinds ja jetzt schon mittlerweile ja zwei oder drei jahres glaube ich Anfang Juni und da haben wir dann gesagt da waren Mark, Ryan und ich allein da da haben wir erstmal also allein uns besprochen weil Ryan uns das erstmal erzählt hat dann auf einmal stand jetzt saß er da dann im Auto hat sich halt so für alles entschuldigt aber ich bin immer noch fest überzeugt das habe ich dir auch gesagt Mark dass er einfach definitiv auf deutsch gesagt dich einfach in den Arge ja du weißt hast nee du ich würde auch ich weiß nicht ich trau dem nur es ist du weißt ja was immer passiert ist für mich ist das halt sehr sehr vorderbeigeschmack nee ich würde ich könnte ich könnte es nicht ich könnte es wirklich nicht ich könnte damit nicht leben so ich weiß nicht gab es nicht mit Liam nicht immer diese Probleme dass er oft angepisst war ja 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 das hat das hat mir auch immer so ein bisschen schlecht aufgestoßen wenn ich so drüber nachdenke er hat es halt den anderen nie gegönnt so er zieht halt mit Abstand von allen den größten 31er Move den er eigentlich machen kann und möchte jetzt bei uns dann wieder eintreten so weißt du es macht für mich halt keinen Sinn für mich halt falsch aus dem Grund aber er war doch beim Kartell war das richtig ne ja dann hat sich Bloodout gelassen aber trotzdem das ist jeder kriegt beim Kartell ein Bloodout oder ja das heißt er hat sich Bloodouten lassen ja er hat sich Bloodouten lassen gemerkt du fühlst dich da nicht wohl sag ich mal also du lernst die Leute kennen fängst du an ziehst den größten Snitch-Move und der war ja auch bestimmt ja oder so bei uns ne und dann dann sollen wir doch einfach gehen sagen ey Jungs ich guck mich um oder was gut dann wärs auch schon scheiße wenn er da zum Kartell geht und dann wieder ja geschissen kommt aber besser halt noch so nen Move zu reißen ne ja er hat halt den weil er war das doch mit Igor ne die beiden ja ja aber warum aber schau hat er hat er bis heute erklären können warum er das gemacht hat warum er das auf die Art und Weise gemacht hat das jetzt leider nicht ja das ist wie hat er nichts gesagt dazu menschlich gesehen Durchfall in dem Fall weißt du das halt warum macht man sowas ihm hat ja keiner was getan so ich glaube einfach er war das war ja nach diesem Gespräch was wir da hatten ne weißt du noch wo wir so wo wir wirklich gesagt haben jetzt müssen wir mal die Reißleine ziehen und danach war er anscheinend so angepisst und hat sich dann verpisst bei uns und ich glaub nicht dass das menschlich so passen würde weil es wird ja wieder so sein dass wenn er bei uns ist wieder auf 180 geht und dann war es das ich frage ich glaube nicht warum man dann immer noch in den Rücken stechen musste und der dick wenn man jetzt einfach nur geht weil es einem nicht gefällt weißt du wie ich mein oder es passt nicht du da kann da kann von mir aus morgen der Mond auf die Erde fallen ich will den trotzdem nicht annehmen für mich so ein bisschen ausgeschlossen haben wir das Thema jetzt auch durch? hallo was auch gesagt ich da kann doch nichts viel zu sagen vielleicht können wir andere sagen ja das muss ich auch unkorrekt ja aber es ist jetzt ab also für mich ist es halt abgehakt aber diesen Abgangs-Move fand ich jetzt auch nicht so schön ne? ja für mich so da gibt es schönere Sachen zum gehen du hätte ja du hätte ja gesagt er möchte hier nicht mehr sein und er möchte gehen ich hätte ihm vielleicht nicht mal ein Blattout oder irgendwas gegeben klar wäre dann zum Kartell gegangen aber er hätte ja auch er hätte weißt du er hätte alles andere machen können nur halt nicht diesen Move den er gebracht hat das war Demütigung hoch 100 für mich kam es tatsächlich so rüber es wäre angepisst gewesen einfach nicht mehr zufrieden gestellt hier und wollte mit einer großen Nummer einen Abgang machen genau so ist es und auf das habe ich keinen Bock weil das und da hat er sich gerade ins eigene Knie mit geschossen also würde ich sagen abgelehnt ist abgelehnt abgehakt ja weil jetzt hatte ich genug Zeit darüber nachzudenken und das hat sich meine Meinung immer nicht geändert ich dachte mir so vielleicht weißt du wenn man so ein bisschen Gras über die Sache wachsen lässt weißt du so aber ich denke mir so der Mensch an sich die verändert sich ja nicht das ist bei trotzdem der gleiche also bringt sich gar nichts zu sagen ja passt schon ja komm wieder zu uns das bringt sich doch nichts können wir nicht mehr in die Augen sehen haben wir sonst noch ein Thema zum anschneiden sieht fast so aus als wäre es das gewesen dann halt nur noch das was wir letztens besprochen haben wo ich gerne wenn ihr neue Infos dazu habt aber da bräuchten wir eigentlich nur ich weiß nicht Ryan habt ihr es mit Ryan angeguckt oder ja genau wir hatten da das war eigentlich das einzige was ich dir jetzt genau wenn die anderen keine Lust auf haben wer Lust da kann natürlich trotzdem noch zu ich hätte jetzt nur dir kurz gesagt eben wir hatten mit Ryan da zusammen nochmal ein Gespräch auf jeden Fall das ist jetzt soweit eigentlich erstmal erklärt ok was hast du denn gesagt Ryan er hat uns tatsächlich mit Marco und Ivan Entscheidung überlassen und ja es wurde sich entschieden zu einer mündlichen Verwarnung war das oder richtig und dass sie nicht befördert wird das heißt sie bleibt erstmal das ist so gut aber derweil ist nichts mehr vorgefallen zu dem Thema ok gut jetzt große Besprechungen hier machen oder wo war das ähm wie sieht es noch aus mit den mit den Azui Beförderungen und sowas damit die nochmal durchgehen oder ich halt auch ne da bin ich komplett draußen also da überlasse ich euch also da kann ich gar nichts zu sagen Tito Alter musst du ja da immer Rasen mähen wenn wir Besprechungen haben ach das kotzt mich so an immer dieses scheiß Rasenmäher Geräusche hinten guck mal in die Führungssituation wir haben das so eingeschickt ja andere Nachbar da drüben auch ich hör von da und von da ein Rasenmäher von allen Seiten hörst du den ja und vielleicht so ein Roboter der einfach den ganzen Tag mäht ne das ist kein Roboter das ist ein Motor Ding ist das ich bin mit Motorisierung das hat man noch ach irgendjemand eine andere Meinung als die Liste oh Gott ja überlassen wir den das was jetzt befördert wird der Radlfahrer habt den Wubbel bestellt freu mich schon riesig jawoll Kuss äh ShadowX Abend viel Spaß dir heute Flachwitz was macht man mit einem Hund ohne Beine den kenne dich leider schon mit dem um die Häuser ziehen kannst du bitte grüßen äh Gruß geht raus an äh ShadowX vielen vielen herzlichen Reiznamen Xions Nase wie geht's was sind deine Hobbys und wie lange bist du schon mit deiner Freundin zusammen leider kann ich nicht mitschern muss im Stall arbeiten mittlerweile seit fast 8 Jahren muss ich sagen nicht mit ihr zusammen das ist echt schon lange Zeit wo man einen runter setzen möchte ach du Scheiße dann würde ich vielleicht äh Hobbys einen hochsetzen Hobbys eigentlich für was für was viele eigentlich viele ich hab den einmal gesehen glaube ich im letzten Hobbys viele schwimmen ne Spaß ganz ehrlich für was ist aktuell der Teamleiterposten aktiv weißt du was ich meine richtig er ist da hallo also der erste richtig ja er ist vorhanden achso aber bevor ich es vergessen ich hab übrigens Lorenzo oh mein Gott wie heißt das nochmal Lorenzo Leona hab ich vorhin wieder eingestellt Leona der war ja deswegen sag ich eigentlich äh gobbels hab ich jetzt schon öfter gesehen also eigentlich Hobbys Musik machen Musik hören den hab ich dann vielleicht noch hoch gesetzt auflegen eigentlich eigentlich eher so Musik ist so mein Bereich so Hobby technisch muss ich ihm fast sagen ja warum Gambino jetzt runter wegen und Autos und Autos und Autos und Aktivität ok hm hab ich auch seit 200 Monaten nicht gesehen äh mit Beförderung seid ihr durch habt ihr schon fertig oder achso ich hab noch ich hab noch ich hab noch eine Sache wie guckt es den Fingern und zwar die Anwaltskanzlei meint jetzt letztens zu uns hoppala wenn wir äh einen von den Harpers einpacken als Geisel oder so wollen wir nicht wollen wir nicht dabei grad dass wir beim Thema bleiben bei den Beförderungen dachte ich mir auch grade ich dachte grad wir werden durch mit den Beförderungen nein du hast doch gerade das Gegenteil gesagt sie machen es grad also ich find bei Zoe das Fragezeichen eben bleibt ja das bleibt ja also Dominik äh und Jona ist auch immer dabei danke für zwei und äh Dominik Sackern und Leidy Sixer Hater danke für das das letzte Mal gesehen The Virus auch Dankeschön vor 1979 TemsepTV ist aber tatsächlich viel Spaß beim Streamen und liebe Grüße aus Krieglach Dankeschön zurück noch nie gehört er stand nicht in meiner Liste Sie uns explodieren der PC bist der Beste bleibst du mit der Liste Dankeschön hab ich jetzt auch nicht offiziell mit in meiner Liste Kannst du meine Mama grüßen sie sitzt gerade neben mir und schaut mit ich grüße die Mama von Maximilian hat die Mama einfach 5 Euro reingeballert und schreit Dankeschön an die Mama von Maximilian in der neuen Bewerbung mal beurteilen Exions explodieren der PC ist auch noch nötig geworden Dankeschön E-Mail nochmal ich schwitze das ist wie die Super ich schwitze sowieso Daumen dank für's Wipp werden King Bob Dank für's Snox finde das ist mega gut bist der Beste was hältst du vom BMW M3 G81 bin nicht so Kombi Fan aber ist schon geil Snox vielen Dank auch für das hat ich auch mit Überweisungsgebühren Dankeschön für eine halbe Stunde sorry das ist jetzt das Vorlese Bist du 1007 auf 3.0 schau dir den mal an kenn ich sogar das Ding Dankeschön Luke 9300 vielen Dank It's Marie auch danke für 3 Euro 10 Cent auf einen geilen Stream Oh das Mausbit ist gestern angekommen super Qualität Dankeschön Wuschel Wuschel freut mich Luis 3001 für den besten Streamer den ich kenne vielen Dank dafür Hi Kurt kennst du mich noch finde das neuen Kalender Design richtig cool Kuss geht raus das freut mich auch Dankeschön Schugli Gaming und Sophie meine Ausbildung als Malerin Lackiererin hat am Montag angefangen und nach der Arbeit läuft immer ein Stream von dir Entspannung pur das freundlich auch Ausbildung Maler und Lackiererin ist immer gut ist ein guter Job vor allem verdienst du gar nicht so schlecht vor allem verdienst du gar nicht so schlecht vor allem beim Lackieren verdienst du echt nicht wenig aber das muss man halt auch können ne Lackieren das muss man können vor allem Autos Lackieren das ist glaube ich Masterclass Autos Lackieren Emi da genommen 5,5,5,1 und 2 ein Minutes vor dir lieb dich trotzdem dann können wir wieder PD hochnehmen also also Wartenkammer würde ich auch mal fühlen ne schon stark ja die Spende geht an dich und ich ja du kriegst einen Fass ist ja grad eh nichts zu tun ist ja grad eh nichts zu tun Flo, Adam Adrenalinskalender 2 habe ich auch vorbestellt genau das ist wichtig dass wenn ihr die vorbestellt ist es besser wenn ihr das jetzt macht weil es kann sein dass die sonst am Ende wieder ausverkauft sind wenn die dann wieder so sind wie letztes Jahr letztes Jahr hatten wir 800 Stück und die waren weg nach 2 Tagen, 3 Tagen das ist der Sound auf der Spende deshalb vorbestellen dieses Jahr haben wir extra deshalb gemacht weil die letztes Jahr so schnell weg waren die Kacke hier geht die A5 zu ist der beste Dankeschön ich lass mal alles für RLO vielen Dank tähähäh bist du deppert ich habe zu danken habe zu danken du ryan du erinnerst dich sicherlich an und an Rastix was macht die Kacke das zu knackwürst wo du Edin Goebbels Pavlovich und die die Knackwurst ich habe Kacke Wurst gelesen es ist eh die Knackwurst ich habe die Kacke Wurst was macht die Kacke Wurst so knackig hab ich gelesen ähm wie sieht es überhaupt dessen aus ja wirst du bei Beförderung kann ich nicht mit reden wir haben dann aber geplatoutet ja ja warte 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 was platout wer vielleicht schmeiß ich mal ansprechen was soll ich zu Bruder nein was hörst du nicht zu nein ich dachte es geht um Beförderung nicht um Blood Outs um beides Beförderung und raus ach komm dann sag doch gleich es geht um Beförderungen und Blood Outs bitte wem Blood Outs sind wir heute und Degradierungen sogar eventuell wem Blood Outs sind wir heute wem Blood Outs sind wir heute also Blood Liste 1 2 3 4 5 Azubis die werden ge Blood Outs oh das sehe ich uns oder was 5 Azubis Massenblatt Outs hä ne jetzt wirklich wir machen 5 Azubis heute kalt ist das gerade ernst ja echt jetzt und einen Assistenten und einen Assistenten aber wie gesagt die sind eh nie da von daher werden die auch heute nicht da sein ja das ich hab auch letztes Mal erstmal einen raus geworfen der wurde im April eingestellt bei der Großgesprächung im Juni haben wir den schon aus der Liste rausgenommen und seitdem haben wir den auch nicht gesehen den hab ich einfach rausgeworfen den hab ich einfach rausgeworfen den nach Hause geschickt dann kommt so ne Pistole raus und der schießt ihn wenn er den Brief ey aber ich dachte das war grad ein Choke ich dachte mir 5 Azubis ich dachte du bist die einst äh hoch hochdings und dann auf einmal so die Blood Outs ja das gehen auch vier Stück gehen hoch vier Stück ja äh wie hast du da zweimal was reingetan muss ich das verstehen ne die untere die ist jetzt die letzte die ist jetzt so gekürzt dass du nur hoch und runter also raus die ist einfach heute Azubis ich wollte heute eigentlich heute richtig auf auf äh also nach der Besprechung ich weiß das ist erstmal Besprechung eine Stunde aber danach legen wir heute los bei dem jetzt steht Mino Dank für 20 Euro auch vielen Dank ja es gibt auch welche die degradiert werden ja das ist vielleicht die Azubi-Tobias war schon geil du kommst jetzt auf die Azubi-Tobias auf die Azubi-Tobias ja war ja eben aber wär schon cool die zu machen ne also doch würd ich fühlen irgendwie also wenn er noch ne Woche nicht da ist vor allem wurde sicher lange nicht mehr geworfen er ist heute sowieso nicht da sollen wir das heute machen als Azubi-Tobias ganz speckig angelehnt auf mexikanisches Essen ich würd das voll fühlen ich würd das voll fühlen Gamerboy Raffi Dank für einen Euro und Mr. Jones auf Azubi-Tobias auf Azubi-Tobias ne 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 Florian kommt einen runter und dann wird er gewartet und dann wird er entschieden sozusagen Matthias von Kowski ne kleine Frage ist das Zebra schwarz-weiß oder weiß-schwarz beides in einem ja würd ich sagen ne ich bin in einer 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 ja anscheinend nicht dann mal frei das ist ja das Ding und dir fragt mal warum sie alle geblattoutet werden weil sie nie da sind ich weiß es ist eine richtig random Idee aber kann es vielleicht sein dass wirklich die Azubat-Kammer schon lang nicht mehr ausgeräumt wurden ich bin in einer so voll wie damals ne weil es hat schon lang keiner mehr gemacht das ist ja beinig ich war da schon ewig ich war nur einmal in der Azubat-Kammer das war das erste Mal mit den 25 Millionen ich war zweimal und das war jeden das war besser als ne Bank und einfach ne weißt du was mein scheiß Problem ist ich bin so selten da dass ich kein Geld mehr hab und mein Konto ist auf Minus heute gewesen ich war heute auf minus 5000 Dollar im Konto warte mal ich hab den letzten Mal 200.000 gegeben was hast du? am Abschlepphof echt jetzt? ja hast du Geld gebraucht dann wird dir glaube ich einfach 200.000 Dollar das ist alles weg das ist alles weg ich hab ne ich hab ach ne war mein ich glaub ich hab das in der Casino verspielt Uppala Habub seine Mutter ist so teuer nein wirklich weißt du was das Problem war du hast ihm bar oder überwiesen weil wenn es bar mehr dann war es Bargeld dann hat das 100% an der Bar ausgegeben ne ich hab's in der Casino verspielt ich weiß jetzt wieder es war ein Casino ja eben ich hab ja gut dann haben wir jetzt alle Themen für mich für Casino oder? wir haben alle Themen aber bitte lass bitte lass heute uns Geld abheben gehen bitte was denn? man spreche aber bei dem einen wirst du ein Nein kriegen das kann ich dir schon versprechen ok dann los mhm also ähm ich weiß nicht Freddy dir vielleicht sagst du eher was die Jenny Müllung nein sagt dir nichts mehr doch sagen wir was Jenny Jenny wer? ähm Jenny Müllung sind so viele Müllers da draußen ich hab nicht was ja das die Dameallegation auf dem alten Gelenl Lager leer geräumt mit Polizei das war Jenny Müller ach die war das ja ich hab sie nicht eingestellt sie würde sich tatsächlich gerne bei uns bewerben ja natürlich mit Sicherheit nicht die kann ja zusammen mit Liam sich bei uns nochmal bewerben gehen das war super das ist doch grad ne Scherzfrage oder? ne das kann ich nicht sagen ne das ist halt ernst gemeint das hat ernst gemeint schon traurig genug alter die Dame mit Sicherheit nicht bevor die eingestellt wird geb ich mir selber die Kugel alter Drama einfach nemals einmal Lager leer geräumt ne mit Sicherheit nicht Bruder du passt da riecht es irgendwie nach Mülltonnen hier hinten ich muss mal den Müll glaub ich mal muss ich mal hinten ne noch was? hast du schon mal aufgefallen dass die Müll die Mülltonne hinten ist? die haben wir auch hinten die müssen wir auch mal raus stellen ja ach ich kann doch da weiter gammeln achso wir können mal mit Besprechungsfragen warum war ne Sofa W ist das andere draus wird vielleicht noch die warten bis 20 Uhr in der Hoffnung dass vielleicht noch jemand dazu kommt ja eigentlich ist es noch ne viertel Stunde stimmt solange die nicht auf die Idee kommen jetzt an bei uns zu gehen passt ne sag den Leuten wir machen heute ne Asservatenkammer auf ganz trocken ja lass mal warte ich kündige das an auf ganz aber das ist auf ganz trocken einfach ohne Vorbereitung aber könnt halt ziehen ne ohne Vorbereitung einfach rein da einfach was abheben gehen wir brauchen Geld wir brauchen Geld Jungs wir haben kein Geld also ich hab ich bin blank ich hab 50.000 dabei das war's aber dann bitte mit der maximalen Mannstärke rein wie schreibt man Asservatenkammer halt Asservaten äh Asservaten A-A-T-E-N-K-A-M-M-E-A-K ja brauchst du Geld? was? wir holen uns heute Geld wir holen uns heute Geld ich brauch kein Geld wir holen uns heute Geld überweist jetzt bitte nichts ok dann geb ich dir auch das Bargeld Asservatenkammer ne ich will auch kein Bargeld ich will aus der Asservatenkammer das frische verdiente Geld Alter ich dachte gerade lieben ich will mir das verdienen ich will mir das verdienen weil er sich vielleicht geschenkt bekommen ich will mir das verdienen also heute Asservatenkammer sagst du ja weißt du wie lange das her ist dass wir das letzte Mal eine Asservatenkammer gemacht haben und wir sind alle blank und die wurde sicher lange nicht mehr gemacht dann gehen wir heute einfach rein wir machen das so ganz spontan einfach ohne irgendeinen Plan ich hab noch nie Asservaten kann man mitmachen wobei ich weiß noch wo wir wo wir mit dem mit dem Fallschirm rein sind das war ja so geil mit dem Fallschirm oh ne ich kannste Fallschirm springen ja ist auch schrecklich ich hab gedacht wir sterben alle aber wir haben es alle geschafft irgendwie ich weiß nicht wie aber es hat funktioniert das Ding ist ja auch du brauchst halt einfach jemanden der einen Schlüssel dazu hat na das war doch letztes Mal der Key so easy gut dann ist das auch abgehakt ach stimmt eine Sache hab ich tatsächlich mit Gibi rausgefunden anscheinend haben die die so wie ich es mitbekommen habe Schlösser oder sowas gewechselt keine Ahnung oder nur noch bestimmte Officer haben Schlüsse zu diesem DNA-Raum oder so ja da wollen wir doch gar nicht hin wir wollen die Ahnung nee das aber das ist auch vielleicht mal interessant einfach das zu erwähnen ich weiß auch jetzt warum ich weiß auch warum ich weiß auch warum letztens Tim so gezögert hat mit denen hier hinkommen ob er bleiben will oder nicht er hat Wolfgang noch vorher als erzählt welchen Rang er hatte er war 1 zu 7 etc ach wie unnötig hä was deswegen musst du gleich Familie mit dir da gleich mit rausschmeißen ist er zum PD gegangen oder was nein nein er ist zu Wolfgang gegangen und hat ihm dann gesagt wo er gearbeitet hat welchen Rang er hat etc achso nachdem er ihn geblattautet hat meinst du ja macht auf jeden Fall Sinn nachdem dann Tim wurde Tim gar nicht geblattautet doch Tim wurde geblattautet das hat er vorher gemacht das hat er vorher gemacht wir hätten beide gleichzeitig machen müssen ja ich wusste ja bis dato dadurch dass Tim wach ist er hat sich erst nach dem Blattort von Wolfi gemeldet ok zufälligerweise ja das ist natürlich dumm ne das ist sehr dumm mhm mhm das heißt er hat auch nochmal gesnitcht kann man sagen naja und jetzt tauschen sie sich in naja aber jetzt ist es so jetzt tauschen sie sich Informationen hin und her er hatte zuerst ne Info er hat den Blattort weitergegeben jetzt dann hatte er ein Blattort jetzt konnte er ihm wieder die Info weitergeben ich weiß nicht wie das ist wenn man halt sich so nahe steht Vater und Sohn so zwar nicht leiblich aber mhm er weiß schon was die für ne Beziehung führen echt ne offene Dreierbeziehung ist mir doch auch egal wei 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 na gehen wir mal rein aber eigentlich ist es snitchen das ist snitch der eine kriegt ein Blattort der andere will kündigen und snitch dann einfach ich glaub ich mach morgen unsere Firmkasse ja und kündige ja gut das ist dein Sohn ja mein Gott äh ne Quatsch wo will ich denn nacken wir wollten ich sag mal kurz verwehren Dario du bist doch schon öfter da wieder noch nicht eingefunden sehr sehr popaufsteller ich schwöre schreibt die Chat gut geplant naja ich find's eher ich find's eher ja ich find's rp-technisch eigentlich schlecht gelöst ich hoffe ihr habt alle eure Präsentationen zu einem Tier gemacht das ihr gleich präsentieren werdet aber warten wir noch äh powerpoint ist fertig LR ja uah die powerpoint ist kaputt unsere Leinwand hat nie funktioniert ich war an dem Film von deiner Mutter ich war an dem Film von deiner Mutter ich war an dem Film von deiner Mutter Entschuldigung oh ich hab keine Mutter ist mir schon mal aufgefallen dass wir keinen Beamer im Raum haben aber ne Leinwand ja bin mein eigener Vormund oder das ist so ein Board weißt du musst du so ähm diesen Polylux weißt du hinschieben Alter wie früher musst du so mit Folie oha kann man denn nicht aus der Wand ausfahren aber wir haben fette Boxen da ist das wichtig gibt doch diese Ausfahrt ausfahrt ja ich wollte nicht in der Mitte stehen doch du musst da du musst da am Mikro stehen oder ja gut dann steh ich halt welche Tiere habt ihr euch ausgesucht dann warte noch mal ein paar Minütchen weil es sind eigentlich noch 12 Minuten Herr Lehrer ich war an den Tag lang ich wusste nix davon möchtest du dahin dann sag's doch aber du möchtest mir Hasenohren machen ich mach dir Hasenohren ne ich mach meine Hasenohren ich wollte grad sagen kannst Freddy und Dario machen letztes Mal hast du aber einen echten Hasen mitgebracht der was möchtest du das nicht mehr möchtest du den Hasen sehen ja er hat einen echten Hase nein Koffermann das wollen wir nicht schmeißt du das nicht mehr Koffermann ah doch kennst du mich noch ein Eichenhase ja 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 das sind dann eine Chance ich glaube ich ja wie gehts dir super ja muss muss ich weiß gar nicht was wir heute zu besprechen hier vorne aber ja ich weiß nicht ja deine Beförderung Bruder achso achso was ist deine Beförderung was Dario wird befördert na ach er ist zu überfordert mit dem Ganzen dass er wieder befördert er macht das mal Foto da unten ist die Gangster Reihe seht ihr die drei Mädchen dahinten Gangster Reihe ja das ist ja die hinterste Bus Reihe ja ganz so robust cool ach ja ach ich kann es auch einfach starten wir sind zwar früher aber ich habe auch keinen Bock diese 10 Minuten umzustellen ja warum auf wen warten wir denn jetzt noch eigentlich ist die Bescheidung für 20 Uhr angekündigt im Verteidung ist doch egal wir fangen doch jetzt schon an wir sind halt früher dran ich warte jetzt sicher keine 10 Minuten bis alle da sind 15 Leute haben zugesagt 15 wir sind eh 15 oder 2 4 6 8 10 12 14 wir sind exakt 16 Leute hier drin ja da haben wir noch 16 Leute zugestimmt mit mir jetzt so ich habe nicht zugestimmt ich bin einfach anders wer reinkommt kommt rein wer nicht der nicht man ist auch beim Termin immer 10 Minuten zu früh da das ist Fakt wo seid ihr denn alle? Sprechungsraum Perfekt so können wir schon was sagen wir sind zu spät in der Asservatenkammer oh man ich bin zu spät scheiße nie zu spät na schön wenn ihr schon dritt seid in der Asservatenkammer nein wir sind in der Besprechung fügen mit jemandem Kunden drauf das war eine Joke mein Mann brauchst du wirklich 2 Stühle dort in der ersten Reihe? der braucht doch eine Stunde bis er sich mal hingesetzt hat schau mal die Konzentration in seinen Augen schau jetzt hat er es geschafft oh gut bitte dann legt los Dario? Dario hallo? du bist nicht so loslegen ja du bist loslegen du stehst vor Mikrofon du stehst vor Mikrofon sollen wir das nicht zum Schluss machen das Thema? welches? welche Themen müssen denn vorher angesprochen werden? echt? okay ich bin gerade so verwirrt was wollt ihr denn jetzt? wie wollt ihr anfangen? ja alter jetzt leg doch mal los es geht doch um die Beförderung irgendwas ja aber ich dachte dass wir das zum Schluss machen gut das kommt zum Schluss also Punkt Nummer 1 was wollt ihr denn aus Punkt Nummer 1 ansprechen? ich habe nicht mal eine Ahnung was wir hier ansprechen wollen okay also ich weiß auf jeden Fall dass sehr sehr viele Leute auf eine Besprechung gewartet haben deshalb vielleicht drehen wir den Spieß einfach mal um und geben die Besprechung erstmal an die Runde genau hat jemand von euch was zu besprechen? ich werfe den Ball euch zu wer der den Ball hat darf sprechen das ist so wie wenn die Lehrer keinen Bock haben auf Unterricht halt wir machen jetzt einmal Titanic an hebt mal eure Hand sehr gut also niemand BMW hat was warte ich werfe dir den Ball zu so erzähl geht nur darum weil ich ja in der letzten Zeit relativ selten da bin das wird auch noch eine Zeit lang so dauern aber ich gebe mein Bestes dass ich öfter da bin ich muss oft nach Washington oder so deswegen in Ordnung wer will den Ball haben? hier Daniel ich schmeiß dir den zu und zack danke gefangen ja ich hätte auch nur zwei kleine Punkte also ich ja also die letzten ja Monate anderthalb Monate waren halt recht ruhig sag ich mal viele im Urlaub und ja ich freue mich wenn das jetzt nach und nach so die Urlaubzeit vorbeigeht und wir dann mal wieder mehr als Familie machen können das war so ein Punkt der für mich irgendwie auch wichtig ist dass wir öfter mal wieder was in der großen Gruppe machen ok danke für den Beitrag sonst irgendjemand hat jemand Fragen offene offene Dinge die vielleicht noch besprochen werden müssen oder irgendwas was noch am Herzen liegt ich glaube wir sind durch mit dem Gespräch das ist doch schön das ist doch schön wenn es keine Probleme gibt wir brauchen den Ball noch zurück Daniel werf den mal jetzt hier zurück also ich wollte mal wie ich den Ball nicht fangen konnte ja gut dann können wir gleich mit der Beförderung starten jetzt nichts es gibt halt nichts wenn jemand sagt das ich verstehe es halt auch nicht alle wollten eine Besprechung aber es gibt nichts zu besprechen das ist so super das ist toll ja aber eine Sache kann ich in dieser Besprechung schon machen dann später nach der Beförderung was können wir dann machen ja dann let's go ja nach der Beförderung wir befördern jetzt achso ja ich meinte jetzt achso ja dann let's go bitte deine Liste Moment ich muss hier unten fange ich an okay natürlich Moment ich muss kurz hier auf mein schlaues Buch gucken das Buch daheim ich werde einfach die Namen aufrufen ich hoffe die Personen sind da ansonsten naja ich weiß es nicht ja wir werden es jetzt sehen ich fang einfach mal unten an Kendrick Dolor bitte aufstehen und dann jeweils zu mir kommen aber wir gehen mal zur Seite ja ja das wäre glaube ich besser dann gehe ich auch ein bisschen zur Seite nicht dass ich auf einmal hier degradiert werde Freddy ist jetzt richtig abgehoben er steht da oben ich bin höher als er jetzt ist Marc noch abgehoben ey natürlich Moment die hat mein Assistent kannst du bitte die Schlüssel her ja das ist aber befördert hier und dann gibt es so fette Asservaten kam heute unangenehm hat schon das große erzählt nee habe ich noch nicht erzählt nein ey 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 meine beste Freundin Sophie ey 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 das hört sich an die hört dich an wie so ne Trockenfutter Marke die nächste Person ist anwesend Hallo die nächste Person ist Eis Wallow oh nein Entschuldigung Leon Dolan schlade Das ist ein trocken Futtermarkt. Happy Birthday. Ja, schönen Dank auch. Ey, warte, hat heute wer Geburtstag? Oh, schön. Ach komm. Frohe Weihnachten. Und den St. Nimmatleinstag nicht vergessen. Alles gut zum Tag der Glatze. Neu-Auer. Neu-Auer oder Neu-Bauer? Neu-Bauer. Okay, sehr schnell der Name. Heinrich? Warte, Niel, lässt du mich mal bitte kurz... Ja, ja. BMW ist zu dick. War echt hell. Einmal hier für dich die Schlüssel. Jo, danke dir. Eine tolle Beförderung. Wunderschön. Mino, Alter, danke für 20 Euro Donation. Vielen Damen. Ryan Max Walker. Einmal bitte nach vorne. Bitte was? Ja, Schatz, lass es los. Habe ich gerade Ryan Max Walker gehört? Bitte, Sir. Nein, Brian Max Walker. Ach so, ich habe Ryan Max Walker gehört. Oh Gott, das wäre schon zu lustig gewesen. Einfach BMW. Das ist das Einfachste. Ah ja, jetzt macht das auch Sinn, weil ich... Ja gut. Ja. Dann macht das Ryan nämlich keinen Sinn. Jasmin Blueberry. Warum nicht einfach Heidelbeer? Warum nicht einfach Heidelbeer? Warum nicht einfach Heidelbeer? Heidel Morgen. Einmal bitte nach vorne. Oh mein Gott. 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 Ich dachte wirklich, der macht sowas. Boah, weil er nicht da ist. Da muss ich los. Oh Mann. Danke dir. Er kommt frisch aus dem Gym, das sieht man. Ich gebe einfach allen einen Schlüssel auf die, die schon einen haben. Ist mir egal. Danke, danke. So. Bleib ruhig sitzen. Dann haben wir Jason Mike. Nicht anwesend. Nicht anwesend. Gut. Dann... ...haben sich die Eltern nicht entscheiden, wie sie ihr Kind nennen wollen. Ui. Auch bitte einmal nach vorne. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Bitte. Dankeschön. So. Dann haben wir den Herrn Shelby. Adrian. Nicht anwesend. Nicht anwesend. Dann machen wir weiter. Jesse Smith. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Jesse. Jesse? Wie hab ich falsch ausgesprochen? Richtig. Genau so. Genau so. Habe ich falsch ausgesprochen? Richtig. Jetzt kannst du auch Jesse Schmidt sagen auf Deutsch. Der Schmidt. Yes. Yes. Sollten wir auch über die Blood Outs schon reden? Nein, nein, nein. Welche Blood Outs? Hier gibt es keine Blood Outs? Was redest du denn? Was? Der Rest, der nicht aufgerufen wurde, können einmal hinten Richtung Pool gehen. Scheiße. Nee. Nee, aber es betrifft jetzt jemanden, der hier ist, ne? Nee. Lorenzo, das war auch schön. Also pass auf nochmal für euch alle. Lorenzo haben wir wieder eingestellt. Der war verhindert, wer es nicht mitbekommen hat. Ist jetzt wieder da. Auch wieder auf Mitarbeiter, so wie er gegangen ist. Er ist freiwillig gegangen, aufgrund von privaten Gründen. Er ist auch nicht wegen Geld gegangen. Und mit politischer Glatze wieder dabei? Ja klar. Nur damit erst wissen, dass er euch als Mitarbeiter eingestellt ist, wer ihn nämlich nicht kennt. Er war vorher schon Mitarbeiter und ist auch herzlich wieder willkommen. Hallo. Willkommen zurück. Willkommen. Danke. Willkommen zurück. Also solltet ihr Fragen haben, bitte kümmert euch um ihn, aber ich denke mal, er wird noch so weit alles wissen. Ja. Oh, mehr oder weniger. Sonst, ja, den Rest werdet ihr später erfahren, wenn die Leute da sind, die jetzt nicht da sind. Was? Gibt es noch eine weitere Besprechung oder was? Eine Nachbesprechung? Ne, ich meine, wenn es die Blattouts gibt. Ach so, ich dachte, jetzt kommen da noch Leute dazu, die einen Termin um 20 auf Wuff zern haben oder so. Nein. Super. Wenn die generell wieder da sind. Wenn die generell immer wieder da sind und dann wieder gehen. Und dann wieder weg sind. Gut. Ja, warte, ich bin noch nicht fertig, ich hab noch was. Ach so. Gibt es noch irgendwas Großes, von was wir hier reden sollen? Was ist mit der Kellertour für die Azubis, die jetzt befördert wurden? Kommt natürlich noch. Die gibt es jetzt natürlich. Die, okay, dann bin ich ja der. Läuft das Ding? Hallo? Test, Test, eins, zwei, drei. Komm mal drauf. Warte, ich muss. Wunderbar. Hallo? Ist jetzt besser? Test, Test, ist das jetzt alle? Ja. Ja, funktioniert. Halt das jetzt? Halt das oder ist jetzt Echo drauf? Nein, das funktioniert. Probier es mal mit dem. Der muss Echo drauf. Nee, der muss Echo drauf. Ist ein bisschen crispy. Nee, warte. Ein bisschen crispy machen. Jetzt ist crispy. Jetzt passt. Besser? Das ist nix anders wie vorher. Das ist wirklich nix anders. Gar nicht. 1a Mikrofon. Nee, so. Jetzt aber. Ähm. Nein. Was nein? Nein. Was nein? Hört sich immer noch an wie vorher. Ja, passt doch. Ich, ich, ich. Ach so. Ist ja. Ich hab nur getestet, ob das Mikrofon funktioniert. Also es funktioniert nicht. Ja, ist kaputt. Ja, ist kaputt. Muss mal umtauschen. Muss mal der Elektriker kommen. Äh. Ja, der Elektriker. Oder musst du neu kaufen. Na, Baby. Also das Traurige ist, der Elektriker ist ja immer nicht da. Nee, ähm. Ach nee, das. Das haust mich übers Mikrofon. Und das war aber. Das war sportlich. Das Mikrofon war echt kaputt. Ähm. Gut. Ja. Willst du da raufsteigen? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie das... Ey, Marc. Ja? Ich hab eine Frage, Bruder. Ja? Wann hast du letztes Mal dein Willi gewonnen? Hahaha. 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 Oh nein. Hahaha. Hahaha. Jetzt kann ich, jetzt kann ich ernst bleiben. Jetzt muss ich ganz genau denken. Es tut mir leid, es tut mir leid. Okay. Also, ähm. Ich muss, ich muss euch eigentlich eine sehr heftige Ankündigung sagen. Vielleicht trifft das ein paar mehr, vielleicht ein paar andere weniger. Ähm. Vielmehr auch nicht schwer, diese Entscheidung zu treffen. Nein, umgekehrt. Es ist vielmehr schwer, die Entscheidung zu treffen. Hahaha. Hahaha. Es ist, es ist, es ist vielmehr sehr schwer. Oha, oha. Ja, es ist, ich war jetzt sehr lustig jetzt, jetzt dadurch, dass das... Aber vielleicht für ein paar negativ, für ein anderer positiv. Ähm. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Das ist mir jetzt etwas so... Ey, was ist denn los, Alter? Was ist denn jetzt nervös, Alter? Ja, ich bin sehr nervös. Ich auch. Ich bin... Ich bin sehr nervös. Es hat auch... Oder... Ja, es ist, ich weiß nicht, ob ich das sagen soll. Hä? Hau raus jetzt. Schnell. Äh. Äh. Ja. Ja. Ja, okay, es ist, es hat nichts mit einer Schwangerschaft zu tun. Ja, los jetzt! Es hat nichts mit einer Schwangerschaft oder Heirat zu tun. Ja. Das war uns schon klar. Okay. Nach anderthalb Jahren ist das jetzt ordentlich überfällig, ne? Seid ihr ready? Seid ihr ready? Was euch jetzt komplett durch den Kopf gehen wird für die nächsten paar Tage? Bestimmt nichts. Wir ziehen um. Was? 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 Wir ziehen hier weg. Also. Neu oder... Stopp, stopp. Ganz kurz. Wir ziehen in die Bikerbar! Ja! Ja, wir ziehen in die Bikerbar! Wichtige Frage. Wichtige Frage. Wichtige Frage. Was nostalgisches oder eher was Neues? Ich geb dir keine Info, wo wir hinziehen. Du weißt, wie schnell das spreadet. Sobald jemand weiß, wo wir hinziehen, ist Ende. Na... Können wir das PD besitzen einfach? Ja, einfach das PD besitzen. Weil dann haben wir die Asservatenkammer gleich für uns. Ich hab mal grad sagen, wir haben unser Büro in der Asservatenkammer. Wir nehmen alles in dem Ding, was das PD konfisziert. Das wäre aber... Guck mal, oder Marc? Das hätte was. Jetzt weiß ich, warum auch eine Asservatenkammer in der Klasse ist. Da steht dann 1 zu 700 Ball da draußen dran. Ich mein, das muss gefeiert werden. Wir ziehen hier weg. Und du weißt, was das Traurige ist, dass wir selbst hier keinen Elektriker hatten. Das ist das Traurige. Das ist das einzig Traurige. Und er ist bis heute nicht gekommen. Ja. Marc kam einen da drüben in der Elektriker. Der Typ ist einfach... Der Typ ist locker tot. Wir haben zwei... Wir haben zwei Anwesend. Auf beiden ist der Elektriker nie gekommen. Das musst du dir vorstellen. Und der A da musste im Keller irgendwas reparieren und wurde dann da eingesperrt und ist verhungert. Ich glaub die erste Termin mit dem Elektriker ist jetzt zwei Jahre her. Ich glaub die AGBs wurden einfach nicht gelesen. Aber das steht irgendwie drei Werkjahre. Ein bisschen weniger noch. Aber jetzt mal so die Frage an euch. Werdet ihr das hier vermissen, wenn wir umziehen? Werdet ihr das vermissen, wenn wir hier sagen, wir ziehen hier weg? Ja, schon. Das ganze Anwesen hier. In gewissen Maße bestimmt jeder immer. Es kommt drauf an. Also ich sag, es kommt drauf an, wo der nächste Bremse ist. Ja. Werdet ihr uns immer einziehen? Also hier ist eigentlich... Hier ist eigentlich schöne Nähe von Oceans. Wirklich? Wow. Okay. Wow. Richtig. Das ist wichtig. Das ist wichtig für mich. Lasst euch doch einfach überrasen. Ich verletz mich alle fünf Minuten gefühlt. Da musst du halt aufpassen. Auf den Golfplatz. Da musst du halt mal das Messer wegstecken. Ja, aber ich hab mich dazu entschieden einfach, weil... Das Haus ist zwar schon schön und so. Aber es ist, glaube ich, auch sehr unbenutzt im Großen und Ganzen. Wie viele Räume wir hier benutzen. Stromkosten bei einem Audi-Niedriger. Ich würd sagen, es ist einfach zu groß. Ich würd sagen, wir ziehen auf dem Hauptplatz. Wir ziehen auf dem Hauptplatz um. So ist es. Ja, genau. Wir hauen uns heute hin. Im Würfelpark. Ja, stimmt. Der Würfelpark. Würfelpark. Bitte tun Sie das nicht. Hier war letztens einer da, der hat gesagt, ja, ich hab so vieles am Würfelpark gehört. Boah, ne. Echt hier drin. Der wollte sich bewerben, weil er am Würfelpark gehört hat, dass man bei uns einfach ans Tor geht, keine Ahnung hat, wer wir sind, und da sagt, ja, ich will zu euch. Und morgen wird man hören, am Würfelpark wir ziehen um. Ne, ab morgen, hör mal das, wir ziehen um. Wir ziehen alle um. Ne, mach mal übermorgen. Was ist morgen? Dann hab ich am Würfelpark gehört. Ach so. Ach so, ach so, ja, gut. Ja, ja, ja. Das kann man schon an Leute am Würfelpark, das sind wirklich News, da kann man drauf vertrauen. Pedi weiß schon morgen, wo wir hinziehen. Perfekt. Oder die machen es so. Die machen morgen schon Razzia. Ich hoffe, die hat schon die Schlüssel gekriegt. Ne. Oder Zwecksbewerbung, wir machen es so wie die Biker, wir stellen uns an den Hauptplatz hin. Großes Schild. Wir machen öffentliche Bewerbungsgespräche am Hauptplatz. Weißt du, wohin? So wie es die Biker gemacht haben damals. Dachte ich mir auch so, ja. Es weiß niemand, wohin. Hast du gedacht, er weiß es, wohin es geht? Nein. Ich hab niemandem erzählt, wo es hingeht. Keim. Nein, das weiß keiner. Ja, das weiß keiner. Das kann keiner wissen. Hoffentlich nach Hawaii. Scheiß auf Hawaii. Was für Scheiß auf Hawaii, was ist mit dir? Also ich komm mit Livi mit nach Hawaii. Hawaii ist cool. Dario, machst du die Kellerführung? Boah, ja. Ui. Okay, Leute, Dario macht Kellerführung. Auf zum Keller. Der Kamin, Mann. Komm mit. Der Linkskamin, Mann. Der Pfotter, Alter. Gleis 934. Wir ziehen ins PD, Leute. Ja. Komm mit jetzt. Da haben wir irgendwo eine Kamera rumlegen. Dann machen wir einen Block. Ja, Leute. Das ist raus. Wir ziehen offiziell um. Achso. Hier. Sorry. Das letzte. Genau. Kann mir keiner in den Rücken reinstechen, weißt? Das ist immer so. Boah. Er macht Indoorführung, Alter. Ha, 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 ha. Ich will jetzt nicht, ob er mir den Keller ankommt, oder? Nee, ich auch nicht. Aber wir gehen alle zu meinem Wohnmobil. Zu meinem Kocher. Was ist deiner, der so kacke geparkt war? Äh, Bruder, Kennzeichen Kocher. Beste Leben. Ja, Leute. Wir werden schon sehen, ob wir da hinziehen werden. Es ist auf jeden Fall. Ich kann euch jetzt so viel sagen. Da, wo wir hinziehen, es ist heftig. Es ist was ganz anderes. Ja, ganz unauffällig. Aber ich finde, es ist heftig. Es hat, es hat, ich finde, es passt mehr zu 1 zu 7, als das jetzige Anwesen, muss ich euch sagen. Ich meine, das neue Anwesen ist ja an sich schon fertig. Deshalb habe ich mich jetzt dazu entschieden, das hier zu droppen, weil ich wusste lange Zeit nicht, ob wir umziehen sollen. Und, äh, jetzt ist es fertiggestellt. Jetzt haben wir gesagt, komm, ich kündig's heute an, dass wir umziehen. Das ist nämlich eine Asewartenkammer heute werden. Die Frage ist, hat unser neues Anwesen ein Flachdach? Das ist die Frage aller Fragen eigentlich. Warum, übers Mutter, setz dich in ne Wanne voller Fanta, damit sie auch mal ausnachig anbogen kann. Ja, ist ne Limo. Damit sie in dein Limo. Ja, den geht ich auch. So, warum stehen wir jetzt hier vor dem Wagen? Gibt's da irgendeinen Grund? Wir warten auf die Führung da. Aber warum ist da überhaupt der Kocher vorm Haus? Weil das meiner ist. Das ist mein Auto. Ach sooo. Wir freuen uns, deine Mutter ist die Synchronstimme vom Terminator, Alter. ich bin jetzt ich bin jetzt so oft ganz weißt du locker und so ja stimmt du hast der jogging an seitdem ja ja ich muss jetzt richtig auf assi machen das schwarzen fährt im bus vom a-team einfach ja oder dann mrs g von elfenbein jägern verfolgt also warten kann man ja genau wir warten so bis die tour unten fertig und dann können wir eigentlich loslegen stimmt da können wir uns schon mal ein paar waffeln holen dann müssen wir das jetzt leider unterbrechen wieder die tour sehr gut also ich habe schon mal kein geld um eine rechnung zu bezahlen das ist original dreieinhalbtausend dollar auf dem konto weil ich bin heute wieder eingereist leute wir werden auf drei null wenn wir umziehen aber es ist ja bald soweit deshalb habe ich es heute angekündigt so mit dreieinhalbtausend lebt sich das schwer so ein paar nette professor fragen geben sie das bestimmt aber ich denke euch wird das neue anwesenden auch gefallen vielleicht werden ein paar das hier besser finden weil das hier natürlich auch gut classic ist so mittlerweile das was wir jetzt hier haben aber ich ich denke dass euch das andere auch sehr gefallen wird und ich sag halt wie es ist es ist passt das andere passt halt ein bisschen besser als anzusehen zum stil und so was ist das hier ja hier haben wir natürlich hier ist natürlich das alles was wir einkaufen und so packen wir um das gute zeug wir packen halt das was wir einkaufen im kleinkopf ja ja wie ist denn das eigentlich ein bestimmtes outfit was ihr schon habt oder du meinst für den raub heute ich denke das wird noch festgelegt ich weiß was cool wenn wir alle anzüge an hätten so richtig cool war das nicht schon neu ne also bei einer aservatenkammer nicht ne da haben wir uns immer ein bisschen militärisch angezogen dann war das nationalbank was nehmen wir denn mit was ist eigentlich mal so p90 oder oder eher das kleines was immer gut ist die aservatenkammer ist immer sehr auf nahe kampf ausgelegt nehmt am besten irgendwas mit was auf die nähe gut funktioniert also ne p90 aber gut sie ist auch geil ne block 18 hat man aber das leben gerettet bei einer aservatenkammer da hab ich mal einen korp umgelegt der sich gewehrt hat könnt ihr euch das alles umbauen und da ist auch unser lager wo grad die ganz netten herren stehen hallo der macht fotos von uns hier unten keine fotos ne ja ja das ist für den würfelpark das ist für den würfelpark zum aushang ja das ist für die bewährungen kann ich dir die 100 stelle geben und im letzten monat habe ich noch 60k ja ich gebe dir noch eben die 60.000 und ja 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 hast du ein erweitertes magazin für mich für die glück auch denn eventuell natürlich ich hab extra 3 mitgenommen boah ich danke dir ich danke aber sicherlich ich dachte nämlich ich hab nur 2 dabei hätt ich eh 3 jetzt drin brauche ich jetzt 3 panzerungen oder das ist schlecht weil dann benutze ich dir eine schnell ah nee kann ich nicht ja ich habe aus Versehen 3 jetzt mitgenommen wie auch immer ich das gerade von geschafft habe hallo hallo ja Tür einfach kaputt ja dann machen wir heute leute eine Asservatenkammer also heute geht es dann ab angekündigt dass wir umziehen neue neue location höchstwahrscheinlich naja das wäre ja eine neue location wir ziehen hier um ne eigentlich ja ok eigentlich ja ne eigentlich schon doch ok aber es ist schon länger ja ich war ja eigentlich ja ich war ja eigentlich ich mein ich hab's halt mitbekommen äh du bist ja normal einfach zum Flughafen gegangen was ich weiß und hast halt genau gesagt ne keiner Zeit ja also ich war halt weil weil Freundin Ex-Freundin derzeit eigentlich ja ja also die Story ist schon hart ja die ist auch hart also da hab ich auch erstmal ein paar Tage gebraucht um das zu verarbeiten ja der Kopf hoch ja es wird sich irgendwann irgendjemand anderes finden du findest irgendwann den richtigen Deckel für nen Topf irgendwann immer manche Töpfe sind krumm manche Töpfe sind krumm genau aber dann gibt es auch einen krummen Deckel dafür ne muss ja nicht genau oben schließen aber soll halt passen weißt du der Deckel darf nicht zu klein sein das ist das Problem wenn der Deckel zu klein ist fällt er in den Topf rein ja wenn du dann wenn du den richtigen Deckel gefunden hast und nicht in den Topf reinfällt reicht das auch schon aus du sagst grad es ist schlecht drin zu sein das hab ich grad nicht gesagt doch doch nein wenn es passt passt es nicht hab ich gesagt wenn es passt dann passt es wenn es passt dann passt es nicht wenn es passt dann passt es nicht wenn es passt dann passt es ah ja ok braucht jemand ne Weste ich hab nämlich drei Stück ich kann nur zwei haben braucht jemand eine ne leider nicht ich würde nur eine gehen ich würde eine nehmen ich auch warte dann teilt euch die eine teilt die euch einfach eine bitte auseinander schneiden okay da machen wir also heute ne schöne Asservatenkammer ich find nach dieser schönen Ankündigung können wir das auch schon mal heute feiern deine Mutter kämmt sich denn wirklich ne Frage wann wird denn eigentlich das neue Gelände denn eigentlich veröffentlicht morgen morgen 20.15 morgen 20.15 sind wir dort 20.15 auf Sat1 ja auf Sat1 live ein RTL ich kann soviel sagen dann wenn der Elektriker Zeit hat dann dann 20.15 20.32 ja ich frag mich bis heute was der Elektriker macht beruflich also ich frag mich das halt wirklich was macht er vor allem für seinen beruf glaub ich ne das ist ja du musst ja den beruf ausüben Hartz 4 ah ne Bürgergeld Burgergeld damit er sich Burger kaufen nur für Burger Burgergeld so deine Mutter läuft bei Super Mario der Ameri ich sag jetzt schon mal wenn wir die Asservatenkammer machen dann fahr ich nicht weil dann überschlagen wir uns nach 5 Minuten bei der Asservatenkammer ist die Wahrscheinlichkeit dass wir uns überschlagen eh ein bisschen höher ist sonst passt das schon sie kann nicht auch zu fahren verstehst du ich fahrs nochmal ohne Verfolgung oder nichts und überschlag mich nach 5 Minuten schon wir müssen uns nur überlegen wie wir da reinkommen aber wir können das auch ganz auf auf spanische Art und Weise machen einfach ein Copper Skiesel nehmen wir dann rein da du musst halt nur hoffen dass dort genug sind weil du musst die ja dann sprayen in dem Sinne wie so Yu-Gi-Oh Karten den einen der aufmachen kann der Bart ich mein ich hätt halt sonst die Idee weil das echt letztes Mal ich weiß wir sind super toll im Kreisebau weil wir letztes Mal das übelst geil geschafft haben wo wir mit dem Helikopter abgesprungen sind also nicht der Helikopter ist abgesprungen wir sind abgesprungen im falsche ich hab bei mir auch nicht und dann das mach ich nicht das mach ich nicht das sterbe ich auch nicht das sterbe nein nein nicht alle nicht alle aber es hat funktioniert es geht darum es hat funktioniert wir waren da zu zweit oder zu dritt oder zu viert nochmal drin und haben diesen Laden auseinander genommen die hatten gar keine Chance was zu machen da drin Nachteil ist wäre es schiefgegangen wenn wir da drin sowas von draufgegangen wir wären direkt weg gewesen also ich bin nicht für Helikopter bist du nicht dafür abzuspringen ganz kurz bevor wir das machen und ich dir was zeigen bitte nicht deinen Spiegel äh gibt einen eigenen Paragraph im Strafgesetzbuch für Ausraubendasservatenkammer irgendwie 200 Monate oder irgendwie sowas keine Ahnung so viel ja ist doch schön oder das ist eine hohe Sprache das ist doch schön aber ey dann hab ich wieder was Neues in der Akte stehen da habt ihr dann das Familientreffen quasi 200 Monate lang das PD ist neuer Anwesendern wunderschön was macht da eigentlich mein Diamant welcher Diamant ich wollte es nur sagen ne der wurde Geld als ob er den nicht schon verkauft hat ist gut ne ja das könnte wahrscheinlich dann auch nicht kann es so sein Freddy der ist mir aus der Taschen gefallen das letzte Mal wo ich sag ich doch wo ich schwimmen war ne ich war schwimmen und beim schwimmen ist der mir aus der Taschen gefallen der muss irgendwo noch ein Meer liegen also ich kann auch mal mit Boxerschotten ab dem Diamant in der Boxerschot stecken ja es hat wirklich so passiert ja das war nur Show ich möchte doch schon mal sagen ich hab noch nie mit einer Waffe so wirklich auf dem Mund geschossen ja die so schlimm ich glaube da hat 70 Dollar eingezahlt wer hat eingekauft und hat Profit 70 Dollar Bruder ah ah ja auf jeden Fall Nullen okay gut also dann Plan wäre so wir ziehen uns ich würd sagen mit Anzug an Anzug 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 hey und wir waren beim Kleid oder so passt oder ne ne wir ziehen die andere Maske an das ist zu sehr 1 zu 7 Style wir brauchen so ne wirklich diese was ist mit der hier ihr habt die alle nicht hat keiner die Maske die ich denke die diese ganz normale wie sieht die dann aus ja genau diese Skimaske die ganz normale mit unten Loch drin was also Skimasken kann ich definitiv nicht aufsetzen mit was von nem Loch die kann ich auch nicht aufsetzen die passen eigentlich auf ja auch wenn die nicht passt dann sehen wir sie trotzdem auf einfach was Bruder Alter das sieht aus ich hätt ich keine Ahnung was für eine Bruder ich kann keine Skimasken tragen oder die scheißen sich ein wenn die mich dann säen die lachen mich auch alter ja ist doch gut dann können wir nicht einfach so ne mir passen die Skimasken auch nicht perfekt aber besser als kann ich nicht einfach nackig gehen Wir gehen alle als Streichholz. Wir gehen alle nackig, der Kopf wird von selbst. Ein Streichholz. Ja, aber die haben ja dann wieder die Fotos von den Texten. Oh nein. Stimmt, die könnten wir eigentlich auch klein mit löschen. Um Lasern, Alter. Datenbank könnten wir eigentlich auch klein mit löschen, oder? Aber rein theopraktisch wäre es lustig, wenn wir... Oh mein Gott, das hat mir gerade von der Idee gebracht. Was ist, wenn wir uns alle anziehen, als wären wir auf einer Beachparty? So mit Badehose und Bikini. So Bikini-Style. Ja, ja, okay, okay, okay. Da kommen wir dem Hawaii schon wieder näher. Oder wir gehen alle als Hawajane. Aber was für ein Hatzolik. Nee, Hawajane hatten wir schon. Die Frage ist eher, was dann für eine Maske drüberziehen. Ja gut, okay. Die Fischmaske wäre doch gut. Irgendwas Buntes, was Witziges. Ja, irgendwas mit einem Motiv drauf oder so. Aber lass auf jeden Fall durchziehen. Es gibt welche mit Blümchen. Lasst uns doch einen Familienausflug zum Maskenladen machen. Dann können wir... Ganz kurz, ich sag mal so, wenn wir alle in einen Kleidungsladen gehen, das fällt auf. Ja, wir teilen. Nur die Maske. Nur die Maske. Ja, aber wir können uns ja alle Badehosen so anziehen. Also ich würde mich nicht mit Badehosen... Doch, das ist lustig. Ich würde sagen, erst mal Kleidungszumacher. Ja, aber wir gehen dann rein und sagen, wir wollen die Datenbank gelöscht haben, oder? Hm, wie wär's mit so einem Overroader? Ja, aber wenn ihr nicht in den letzten 200 ihr Schnappboren seid, dann ist eure DNA nicht da drin, weil wir haben die ja rausgenommen. Warte, wie lange dauert das, bis man wieder einen Waffenschein beantragen darf? 22 Tage. Ich hab drei, ich kann dir einen abgeben. Ich mein, ich hätt sonst noch ne lustige Idee. Bei Nazio sind's 22 Tage. Warum bist du jetzt nackt, Marc? Nee, ich hätt sonst die Idee, wir tätowieren uns alle so nochmal Tattoos drüber, komplett. Ja, aber dann hab ich die Tattoos, die ich jetzt hab, nicht mehr. Die find ich dann bestimmt nicht mehr. Dann hab ich kein Geld mehr. Dann hab ich kein Geld mehr. Ja, ich hab kein Geld. Okay, dann machen wir halt alle. Dann machen wir alle. Dann machen wir alle. Oder was war's ja, wenn wir Weihnachten vorziehen? Nein, das ist so schrecklich. Ne, pass auf, wir machen alle Anzüge, wenn du das. Marc, erinnerst du dich noch damals an den Bigfoot-Raum? Ja. Oh Gott. Ja, weiß ich noch, der war schrecklich. Anzug. Da haben wir doch die ganze Zeit so. Also Anzug finde ich bis jetzt die Messe. Oder wir gehen einfach als Schimpansen. Geben wir unseren Anzug? Ja, also jeder nimmt sich einfach einen Anzug, jeder kleidet sich jetzt schön, dann machen wir das so. Also nehmen wir dann auch einen Anzug, wir Frauen, oder nehmen wir ein Kleid? Genau, auch einen Anzug. Gut, dann, Leo, dann müssen wir jetzt losfahren. Ja, du hast doch einen Anzug. Gut, ich bin der Einige, der zu klar ist, aber dann kann ich den Anzug machen. Tür auf, zu, auf, zu, auf, zu. Alle müssen hier lang, oppala. Jetzt mal verlaufe ich mich. Bin ich froh, wenn ich hier ausziehe. Erst mal einen Kilometer rennen. Jetzt weiß ich, warum du mich hier weg willst anscheinend. Ja, du musst kilometerlang rennen, bis du irgendwo bist. Oh, that's it. Sorry, ich geh doch eher Slender, man. Zu viel. So, ich dachte, okay, ich geh in dem Anzug. Ich geh jetzt als Slender. Soll es unbedingt ein schwarzer Anzug sein? Ja, auf jeden Fall ein schwarzer Anzug, bitte. Ja. Wir können euch sonst freiem Lauf lassen. Wir lassen aber nicht gut, bitte. Stimmt, ich hab dich ja vorhin die ganze Zeit ohne Hut gesehen. Oder? Freddy ohne Hut ist wie Grillen ohne Glut. Oh mein Gott. Oder? Oh mein Gott, Marc. Oh mein Gott. Und das find ich nicht gut. Oh Gott. Geh rein in die Menge. Okay, ja, ich lass den Anzug dir an. Oh, sogar mit weißer Handschuh. Der sieht aus wie Slenderman ein bisschen. Und jetzt brauch ich noch eine, wenn ich jetzt noch eine weiße Dinger überziehe, dann passt das perfekt. Eine weiße Maske. Boah, ich könnte auch eigentlich als Hitman gehen. Boah, das wär auch geil. Du musst ja hinten so ein Tattoo stechen lassen. Achso, nee, aber stimmt, das geht nicht. Kleidungsladen. Man sieht ja die Glätze gar nicht. Nope. Scheiße. Also du ziehst hier vorne. Oh, ich trage eine Halbmaske. Ja, ja, da Halbmaske drauf und dann passt das. Also jetzt alle Kleidungsgesche... äh, äh, Dings, ne? Maskenladen. Maskenladen, so sieht's aus. Äh, was für Fahrzeuge habt ihr euch gedacht? Wo seid ihr? Wo kann ich mit? Äh, Fahrzeuge waren weiß ich noch nicht. Ist die Farbe egal. Okay, also Maskenladen am Strand oder wo? Ja, genau. Ich weiß nicht, ey, ich muss immer mitfahren. Ja, komm bei mir. Ich bin leider nur ein Zweinsitzer. Ja. Warum ist der so kaputt hinten? Ich hab den ganz normal eingeparkt. Ich hab keine Ahnung. Der Wagen einfach halber total schaden. Passiert meinst du? Ah, Entschuldigung. Kann ich Auto fahren? Das passiert auch noch. Dann lag ich mir hier. Ja, komm gar nicht. Hast du, ob ein Führerschein mag? Äh, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich kann mal gucken. Äh, weil mir wurde letztes Mal oft mal was abgenommen. Äh, ja, ich hab einen Führerschein tatsächlich. Ah, sehr gut. Ja, ich bin... Nicht wie beim letzten Mal. Ja, ich war sehr stolz drauf und dann hat das Schein. Ja, wurde abgezogen. Jetzt waren wir fast zwei Stunden am Anwesen, Alter. Endlich sind wir draußen und können mit loslegen. Und ich bin grad so happy. So, sind wir schon doof. Ui. Also entweder so eine richtige Bankräuber-Maske, so wie bei Payday so ein bisschen, die hier. Ich bin grad im Kleidungsplatz. Äh, wir sind grad im Kleidungsplatz. Oder halt, äh... Hast du da einen Hauptplatz oder Strand? Ja, hier so eine Skimaske. Hä, warum ist das so ein Dämpfunk? Skimaske, was für ein Egel geht. Na Frage, wegen dem Anzug Krawattenfarbe? Ja, ist glaub ich, egal. Ja, ist glaub ich, egal. Das ist aber schwarze Anzug. Oh, Kassels von der Siebenkreuze. Schabatte Pflicht, da geht auch auf eine Sam. 37... Ja... Nee. Ja, 37. Nee, die passt, oder? Weiß ich nicht. Das ist wie so ein Sack, eigentlich, ne? Kartoffel ist so ein Newton-Beutel einfach. Die 37 ist doch ganz... Die ist sehr schlecht. Sind wir so auf Payday angelehnt? So eine Maske? In der Art? Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ja, doch, ja. Welche Nummer? Welche Regalnummer? Ja, die sind ganz am Anfang. Aber ich würd'n bisschen schauen. Es gibt, glaub ich, mehr so Masken, die so aussehen. Was ist denn mit der 52? Ja, meine Backen schauen dazu sehr durch. Ja, das ist... Wenn wir meine Backen durch. 9,90 nehm ich. Stark, oder? 9,90 stark. Oder die... Oh, ja, Mann, die 9,90. 9,90 ist geil. Kannst du Farb auch jetzt hören. Ähm... Tja. 9,90 finde ich. Sind wir grad am klären, unten am Strand. Und erinnert mich auch immer an Habub. Was zum Anzug, oder? Erinnert mich zu sehr. Habub, die Maske. Die hat ja immer an. Wirklich? Aber ich find die eigentlich richtig strong, Mann. Aber... Ja, eigentlich, die sieht eigentlich... Also ich muss sagen, wenn wir die alle in gleich nehmen, die sieht schon irgendwie geil aus. Oh, die 106,25 ist krass. Was? 6,25. Äh, 106 und dann ist auf die 25 das Weiß. Oh, ja, okay, ja. Oh, okay, ja. So ein Panischer-Style, ne? Ja, Mann. Ich glaub, das sieht richtig heftig aus. Aber die ist halt einfach so übelst fett, ne? Ja, aber... Ja, geil. Schau mal, wie cool der aussieht. Was habt ihr denn, ja? Ich nehm die auch, Digga, die ist geil. Ne, okay, passt. Problem ist nur die Haare. Guck dich raus. Ja, die Haare, wirklich danke sehr, guck mal. Wo? Bei mir nicht. Bei mir? Achso. Ja, okay. Bei dir fällt das aber nicht so... 110, 121? 110. Was ist das denn jetzt? Welche ist das denn jetzt? 126. Genau. Die Hälfteprobleme haben 10er. Ist doch egal, der sieht trotzdem gut aus. Mütze drüber, fertig. Ja, Mütze drüber und dann nicht so viel heulen. Hä, ich hab ne Glatze. Ich hab keine Mütze. Wir sind aus wie Leute, die nichts Gutes wollen. Das ist gut. Hä, wieso ist denn die jetzt schon wieder weg, die Maske? War nicht gekauft, vielleicht? Kein Geld? Ach, ich hab nur 23 Dollar dabei, daran liegt das wahrscheinlich. Na, warte, ich geb dir Geld. Wir sind echt creepy aus. So wollen wir jetzt Fahrgemeinschaften oder... Welche Maske ist das? Ja, müssen wir entscheiden. Bitte? Ja, die 100x und die Variante 25. Kann ich bei dir mitkommen. Ich hab noch Platz im Kocher. Ja, außer er steckt in mein Auto ein. Boah, ich würde ja auch zu einem geheimen Kocher mitfahren. Treffen dann nochmal Gelände? Kannst du mit mein Auto fahren? Natürlich. Zum Gelände bitte. Er ist offen. Ich bin mit meinem Kocher hinten rein, wenn das geht. Ja, das geht. Ich bin hinten im Kocher drin. Ey, fahren wir mit dem dorthin jetzt? Fände ich wild. Da seh ich uns, Alter. Mit dem Kocher vorfahren, Alter. Mit dem Ferrari. Ey, wir werden... Wir werden das PD so hops nehmen. Bruder, mir fällt grad auf. Kannst du kurz Waffen laden anhalten? Ich brauche nur ne Weste. Wir haben doch unten Westen. Ja, hab ich vergessen. Mein Gott. Der wollte jetzt schon loslegen, oder? Ich muss doch irgendwo nur tanken, oder? Du hast ja irgendwo ne Tankstelle in der Nähe, Alter. Ja, beim Waffenladen direkt nebendran. Ich hoffe, wir schaffen das mit dem Tank. Sag mal, seid ihr eigentlich alle gerade bewaffnet? Das hört sich eigentlich auskriegen. Könnt dich direkt fest und auch einfach schweiß drauf. Also wollen wir mit dem Kocher vorfahren, oder was? Das wäre schon geil. Findest du, das macht Sinn? Welche Maske? Ja. Was macht schon Sinn, Broga? Aber dann müssen... So auffällig, dass es unauffällig ist. Okay, danke. Ja, wir müssen halt schauen, weil wir müssen mit Waffendrädern aussteigen. Wir müssen halt ne Geisel direkt nehmen. Ist halt die Frage, ne? So PD. Nicht, dass die uns direkt abballern, wenn wir reingehen. Ja, aber wir müssen die Geisel ausstehen reingehen. Oh, da vorne ist Marsche. Ah ne, der war meint. Das ist ein Autohaus-Auto gewesen. Oh, oh, Bruder! Oh, komm! Oh, komm! Zieh die! Ich hab ganz schlechte Erfahrungen mit Tankstellen und Tank fast leer. So, ich geh kurz Waffen laden, ne? Ich bin gleich... Jawohl. Kauft euch noch einen Kanister, wenn ihr keinen habt. Vielleicht, oh mein Gott. Oh! Schöne Fotos! Da sind schöne Fotos hinten drin vom Auto. Was? Ja. Schaust du doch meine Fotos an oder was? Wo kommen die denn her? Das bist du mit KI weiblich, Bruder. Ach so, danke. So, ich hab jetzt dabei... Ich hab heute mal einer drauf geworgen gerade, Bruder. Ich will gleich wissen, was du mit dem Ding hier alles machst. Ich mach noch große Jalousie vor, weißt du? Mhm. Du bietest dich an. Du bietest dich auf der Straße an. Dann stell ich mich an den Hauptplatz, Bruder. Du bietest dich an. Bei den Frauen ist die Maske dasselbe. Ah, ich weiß nicht, ob ihr es jetzt mitbekommen habt oder ob es runtergegangen ist im Bunk. Ah. Ich könnte noch mithelfen, vorbereiten und eventuell jemand mit dem Heli oder so kurz absetzen, aber dann müsste ich gleich ins Haus so in 20 Minuten. Ne, wir machen das relativ schnell. Wir machen das fix. Danke. Wir machen das so rein, da so auf ganz entspannt. Ohne Heli, ohne alles. Wir machen das so. Aber wie machen wir die Flucht, Bruder? Weil wir den Korra flüchten. Du, keine Ahnung. Wir holen uns da ein Auto. Pass schon. Weißt du, was du machst? Was wir machen können schon. Wir können vielleicht schon ein Auto einfach davor parken. So, weißt du? Das stimmt. Ein Auto wäre nicht schlecht irgendwo hinparken. Ja, ich kann euch da ein Auto hinstellen. Was wollt ihr da bei uns haben? Dann geb ich einem von euch einen Schlüssel. Drei Sitzer, Bruder. Drei Sitzer. Was? Drei Sitzer? Ich könnte halt ein SUV oder ein M5 oder sowas da hinstellen. Wer will denn flüchten? Wer will denn fahren? Das ist ein guter, schneller Viersitzer. Was haben wir denn da? Ein S-Coupé. Nimm mal S-Coupé. Ja. Stellst du uns den einfach vollgetankt vor das PD? Das juckt die ja nicht, ob da ein Auto steht oder nicht. Einfach schön brauchen. Das müsste ja jemand anderes. Der Frage, ob wer NOS-Flasche hat. Den hab ich nicht in der Garage. Ich hätte eine. Ich bräuchte nur eine. Nein, ich hab nämlich zwei. Nee, den hab ich nicht. Aber ich weiß, dass er halt echt gut ist. Hat jemand ein S-Coupé? Ja. Handy 50 ist überfallen. Kann es dir mal einer geben? Die da drinnen sitzen. Ich hole drüber. Könnte mir jemand die NOS-Flasche geben? Na gut, dann fahren wir zum Gelände. Ja. Wir kommen zum Gelände. Ja, wir kommen zum Gelände. Dann parken wir den da jetzt. Ich wär wirklich... Hä? Ja, dass wir so viel wie möglich aufteilen. Also was heißt so viel wie möglich. Aber halt sag ich mal pro Art, was wir mitnehmen. Der Beifahrer ist auch frei. Weil dann, wenn ein Auto ein Problem hat, haben wir vielleicht noch zwei. Oder ist euch das egal? Ja, nicht voll besetzt. Sagen wir mal, wir sind jetzt dreifach besetzt. Ja. Oh, Sarkassa. Wie fährst du denn, du? Ja, Sarkassa. Du fährst nach Chinatown, wie du grad siehst. Na sorry, Korean Town ist das. Wenn das Auto... Ja, dann falsch, wenn hier mit Marco... Wenn das Auto dreier besetzt und jedes zweier besetzt, dann passt das doch. Nein, nein, ich mein nur wegen Aufteilen dann von dem, was wir rausnehmen, weißt du? Er redet von Geld. Ach du meinst die Beute? Die Beute meint er, ja. Die ganze Zeit. Also im Sinne von, setzt ihr alles auf eine Karte. Ein Auto, alles. Wenn's wegkommt, ist alles safe. Ich würds aufteilen. Wollen wir es auf zwei, drei Autos setzen, dass wenn eine oder so, dass du noch was hast. Du, wer weiß, ob die überhaupt was drin haben. Das ist eine schlichte Frage. Aber ey, lass das aufteilen. Ich glaub, das müssen wir halt spontan machen. Ja, mach mal spontan. Schwarz geht's hin, aber bei 100.000 braucht man nicht aufteilen. Ja, dann ist klar. Mach mal spontan, du. Schau mal, was heute los ist. Schau mal, ob wir es überhaupt rein schaffen. Weißt, wer weiß, wie die ausgestattet sind dort. Dann packen wir das Auto gleich. Ich komm nicht nur. Dann packen wir dann vor, vor den Dings. Einfach auf den Parkplatz vollgetankt. Genau. Dann fahren wir mit dem Auto einfach ran und lassen das da stehen. Was wir halt bedenken müssen. Ich weiß nur damals, wie viele Leute, Polizisten habt ihr geholfen. Ey Leute, lasst mal ein Like. Dann machen wir mal ein Like ab für den Asanas. Haben wir auch. Ja. Lasst mal ein Like da, Leute. Auf die 5.000 Likes habt ihr drauf. Ja, genau. Ja, genau. Genau, genau. Jetzt mussten wir über 3,4. Was war dann? Hau mal raus, Leute. Auf den Back. Ne, ne. Wir hatten den Höchsteingang sogar mit drin. Den hatten wir sogar mit drin in der Dings. Den hatten wir sogar mit drin. Ich weiß halt nicht, wie viel der Wert ist, ein Anführungsungs-Schlusszeichen, wenn der nicht grad dort drin ist. Ja gut, wenn wir mit 3 anderen Geisen reingehen, weiß ich ja nicht. Marco, dein Beifahrer ist wieder früh. Ich glaub, Freddy sollte halt nicht fahren. Warum, Bruder? Ja Alter, schon, was du zusammenfährst. Wusstest du, wie das bouncen kann? Das Auto, das ist richtig lustig, Bruder. Pass auf. Ja, ich fahr auch alleine. Pass auf. Pass auf. Bitte nicht überschlagen jetzt, ne? Oh nein. Das meinst du? Das weiß ich doch, dass das geht. Ja, aber das geht doch doller, Bruder. Dann fährst du aber noch zwei Reifen. Das ist richtig lustig. Ja, und irgendwann schlägt's uns. Und dann bist du dran schuld, dass wir in dem Krankenhaus sitzen. Ach Quatsch. Ach Quatsch. Quatsch mit so röster. Ich glaub, die Polizei ist nicht hinter uns, ne? Ne. Als wär ich denn angehalten wegen Sockenautofahrt. Ey, wir das da reingefahren können. Ja. Ja, ich weiß. Chill doch mal. Ah, du brauchst so lange. Du drehst hier Ehrenrunden einfach. Drehst du wirklich jetzt hier Ehrenrunden? Ey, wir haben jetzt angehalten. Wir haben vom PD, weil wir mit Masken und voll auf dem Auto fahren. Wir schauen. Guck, 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 guck. Oh mein Gott. Alter, pass auf. Ey, wir haben ein Schild bei uns drauf, ne? Was? Wir nehmen grad ein Schild mit. Ach, weg ist es. Ach, schön. Ich hab dir so gelacht, als ich es überschlage. So Erdnussflips im Auto. Ey, bitte pass auf. Ich will jetzt eif... Alter, pass auf. Pass auf. Das war's mit uns. Hallo. Das war's, das war's. Das war's. Pass auf. Bitte. Hör auf damit. Ich kann das nicht mehr. Bitte hör auf damit. Das ist schrecklich. Das ist so lustig. Ja, ich dreh ihn. Wenn wir gleich liegen, ist es richtig blitzig. Warte, ich pack dir nochmal ein. Weg da! Ah, schön. Wunderschön. Ja, dann holen wir jetzt erst die Karre und stellen die ab. Ich will auch meinen Koffer wo abstellen. Daniel, komm nochmal zurück zu dem Haus gleich. Da kann ich dir den... Achso, ja. Hat die Kompletttöne? Daniel macht auch nochmal fix Purn-Apps. Oh, geil. Oh, ja. Here we go, Leute. Ey, Leute. Müsst mal auf den Like-Button pushen. Wirklich. Der ist bei 3.285. Jetzt haut mal drauf. Haut wirklich den mal zusammen. Das ist er blau wird, Leute. Bis er bei der Polizei anruft, der Like-Button. Hallo. 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 Achso, ja. Bitte. Uno Flascho, please. Ich habe nämlich schon eine. Uno Flascho. Uno Flascho. Was ist jetzt der Plan? Oh Mann. Was? Was ist jetzt der Plan? Wir haben keinen Plan. Das ist ja der Plan. Einfach Reiner. Einfach Reiner. Einfach Reiner. Wer geht denn da rein? So viele wie möglich dann. Die müssen trotzdem gelöscht werden. Die haben bei den letzten Mal jedes Mal von mir ein Foto genommen. und DNA. Also wie gesagt, ich wäre... Ich schreck mich ganz so schön. Ich habe mich jetzt dann so voll verrenkt beim Strecken, ey. Ich hätte eine Idee. Oder wie wäre es, wenn die Beifahrer von den jeweiligen Fahrern mit reingehen und die Fahrer sich draußen positionieren? Eine Möglichkeit, ja. Aber es macht halt keinen Sinn, weil halt das Pedie draußen aussteht, ne. Und die werden sich ja auch postieren. Am meisten macht es Sinn, wenn wir ein paar Leute außen stehen haben, die mit Autos irgendwie da sind und warten, wenn irgendwas schief gehen sollte. Check. Eben. Und die dann wieder eingreifen können, aber halt direkt neben Pedie würde ich nicht stehen und dort warten, weil da kommt das Pedie, es bringt sich halt gar nichts. Was? Wir können uns ja ein paar Musketen schnappen und uns auf die Dächer verschanzen irgendwie ein falsches Messmaschen. Ja, Musketen gehen auch nicht grad schlecht. Nicht? Marc? Musst du mal schauen, was mit der Musketen passiert ist. Marc, Freddy. Okay. Ja. Also nicht gut. Oder wollen wir im SQP bleiben auch wegen Geiseln? Nix gut. Okay, dann lass mal was mit dem Musketen. Wegen was? Ja, ich sag mal mit Kocher Geiseln, sonst wäre es schwierig, ja. Ja, Tessi, wie ist es bei dir? Willst du rein oder willst du draußen bleiben? Ne, das ist eigentlich nicht... Mit dem Kocher? Mit dem Kocher meinst du? Ja, ja. Warte, ich hör da nichts. Bitte was? Ja, mit dem Kocher Geiseln wird das schwierig oder wollen wir einfach auch mit dem SQP dann vorfahren? Ich würde mit dem SQP vorfahren. Du kannst in den Kocher vier Geiseln reinsetzen, ne? Negativ. Drei. Eben Powernap. Drei nur? Dann bleiben wir im SQP. Gut, also Abwohnung braucht er jetzt dann schon nicht mehr, ne? Ne, er hat sich erledigt. Danke trotzdem. Easy. Hast du mich voll ausgerüstet, was das betrifft? Auf die Glock ausrüsten. Die hat mir schon mal den Poppes gerettet, hat die Glock. Die hat mir wirklich schon mal nen Poppes gerettet. Deshalb, bei jeder Sache geht immer nur Glock 18. Ich muss dich mit einem mal vorbereiten. Ach, ich brauche. Also mindestens bitte zu zweit fahren, Jungs. Wo treffen wir uns mit der S-Klasse? Ja, dass wir alle reingehen, das kann auch sein. Wie, jawohl. Bei wem darf ich denn mitfahren? Ihr könnt euch eigentlich einteilen. Weil es ist relativ spontan. Bleiben auch welche draußen, oder? Ich würde halt sagen, dass ein paar draußen bleiben. Das ist die Frage, wer möchte draußen bleiben. Ja, wir haben schon welche gefunden. Okay, aber es gibt immer freiwillige, die das wollen. Schickes Auto, hätte ich jetzt auch gern. Tragt mal eure Teams dann bitte ein in die Liste. Ah, das wird so geil, Leute. Endlich mal wieder Action-Smack-tchen. Auf RLO, wie lang ist das her? Viel zu lang, ja. Und natürlich, man sieht die Tattoos jetzt nicht, was auch sehr gut ist. Aber ich weiß nicht, ob sie von Marc Grumpe alle Tattoos schon sich gegönnt haben. Könnten mir sagen, dass sie schon die Tattoos aufgeschrieben haben. Was ist mit deinem Glockmesser passiert? Meinst du das Messer, mit dem ich diesen Pediler da abgestochen habe? Ist schon längst weg, leider. Das wurde mir damals vom Pediler abgenommen. Ich habe das nicht mehr wieder gesehen. Das war dieses Klappmesser. Wo ich den einen Pediler damals da zusammen gestochen habe. Mit auf der Straße. Das wollte ich eigentlich für immer behalten. Aber ja, es verschwinden halt manchmal Sachen. Leider. Du kannst nichts machen, wenn du das einfach mitnimmst und sagst, ich krieg's nicht mehr wieder, ist dein Recht. Aber Spaß hat es auf jeden Fall gemacht mit dem Messer. Jetzt haben wir nur noch mal Fredl, bis es uns abholt. Und dann geht's los. Wir gehen auf jeden Fall mit rein, Leute. Wir gehen mit rein. Da bin ich schon eingetragen. Mit dem SQB sind wir unterwegs. SV sind zwei, 911er sind zwei, Ram sind zwei. Porsche sind zwei. Passt. Wird auf jeden Fall funny, Leute. Wird funny. Ich hol dann mal eben den SV schon mal her. Ja. Ja, aber wenn Lukas Backup macht und ich jetzt reingehe, dann haut es uns ja wieder nicht hin, dass wir zusammen fahren, oder? Ja, du bleibst mit draußen. Nein. Leo, du bleibst auch draußen. Aber wir gehen in Lackieren nochmal. Schwarz. Wo ist denn die S-Klasse, wo wir umsteigen müssen? Musst ihr denn? Die S-Klasse. Kommt nix. Freddy braucht einfach eine Stunde, bis er tanken war. Bei der Fahrweih setzen sie immer Schlagen. Immer zu einer Probe Schlagen hin mit dem Auto. Klebt das schon irgendwo. Nina Dragon, dankeschön für 13,99 und fürs Nichts dazuschreiben, ist immer sehr schön. fürs Nichts dazuschreiben. Andreas Tintel, danke fürs Hip werden. Devirus 11, danke für ein Euro auch. Moritz, von meinem ersten Azubi-Gehalt. Schönen Abend, vielen Dank. Haut einfach ein C da raus. Vom Azubi-Gehalt. Was verdient man eigentlich so als Azubi heutzutage? Jungs, nachher kommt doch mal ein Armin, ja? Wegen Inflation und so. Amir Johnson. Da weiß ich dann ganz schnell auch wieder Täter. Wo ist jetzt die S-Klasse? Ich war doch das Ding. Schönen Abend. Später kommt nochmal ein Amir Johnson. Der wollte jetzt zwar kaufen, aber jetzt ist grad schwierig. Jetzt geht grad nicht. Wo die S-Klasse ist. Ja, wissens vom PD? Ja, was machst du? Da bist du, Alter. Ich denk mir schon, wo seid ihr die ganze Zeit? Weil er meint so tanken, tanken. Fahrt seit einer Stunde. Hast ne Stunde tanken mit dem Ding. Oh, du hast keine Brille auf, Alter. Ich hab jetzt keine Brille auf. Dann sehe ich aus wie so ein Würstchen. Du schießt, ja. Ja, du schießt halt wirklich, Alter. Ich schiele nicht. Oh mein Gott, dein linkes Auge hat eben nur, dann hast du Schlaganfall. Ich hab gar nichts, nein. Das ist gut. Willst du dich prügeln? Willst du dich prügeln? Komm her. Ja komm, let's go, Alter. Komm. Komm her. Ja komm, trau dich. Trau dich. Wir prügeln uns jetzt. Ja los, trau dich. Ich schau dir deinen blöden Hut runter. Ja. Habt ihr denn schon einen Plan, wie ihr rein wollt? Das ist ein Problem, Bro. Das ist ein Problem, Bro. Trau dich doch, trau dich doch. Du hast keinen Respekt, Bro. Du hast keinen Respekt, Bro. Mark, Freddy. Ja? Habt ihr schon einen Plan, wie ihr rein wollt? Nö. Zu Fuß. Zu Fuß, Alter. Einfach so durch den Haupteingang. Wir müssen safe Geisel mitnehmen, Alter. Normale Leute. Nee, wir müssen, wir müssen das. Glaubst du, das geht so, wenn wir mit Geisel und einer Forderung? Ich glaub eher, wir müssen Pedila mitnehmen da drin. Weil die werden uns keinen Pedila reinschicken. Ja, aber da kann doch nicht, kann jeder Pedila in die Aseratenkammer? Ich weiß nicht. Vielleicht einen hohen? Finde jetzt mal einen hohen Pedila. Du hast recht, wenn wir Geisel nehmen und dann mit den Geiseln, du hast recht, das ist eigentlich gar nicht so dumm. Irgendeiner mit einer High Speed war rein. Also mindestens Captain, muss er sein. Ja gut, aber lass, wenn wir aber drei ficken möchten, für drei Geiseln und den Pedila haben, sag? Lass Geisel suchen. Wir brauchen definitiv ein Trogmittel zum Handeln, ja, wir brauchen definitiv drei oder so. Ja, wir suchen. Irgendeinen Pedila. Wir helfen hier bei der Suche von Geiseln, wir können euch auch gerne einteilen. Wo soll ich mich eintragen? Genau, genau. Ja, schaut bitte, hallo, schaut bitte in Planung rein, da sind Teams. Da, wo hinten was gepasst, super. Also wir brauchen Minimum drei, vier. Hat noch jemand Platz 2? 3 bis 4, ja, wenn wir welche finden, ne? Ja, wir brauchen halt so viel, weil sagen wir 2, 3 für den Typen, der unten aufmacht, da brauchen wir ja noch eine Minimum. Ja, der Pedila ist ja dann eh uns schon mit der Geist. Ja, aber trotzdem. Also eigentlich müssten wir bloß auf einen Pillar tauschen, komm. Ja, eigentlich schon. Aber vielleicht noch eine Backup. Wo eigentlich das Beste ist, wenn wir schon Tankstellen. Es sind öfters Leute. Hauptplatz brauchen wir gar nicht schauen. Da würden wir nur zu viel, ja. Jetzt hab ich da ne Geise genommen hab, Alter, danach war ganz... Autohaus, bin ich mir unsicher, würde ich nicht machen, weil das sind so einundreisiger, die rufen direkt die Cops, ist eine schlechte Idee. Ja, machen wir. Äh, wo wir noch schauen können, ist wie nach unten Export. Ne, der Lambo oder was das ist. Achso. Oh mein Gott. Oh, der Scheibe im Arsch, Mann. Ne, bei mir ist die Scheibe nicht im Arsch. Ja, doch hinten ist im Arsch. Bei mir nicht. Bei mir auch nicht. Äh, es tankt aber einer von uns. Ja, ich glaube ja. Ja, wie gesagt. Wer war denn, dass der da gerade mit dem Auto gefahren ist, der uns was rein ist? Nee, das ist eben noch ein Kunde, der hat uns in dem Auto gesehen. Der wollte, der will nachher verkaufen. Achso. Wo seid ihr Tanken? Ja, sonst lass Export runterfahren oder Tankstellen abklappern. Tankstellen sind immer ein guter Anhaltspunkt. Ja, Makler vielleicht noch. Makler, stimmt. Aber die sperren sich immer ein. Ja, die sind außer 31, die rufen halt Cops direkt, wenn du einen mitnimmst. Warte mal kurz. Nee, geht jetzt nicht an. Ey, Bro. Ey, pssst. Ey, du hast doch, du hast uns hinten reingefahren, na Baby. Hast du gar nicht gemerkt? Äh, hab ich. Wir bist uns reingefahren hinten, ja? Echt? Ja. Nee, hab ich nicht. Aber bei mir nicht. Nee, bei mir nicht. Bei mir ist alles super. Ja, entschuldigung tut mir leid. Mein, mein, mein Großorgel hat Probleme mit seinem Hüften. Nein, ich wollte sagen. Alles gut. Der sucht, der sucht, der sucht Probleme so. Wissen Sie? Der sucht Probleme. Ich hab doch eh mit dem noch gesprochen, Bruder. Der weiß nicht. Ja, eben. Haben wir doch. Ja, ich weiß ja. So Hüftschwung. Aber du bist jetzt hinten reingefahren. Ich wusste. Ja, mir ist fast das Sprunggelenk rausgefallen. Nein, hab ich gar nicht. Guck, bei mir ist alles heil. Ey, rechts, 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 rechts. Da ist was weißes gewesen. Wir müssen los. Da war was weißes. Ein weißes Auto ist da gefahren. Noch mal rechts. Noch mal rechts. Ah, nee. Das ist mein Kopfloser. Ein Stück Scheiße. Der war übelst schnell. Ich dachte, das wäre einer. Ich tank nochmal schnell, David. Oh, da vorher ist ein Pediler. Fahr rechts. Fahr rechts. Ich mach nen Burnout, Alter. Ey, außer der ist allein da drin. Dann würden wir uns den, oder? Dann reißen wir seinen Ass auf. Ich weiß nicht. Fahr mal links. Wir hätten nen Pedier-Auto. Wo? Ähm, Tankstelle mit Waffenladen. Ein zweiter Rohr. Warte, ist an der Tankstelle wer drin? Jetzt fahr doch mal weiter. Ist an der Tankstelle wer drin, da? An dem Tankding? Der Pediler fährt uns hinterher. Wir machen mal Anhaltung, oder? Ja. Könntet ihr zu uns kommen, dann können wir den hochnehmen. Der wird sowas von Panik schieben, Alter. Der wird so ein Panik schieben. Mach doch ne Anhaltung und dann kommen wir dazu. Ey, der fährt uns nicht mehr hinterher. Ja, aber der wird gleich Panik schieben, sag ich dir. Wenn der uns hier nochmal sieht. Jetzt fährst du ja von hinten hinten. Nur solange er uns nur von hinten sieht, ist es gut. Weil von vorne siehst du die Masten. Ich fahr mal auf die Style bei wegen High Speed oder so. Fahrt ein bisschen zu schneiden. Ich fahr mal hier. Prioritäten sind erstmal keine Pediler bitte. Auf normale Leute. Ich fahr mal rechts. Da ist nämlich jemand. Da vorne, schau. Da fährt er. Auch die jetzt noch an der Tankstelle Verstärkung. Noch mal vorne, rechts. Er gerade negativ. Aber jetzt gleich wieder positiv. Pass auf, ich schnapp mich mit. Lass ihn reingehen. Geht hier rein, ich behalte. Ich bleib beim Auto. Das ist jetzt, jetzt ist zu spät. Jetzt müssen wir warten. Warum? Ihr könnt doch reingehen in den Laden. Weil wenn wir reingehen, wird direkt umgeknallt werden. Er wartet da drin. Glaubt mir. Glaube ich nicht. Gut. Dann, Herr Mik, gehen Sie vor. Ja, geht. Ich bin im Auto. Komm her, Mik. Mach das. Du kannst das allein machen. Das ist also ein Alleinauftrag. Pass auf, nein. Stopp, stopp. Komm wieder raus. Komm raus. Das hat aber toll funktioniert, Herr Mik. Herr Mik, das hat super funktioniert. Jetzt kann doch keiner ahnen, dass das PD auf einmal um die Ecke fährt. Ja eben, das habe ich direkt aufgehört. Das habe ich direkt aufgehört. Ja, soll man den PD da hops nehmen. Aber der wird hundertpro jetzt gleich hier die Alarmglocken klingeln lassen. Ey, lass runtergehen. Lass runtergehen. Den Typen festnehmen. Lass runtergehen. Da unten ist noch einer. Da ist einer. In grün. Hast du ihn gesehen vorhin? Nee. Da war ein grüner Wagen an der Tankstelle. Ja, aber der Polizist ist genau... Ja, dann killen wir den. Schießen wir den einfach um. Nein, nein, nein. Scheiß auf hier, scheiß auf hier. Gar keinen Bock. Ja, sonst fahren wir weg hier. Der hat mich hier gesehen. Alter, das ist das PD. Ne, der fährt auch wieder dann lang. Ne, der fährt die ganze Zeit hier im Kreisel. Aber der holt auch keinen Backup. Fahr einfach weg. Ja, da kam ein PD da direkt durch die Ecke. Fahr einfach weg. Ist der dir das im grünen SQB? Nein. Ein schwarzer SQB? Nein, aber der grüne steht an der Tankstelle. Aber pass auf, da ist ein PD da. Der kreist die ganze Zeit über diese Kreis-Tankstelle. Pass auf, da ist Tankstelle da auch. Aber wenn er allein ist, nimmt den mit. Ey Mann, ich hätte ihn gehabt, er hätte ihn auch weiterfahren können. Hättest du auch, Bruder. Aber der Typ, der auch so schockiert geht, der ist rausgelaufen. Der hat nicht mal bitte gerufen Hilfe oder so. Ich weiß, da war Schockstarre der Typ. Der ist einfach rausgelaufen in sein Auto. In sein Auto direkt weggefahren. Da hättest du den Locker gehabt, aber es kam genau in die man gut reingenommen hat. Ey, das Timing halt, ne. Das war einfach wieder Timing von Feinds. Deswegen hab ich Stopp gerufen, dass du mit Waffe rauskommst. Ey, fahr Tankstelle oben, Bank vorbei. Fahr mal Bank. Fahr mal an der Bank vorbei. Vielleicht ist er in der Bank, weil oft sind Leute da drin. By the way, bei mir ist die Scheibe jetzt hinten auch kaputt. Ja, bei mir halt nicht. Bei mir hast du auch bei dem Typen die Türe abgefahren, Mann. Da steht ein Auto. Ah ne, ist ein Kopfloser. Das ist ein Einwohner. Ja, damit fährt er sich ein. Dann fährt er sich ein. Ich weiß nicht wie alt die ist. Ich will das Auto. Das ist so Gangsterkarre. Pass zu uns, Alter. Ich hab das Auto auch. Ich mag das auch sehr. Ich hab das sehr gerne. Sehr, sehr gerne wie ich das Auto. Nee, da ist niemand. Mann ey, da unten wär so perfekt. Der hätten wir gleich zwei mitnehmen können. Und dieser Tracks-PDler muss genau da rumfahren. Casino könnten wir schauen. Deswegen hab ich auch Stop gerufen, weißt du? Ja, ja. Ich glaub, Casino steht ein Auto vorne. Jackpot. Jackpot. Wenn's jetzt nur eins ist, können wir easy rein. Auf easiness mitnehmen. Für Information, ich, M und P, D sind beim Casino. Ähm, wir haben das Paket von der Tankstelle beim Affenladen abgeholt. Oh. Oh. Äh, falls jetzt noch jemand jemanden haben will. Der Hauptplatz ist Tankstelle. Da steht eine Person. Wir können den aber aktuell grad nicht hops nehmen, weil Klumanda im Tablet vertieft ist. Positiv zwei Leute. Klumanda ist wieder da. Oh nein. Einmal die Hände hoch. Alle beide sofort. Wir würden Tankstelle anfangen. Wir können alle Faxen machen, Alter. Ich möchte nur anmerken, dass... Ey, Hände! Hände weg, Junge! Ich will doch nur die Musik ausmachen. Alles gut. Ja, das kannst du machen. Ich guck dir aufs Handy, dass du nur die Musik geschätzt hast dabei. Wunderbar. Ich möchte nur anmerken, vielleicht einmal, dass ich Pizzabäcker bin. So, dann pass auf. Einmal festhalten. Ist der Pizzabäcker? Ja, bin ich. Der andere? Also der... Ne, der nicht. Der mit dem weißen Haar. Ja, ich bin der Pizzabäcker. Da hast du nichts... Da hast du nichts gesehen, Alter. Nein, nein. Nein, hab ich nicht. Ich wünsch euch was. Ciao. Äh, wärst du auch mal Pizzabäcker geworden, ne? Warte kurz hier. Ich schau erstmal, warte ich noch kurz hier. Ja, ja. Alles gut, ihr bleibt da stehen, bleibt da stehen. Alles gut. Ja, ist clean, komm. Okay. Pass auf. Wir haben hier jemanden am Casino. Warte, soll ich den Kabelbinder anlegen? Weiter, weiter an. Ja, ist besser, dann kannst du ihn besser anschnallen. Dann schnall ich dich an, okay? Ähm, Casino noch einen Pizzabäcker, den bitte nicht. Was ist das Kabelbinder? So rein da hinten. Polizist hinten. Polizist, komm, Polizist, komm. Rein da hinten, rein da hinten. Das ist doch ein Witz. Wie viel habt ihr jetzt? Eins oder zwei? Digga, willst du mich verarschen? Ist das das gleiche Auto wie vorhin, Alter? Das war dasselbe. Wir haben verpissen über uns. Aber der sagt nichts, der sagt nichts. Aber vorhin verpiss dich. Hast du ihn angeschneilt hinten? Ja. Wir haben einen. Wir haben einen. Ich guck das. Also, ähm, Team S. Ich helfe dir hier. Ne, wir sind weg. Fahr, gib, drück auf Gas, drück auf Gas, dass wir wegkommen von dem. Dieser Dreckspediler, Alter, ganzen Tag schon. Ram hat einen Cop. Warte, ein, wir haben einen Cop. Team Ram hat einen Cop, ja. Easy. Team S-Cop, ja. Aber auch. Wir haben einen Civic hinter uns, PD Civic. Verfolgung oder Noah Cook? Ne, nur so. Hast du, hat jemand von euch einen Werkzeugkasten, dass wir den vorher noch einen machen? Ja, hab ich. Ich hab einen. Habt ihr alle einen Benzinkanister? Nein. Ich nicht. So schnell in den Hohen gehen? Ich hab nämlich einen. Ja, den ruhig mal ein. Ähm, Werkzeugkasten hab nur ich einen sonst, oder was? Yes. Das ist schlecht. Weil die können dir das Leben retten. Werkzeugkästen retten Leben. Wir stehen einfach lang. Stand-by halten. Ne, ne. Ja, ja. Schauen, ob da ein Werkzeugkasten drin ist. Auf gut Glück. Und wie ist Dings? Ja, hast du nur FD, den interessiert das eigentlich euch? Ja, dem ist das komplett egal. Wo wir jetzt kein großer Alarm auslaufen, weil wir da mit einem AMG stehen. Ja, komm, ich lege, dann haben wir jetzt nicht zusammen. Ich glaube zwei, oder? Also, dann sind es ein Auto. Der Polizist Nummer zwei. Und wir haben auch einer. Dann sind es drei. Vielleicht noch einen mitnehmen? Wenn wir auf gut Glück einfinden. Wobei ich mein, der Polizist hat so ein bisschen Bonus, ne. Ist ja auch nicht schlecht. Was machst du? Ey, warte, wir könnten durch den, durch den Polizisten könnten wir eigentlich easy reinkommen, ne. Ja, ins Haus. Ja, das machen wir auch so. 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 Ja, guck mal. Das ist der Typ von vorhin, der hier steht. Das ist genau der gleiche Pickup. Ja, ja. Der arbeitet jetzt hier. Ich check dir mal durch. Ich check dir mal durch. Ich steig mal jetzt auf dem Fahrersitz. Steig mal aus. Hol dich mal. Will mal raus, so. Perfekt. Du redest ja gar nicht. Versuch dich mal. Ja, ich bin ein bisschen verängstigt. Der hat eine Block 17 dabei. Den nehm ich dir schnell ab. Nur, dass du damit nichts machen kannst. Ja, aber hier sind Waffen. Wir haben die Funkgerät. Funkgerät, genau. Die 20 Hafts haben. Die darfst du behalten. Ja, 20 jemand von euch. Wenn ihr wüsstet von mich die Waffen ab. Heute auch hier. Von was denn die Waffen? Darf ich gerade mir sagen. Warum nicht? Warum sagst du es dann? Hä, warum sagst du es dann? Hä? Das interessiert mich doch nicht von wem du die Waffen hast, Alter. Vor allem dann frage ich ihn. Woher hat er denn die Waffe? Und er sagt. Ja, so sag ich dir die Waffe. Ja, ich glaube nicht. Kennst du die Leute, Alter? Ich habe sowas geiles, was ich dir erzählen muss. Und dann sagst du. Nein, ich kann es dir nicht erzählen, Bruder. Das ist echt. Ne, woher hast du denn die Waffe? Sag mal. Ne, sag ich dir. Ich kriege noch Ärger von den Leuten. Ey, rechte Maske. Halt dir mal Waffe an den Kopf, Bruder. Mal gucken, ob er dann sagt, woher die Waffe hat. Wo ist denn die Waffe? Boah, Bruder. Ich weiß nicht, was ich sage. Mann, ich hoffe, ich kriege keinen Ärger von den Leuten. Ich habe die von uns. Risslich Ärger von uns? Ich habe die Waffe von 1 zu 7. Aha. Ach, na die Pisser, Alter. Na komm, steig ein. Das sind die größten Schwänze sind das. Komm, steig ein. Weißt du, was wir machen? Wir kaufen bei denen die Waffen und verkaufen sie weiter, Alter. So ist es. Ha! Das sind die größten Lutscher sind das, Alter. Wir nehmen die Jobs, nicht die uns. So, ich schnall dich mal hinten. Und du hast Angst vor denen? Denkst du wirklich, du denkst vor denen Probleme oder was? Von denen, von den Hunden hast du einfach Angst? Unglaublich. Bruder. Kann man von denen Angst haben. Wenn wir einmal drüber sind die weg. War das bei euch auch gerade? Ne, weißt du, ich habe gerade eine Sirene gehört. Nein, das ist halt ganz komisch, Bruder. Das ist gerade wieder eingestiegen, Alter. Und bei mir ist kurz schwarze Augen geworden. Achso, ja, kann sein, weil ich mich da so ein bisschen breit gemacht habe im Auto. Erste Verfolgung? Erste Verfolgung. Ich glaube, keiner von uns. Also passt auf, jetzt war für alle. Also wir haben jetzt drei Leute zusammen, oder? Ja, es reicht, ne? Dann würde ich jetzt sagen, treffen wir uns bitte mit allen. Alle Autos treffen sich jetzt irgendwo. Was ist mit dir? Ihr ist doch gut, Alter. Ne, ihr ist schlecht. Hier ist überall schlecht. Hier wimmelt es vom PD. Und jetzt fahr Fahrschule runter. Fahr doch Fahrschule runter. Treff uns, Alter. Da ist nie PD Fahrschule runter. Ja, stimmt, Alter. Da sind nur Leute, wenn sie ein Führerschein machen wollen. Wir treffen uns alle Fahrschule. Sau gut. Ja, stimmt, Alter. Das ist so ein typischer Ort, wo keine Sau ist. Nee. Vor allem hinten nicht. Und wenn, dann fährt noch mal der Charter vorbei. Ja, oder das? Der kommt noch mal, Alter. Guck mal, hier links. Nee, das ist, oder? Nee, fahr weiter. Fahr weiter, fahr weiter. Ja, und du kannst auch Schultern nehmen, Alter. Du bist doch stark. Das sind starke Jungs. Jetzt ist mir aufgefallen, hier ist die beste Geiselnahmenstelle, ne? Wenn hier die Leute Führerschein machen. Schau mal, hier hinten rechts. Hier hinten rechts. Fahr hinten. Da so. Da. Keine Sau ist hier. Niemand. Hier kannst du chillen. Nicht aussteigen, bitte. Ja, nur bleiben sitzen. Ja, hier ist wiederum schlecht. Da fährt öfters mal COP hinten lang. Wir haben gerade den COP Richtung Tankstelle, wo auch die Kfz-Wäsche ist. Also da, wo ihr den mitgenommen habt. Ja. Wir stehen jetzt hier bei der Fahrschule rechts, genau. Ich bin wieder lange rechts. Wir waren nur Zürich und Fahrrad. Bitte alle maskiert sein, ne? In der Fahrschule. Kleine Information am Rande. Und keine Namen stoppen, ne? Wir sind nur Team Autos. Also Team Porsche, Team SQP, Team SV. Ach. Jo. Äh, wir sind im Team Urus. Habe ich die Maske auf? Ne. Ich bin im Team Anus. Team grüner Porsche. Das ist ein Team I Swallow. Ne, wir sind Team, äh, Willy Wonka. Weißt du was, weißt was traurig ist? Hm? Wenn du ein Planet bist und einfach Your Anus benannt wirst, das ist traurig. Neck. Der tut mir echt leid. Willst du extra reparieren oder direkt nochmal da vor dem bekannten Ort? Ich weiß nicht, sollen wir das da reparieren? Das Ding? Ne, ich würde halt scheiben und so, oder? War scheißegal. Ne, warte, sonst mach mal schnell, komm stark aus. Ich zieh das schnell durch. Gibt's von mir? Oder was? Ja, müssen alle kurz aussteigen aus dem Auto, bitte. Das ist halt das Problem. Warte, ich helfe einmal. Ich helfe dir einmal raus. Ich helfe dir einmal so, ich öffne die Tür genau. Ey, pack die Waffe weg, pack die Waffe weg. Er ist eh gefesselt, der kann dir nichts machen. Naja, wie bitte, warst du wohl gerade gefunkt? Guck mal, ob ich das Ding? Wollen soll ich... Hat noch jemand einen Werkzeugkasten für mich? Ja, hab ich. Bitte geben sie mir noch einen dann gleich. Also noch nicht jetzt, erst wenn ich hier fertig bin. Das wäre sehr nett. Ich weiß nicht, ob du schon mal Geisel warst. Wir sind nett, solange du vernünftig bist. Na, ich lass schon mal Geisel leider. Dann wird's nicht mehr so nett. Und das verspreche ich dir. Du bist ja meine Geisel. Warum habe ich das Gefühl, dass jetzt in zwei Minuten so ein Charger hier vorbeifahren wird? Nicht wahr? Ey, der ahnt, oder? Ob der ahnt? Ja, der ahnt. Die ahnen, Bro, die ahnen. Geht's nicht? Nee, irgendwie hab ich doch keinen dabei. Ach so, ja gut. Leere Versprechungen. Eigentlich hatte ich einen, aber irgendwie ist der weg. Das bin ich gewohnt. Der ist einfach so puff einfach verschwunden. In die Luft aufgegangen. Ja, der ist... Der hat Harry Potter Move gemacht. Ja. Du, Auto sollte fertig sein. Hast du nochmal dringesessen? Ja, hab ich. Sind jetzt alle bereit? Ja, warte, ich brauch noch einen Werkzeugkasten von irgendjemandem. Sollen wir jetzt schon anfahren? Nee, nee, warte, warte, warte. Nein, 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 nein. Hast du einen Werkzeugkasten? Treffen? Niemand? Niemand? Gar keiner in den Werkzeugkasten dabei? Nee, warte, nee. Dann war ich der einzige, der Werkzeugkasten dabei hatte. So. Ich hab einen Kasten. Perfekt. Warte. Was hattest du gerade eben gesagt? Achso. Ja, warte. Doch jemand mit Vernunft. Ja, ja. Das freut mich sehr. Das gibt auf jeden Fall ein Plus, ein Plus-Bünktchen gibt das. Was mit Panic? Ja, aber mit dem Officer 2 kommen wir halt nicht weit, ohne dass das PDs mitbekommen, deswegen... Aber meinst du nicht, dass in der Officer auch die zwei Geißen oder eine zwei Geißen des Wertes? Man einfach hineinzuschicken und die Servatenkammerler zu machen. Ja, ja, das geht aber darum. Was, damit die Servatenkammer wirklich machen? Äh, nein. Wir doch nicht. Ja, aber mit einem Ketten oder einer Treffen vereinbart. Hat man doch gar nicht gesagt. Hat das irgendwer gesagt. Aber wir können doch niemals alleine treffen. Aber Jungs, pass mal kurz auf. Es hat ja gerade jemand gesagt, dass ein Cop zur Waschanlage fährt. Und da haben wir halt einen Typen auch hochgenommen, den Cop. Und vielleicht wissen die Cops ja schon, dass der vermisst ist. Und dann ist es richtig kammerasch, weißt du? Da wissen wir ja schon, dass wir... Ja, das ist halt schon, wenn der es als vermisst gilt, alter, dann wird der ganze Zeit aufgemist. Da sollen wir jetzt schon durchziehen? Ja. Ja, aber was ist jetzt? Sollen wir jetzt anfangen? Durchziehen? Ja, aber ganz kurz. Das sind ja genug jetzt, oder? Boah, ich bin so gehypt drauf, da rein zu rennen, Leute. Ich bin so hyped drauf. Ey, Leute, lasst mal ein Like da für die Aktion heute. Auf die 5000 Likes, Leute, haut mal drauf hier. Falscher Knopf gedrückt. Falscher Knopf gedrückt. Mütze, kommst du mit rein? Das ist der Richtige. Das ist der Richtige. Das ist der Richtige. Der kommt rein. Ja, Like halt ist real. Ja! Das ist der Richtige. Warte kurz. Ryan? Team Urus? Ryan, kommst du mit rein? Könntet ihr unser Paket für euch nehmen? Zurück vom Baune. Wo seid ihr? Ich mal denke, ob ich noch eine große Wumme rausholen. Nee, scheiße, wir brauchen keine große Wumme. Äh, unser Fahrzeug wäre voll? Wir sind auch voll. Team Coupé. Team Coupé AMG Coupé. Oh, sie könntet ihr noch rein theoretisch damit hinbringen und dann könntet ihr sie hier wegfahren und dann von draußen unterstützen. Dass sie den einfach nur abladet und direkt wieder abhaut. Okay. So, jetzt sind alle hier anwesend, jetzt bestimmt, oder? Ja. Alle bei der Fahrschule? Ja. Ja, gut, dann einmal hinter Eingang. Na los geht die Luzi. Und bitte Gesagten fahren, okay? Wir fahren entspannt. Bruder, wieso hinten? Ist das gescheitert, wenn wir in Konvoi fahren? Weil vorne kannst du schon reingehen, oder? In der Instanz. Weil ich würd eh, wenn wir... Ey, wenn wir zwar jetzt... Ne, ne hinten, aber wenn wir in einem Konvoi fahren, ist doch sehr obvious, oder? Ja, aber ist es besser, wenn wir zu zweit dann da stehen? Oder zu dritt? Ne, aber wenn wir hinter Eingang sind, haben wir eh keinen Platz. Ja, das war geplant. Ja, dann geht er mit rein. Ne, zieh durch, wir machen das zusammen. Passt schon. Und zwei goldene P1. Ja, also wollt ihr alle hinten? Weil ich meine, dort bist du offen. Vorne kannst du schon mal eine Instanz hineintreten. Bist du wirklich oben? Bist du oben rein? Wie oben? Vorne Eingang, meint ihr? Weil da ist doch gerade die Party. Weil da ist Pizzeria hinten. Das ist doch richtig. Ich weiß nicht. Ähm, Konvoi. Also auf Fahrtplatz einfach. Hey, die FFG ist überfallen. Ach, da ist AMR und so da. Das ist einfach perfekt. Oh Gott. Hast du immer noch? Ja, das ist ob vorne rein, oben. Oder hinten. Wo ist jetzt der Pedila, den wir mit haben? Der ist in einem anderen Auto drin. Ja, schau mal. Hier ist doch nichts. Kommst du halt nicht. Hinteringang ist frei. Wir brauchen den Pedila im Hinteringang. Alle. Wenn wir jetzt im Hinteringang sind. Easy. Ey, nicht so. Der sieht das. Der sieht das. Fahr ein bisschen weit davor. Oder hinten genau. Bleib hier stehen. Oder mach ein bisschen Abstand, bis der da ist mit dem Pedila. Mach ein bisschen Abstand. Fahr weg von hier. Ist im Porsche der Pedila drin? In welchem Auto ist der Pedila? Team Pedila. Team Pedila. Team Pedila. Ram? Ist das ein Ram da drin? Wo ist der Ram? Mit dem Pedila drin? Ja, wo ist denn der? Wo ist Team Ram? Wo ist Team Ram jetzt? Wir sind bei den Vespucci Kanälen. Seid ihr schon drin oder was? Ja, wir warten auf euch. Warten auf die. Warten auf die. Wir sind doch einfach wieder ab. Nimm mal alle noch ein bisschen Abstand bitte von da hinten. Da ist ein bisschen Pedila vorne. Nicht, dass der euch seht dadurch. Fahrt hier neben den Pedilen. Die ist ein Parkhaus gerade rein. Oh mein Gott, was ist das? Fahr da rein. Fahr da rein. Easy. Einfach wie gerade gebaut für uns. Beim Pedilen. Also wir fahren. Hintereingang bitte. Wird gemacht. Ach, das ist so geil. Sollen wir dann hinten stehen lassen alle? Was stehen lassen? Ja, Autos auch hinten stehen lassen alle? Ne, ne, wir fahren vor. Und dann geht es da rein. Ne, ich meine jetzt hintereingang. Sollen wir die Autos auch da stehen lassen? Ja, die lassen wir hinten stehen. Die lassen wir hinten stehen. Passt schon. Ich würde nur schauen. Ich weiß nicht, ob wir mit dem Auto dann flüchten oder wie wir das machen. Ja, das war doch der Plan. Äh, du weißt schon, wir haben immer noch einen Geisel hinten drin. Ja, und? Oder plappert die alles aus, was wir hier planen? Ich glaube nicht. Ja, wenn doch, dann haben wir ja ein Problem mit dem da hinten. Wie heißt denn du? Äh, Joel Henderson. Ich glaube, der hört uns gar nicht zu, alter. Der hat eh zu viel Spaß. John Henderson heißt er, hast du gehört? Joel Henderson. Joel? Ja, J-O-E-L. Okay. Oh, okay. Ich hoffe, die Boote stehen bereit, alter. Oho. Na, das ist, das ist Feuerwehr gewesen. Wie sieht's aus? Team Ram ist jetzt um die Ecke. Jawoll. Hintereingang, PD? Bist du schon? Wir sind jetzt in der Tiefgarage. Wo sollen wir den Typen abgeben? Äh, PD Hintereingang. Oh mein Gott. PD Hintereingang. Ja, wir sind jetzt in der Tiefgarage hier. Welche Tiefgarage? Wir sind jetzt in der Tiefgarage. Also, wird gemacht. Ist die jetzt vornherum ins PD reingefallen? Oh ja, ich glaube schon, Mann. Ne, doch nicht, da ist er. Hier rein. Schnell, 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 schnell. Holt ihn raus, er muss uns aufmachen. Hält ihm dabei. Ich helf dir jetzt, äh, da auszusteigen. Misten die Fahrzeuge mit den Geisen einfach voran. Und jetzt machst du uns hier die Türen auf. Ey, PD kommt, PD kommt, PD kommt. Macht ein bisschen so unauffällig. Ey, fahr vor, da kommt PD. Fahr vor, der sieht doch uns. So, du machst uns jetzt hier die Tür auf. Ja, stp, fahr rein, fahr rein. Komm weiter, weiter, weiter. Ja, ja, ja. Du folgst. Kommt der so raus? Das ist water. Mach schon haugischer. So. Verpisst euch. Gerne rein. Was ist mit der Cardio's Pause? Keine falschen Bewegungen da drüben jetzt. Ich glaub, der checkt das nicht. Er schreit, dann geht rein jetzt. Der checkt das nicht. Ey, nimm den doch mit, der da vorn steht. Ja, dann los. Hält ihm mal auszusteigen, der bei uns drin ist noch. Der muss noch mit. Hält ihm mal auszusteigen, der bei dir oder so. Ja, weiter kann ich ihm groß, aber hier unten nichts aufschließen. Ja, na klar. Du kannst hier alles aufschließen. Einmal bitte ihn mitnehmen. Ja, also Wartenkammer kann ich aber nicht aufschließen. Ja. Ja, ja. Gut, okay. So. Hat der drüben uns schon gesehen? Sonst hätten wir nochmal mitnehmen können. Nee, der hat's nicht gecheckt. Nee, der hat's noch nicht. Team Porsche steht, also Team Porsche grün steht auf Brücke bei PD. Wollen wir bitten? Wollen wir bitten? Ja. Ja. Du steigst aus oder schießt dich ab. Du steigst aus oder schießt dich ab. Hast du gehört? Steig aus. Hände nach oben. Kein Panik. Kein Panik. Aussteigen. Raus aus dem Auto. Geh dich um. Geh dich um. Kommt jetzt. Oder bleibst du. Äh, PD. Jetzt nicht noch rein, ne? Äh. Ah, Cops sind schon da. Nee, alles da. Komm, komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Du folgst uns. Folg uns rein da. Wahrscheinlich ein PD-ler steht bei Brücke PD. Hörst du mich? FD steht vorne und äh. Der muss da rein. Rein da, rein da, rein da, rein ins PD. Rein da. Ich hab mir eins anbaut. Ja, das wird nicht gerafft. Ja, das wird nicht, nicht, nicht geschnallt. Ich durchsuche den mal schnell. Da sind so ein Waffenarsenal dabei, aber hallo. Ach du heilige Mutter Gottes. Ach schau, da ist ja noch eine. Wo habt ihr den jetzt? Ja, der hat es nicht. Der stand die ganze Zeit schon hinten. Er hat es nicht gerafft, dass wir hier sind. Der hat es nicht gerafft. Was hat er denn für einen Rang? Ich weiß es nicht. Kann ja mal sprechen. Ich will voll machen, die Karsons. Was haben sie denn für einen Rang? Ja, wir brauchen nämlich jemanden von Ihnen. Hallo, ich bräuchte nochmal eine Geisel mit mir mit. Und ein paar Leute, dass ich mal tanken kann. Komm mal hier so mit Louis Vuitton oder was ist das? Komm mal mit. Und noch ein paar Leute hier nochmal tanken. Ja, ja. Wir bleiben dabei unten mit dem. Ich werde den Kabelbinder anlegen, wenn es okay ist. Wollen Sie Kabelbinder haben? Ist das angenehmer für Sie? Der Herr, hallo? Ja. Soll ich Ihnen Kabelbinder anlegen? Ist das besser für Sie? Ich kann das gerne machen. Was haben Sie denn überhaupt jetzt für einen Rang? Warte, wir können ja mal schauen, was er drauf hat. Er ist auf jeden Fall SWAT-Officer. Steht fett Los Angeles SWAT-Police drauf. Die Bodycam hat er auch schön am laufen. Er ist halt SWAT-Officer. Ich weiß nicht welcher Rang das sein könnte. Warte. Mach Ihnen mal Kabelbinder an, ja? Ich bin langsam jetzt voran. Die Geisel bleiben bitte in Deckung mit hinten. Und die werden auch bitte bewacht. Einmal bitte... Ich nehme mit, zur Sicherheit. Ich komme mit. Ich komme nur zur Sicherheit mit. Geht ihr bitte einmal dahin, hinter das Auto schauen bitte. Hinter das Auto schauen. Nicht, dass sich einer hinter dem Auto versteckt. Wir brauchen einmal den Pediller zum Aufmachen. Ich glaube, da hat jemand Panik bekommen. Wir sind jetzt noch Backup. So, pass mal auf. Ich fass mal. Wir brauchen einmal auch Pediller. Ja. Ja. Sollten wir nicht zuerst das obere Deck abchecken dann noch gleich? Wir wollen erst mal... Ja, unten nach oben jetzt erstmal alles durchforsten. Brian, wo bist du? Einmal bitte hinter dem Auto checken. Hinter dem Auto sauber. Möchte jemand den anderen Pediller vielleicht auch was geiles nehmen? Brian? Motosicherheit? Jo, kann ich machen. Komplett. Ist hier wo... Ja, nichts passieren kann hier drin. So, du bleibst bitte rein. Ich war im Rücken zu mir bitte. Aber bitte pass auf, dass du nicht abknallst. Das kann schnell passieren. Wenn du einmal auf den Trigger kommst, ist er weg. Ich bin aufdruck. Ich bin aufdruck. Nee, mit dem Schalterfach kann ich ihn nicht in die Hand nehmen. Ja, sonst nehmen wir ihn so mit. Ist schon okay. Er hat ja Karol benannt. Alles gut. Dann einfach mal langsam bei mir bleiben, ne? Ja. Ist hier noch jemand? Wir warten hier. Vielleicht ist er offen. Oh ne, ist leider zu. Ryan? Sieht gut aus. Sonst sollte es sicher sein. Gut, zurück. Ist in den Cell jemand? Ne. Ist clean. Bzw. Weil sein Auto nicht mehr fährt. So, alle bitte wieder sammeln. Während der Verfolgung oder was? Positiv. So, alles wird auf mein Kommando. Einmal bitte Hälfte rechts, Hälfte links. Auf jeder Seite bitte mindestens eine Geisel. Und dann langsam aber sicher hoch geht. Die haben von wo er tankt war. Müsste jemanden unten stehen lassen. Bei der Baderase warten kann man leider bleiben. Nicht, dass irgendein Kopf auf die dämmische Idee kommt und reingeht. Das glaube ich nicht. Das, das, er hat aber nicht Unrecht. Er hat nicht Unrecht. Ähm, ich weiß nicht. Mit der Käppi hier. Käppi hier? Mit Geisel, willst du mit Geisel unten bleiben? Ja, ja. Dann bleibt ein Pediler mit, am besten ein Pediler mit Geisel. Also einer bleibt unten mit nem Pediler. Und sicher die Asservatenkammer, dass nichts passieren kann. Okay, machen wir das so. Wirst du das machen? Wirst du das machen? Ja, man weiß ja nicht. Er braucht aber den Pediler, er braucht aber den Pediler dann. Jaja, dann müssen wir, der ist grad oben, dann müssen sie runter holen. Wir haben doch noch nen anderen. Ähm, der andere Pediler bitte einmal runter, nochmal zurück. Dass da ein Geisel mit Pediler unten bleibt bezüglich Asservatenkammer. Sicher. Ich geh mit deinem Polizist nach unten liegen. Und dann hören wir jetzt mal, ich bin grad alleine. Ich auch? Ne, nur der Polizist. Nur Polizist runterbringen. Unten empfängt ihn dann schon jemand. Ist die Etage sicher? Ja. Und dann warten wir kurz, wie sie da unten abgegeben ist. Hatten Sie noch nen Kollegen bei sich im Auto? Ja, wir warten ganz kurz, bis ihr alle hier seid. Ne, genau. Hallo? Mr. Sword Officer? Ja, ich verstehe sie. Ja, ich verstehe sie. Hatten Sie nen Kollegen im Auto? Ja, ich verstehe sie. Sollen wir den Gang nach hinten durch erstmal sichern? Nein. Ja, warum ist das Auto grad von selbst hier weggefahren? Ja, ich bin noch nicht gesichert. Natürlich. Komm mal bitte eine... Der ist ja grad hier weggefahren, oder? Die Kollege. Oder fährt ihr Auto von selbst? Ich hab ne Frage. Weiß jemand, was Brian gefahren ist? Ja? Darf ich kurz das Essen? Ich freu mal das. Ja, dann hefte mal, dass er essen kann. Ich halt's dir in den Mund, dann kannst du's hier essen. Ihr halt's dir in den Mund, dann kannst du's essen. Habt ihr oben schon abgechallt? Ganz oben? Nein, leider, wir sind dabei. So, Erdgeschoss ist sicher. Einen Moment bitte noch kurz. Dann bitte wieder an den Treppen sammeln. Hälfte, Hälfte ungefähr. Pro Seite eine Geisel. Ist jetzt schon unten der angekommen mit dem Pediler? Ja. Ja. Seid ihr bereit auf der anderen Seite? Da fehlen noch welche, oder? Ja. Warte, warte, warte. Wartet. Ja, ja, wir sind gleich bereit. Moment. Ich brauch nur noch ne Geisel, die nehm ich... Nehmen Sie doch am besten auch im Schmitzkasten, Bruder. Ja, alles gut. Okay, dann los. Los, 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 los. Ist hier noch jemand? Einmal dann die Hände hoch. Untergeben, rufen Sie am besten. Da unten. Jetzt müssen wir noch das Dach dann checken oben, ne? Da noch wer ist. Ich habe das Gefühl, ihr helft grad dabei jemanden, äh, ne Latze zu machen. Weil das ist ne Lazio. Sie läuft wahrscheinlich gerade und kein PD ist dort. Oh. Ups. Ja, das ist schlecht. Uppala. Etage sicher. Ich bin ja bei der letzten Treppe, das Treffen mit einer Geisel, das reicht der anderen warten bitte hier unten. Ja genau. Guck mir mal an bitte. Ah, hängt fest. Ich bin ja ein bisschen wild hier hoch. Ja. Bist du bereit? Ja, ist damit. Einmal bitte. Jede Ecke absuchen auf dem Dach. Check. Wenn hier jemand ist, Hände hoch machen und sich ergeben. Ganz unten auch noch alles sauber. Und nur zu weit, ich reiß, reiß, raus. Aber ich bin und kann sonst noch da rein. Alter, hier geht's ja ab. Alles voller Licht. Wenn was reinkommt, funkt direkt durch. Ja, im Eingänge kann ich wissen schon. Ne, ne, klar. Sehen sie ihr Auto noch? Also ich nicht. Ach sicher, ja. Sind sie sicher, dass sie keinen Kollegen drin hatten? Ja. Okay. Wann, sie kommen halt alleine im Dienst? Nein. Ach so. Ey, welcher Rang sind sie denn? Das will ich jetzt auch wissen. Was sind sie denn vom Rang her? Vom Officer her. Sie sollten nicht lügen. Können sie uns die Schmuckkiste unten aufmachen? Und wie moinern's? Ja, dieses Schmuckkiste. Ob sie uns das aufmachen können. Die Tür könnte ich theoretisch aufmachen. Wir könnten's aufmachen. Ja, ja. Was geht ja um die Schmuckkiste. Ja, ja. Kennen sie jemanden, der das könnte? Sollen wir auf dem Weg noch die Daten wackeln? Ich kenne einige Personen. Mhm. So, jetzt treffen wir uns bitte erstmal alle wieder. Wo wollen wir unseren Hauptspot machen, wo wir uns treffen und die Verhandlungen führen? Ja. Weiß ich nicht. Verhandlungen am besten vorne irgendwie an der Tür oder so, oder? An der Tür wäre gut. Ja, aber im Haupteingang. Ich schau mal kurz, wo er misst. Ich habe eher den Empfang verschlagen für die Verhandlungen. Bitte sagen sie, ja. Ja, den Empfang. Der wäre doch geeignet, oder? Wie, der wäre geeignet? Achso, der Empfang. Sie meinen da vorne? Genau, ja. Finde ich ja ungeeignet. Ich meine, der Herr vom SWAT meinte, der Empfang ist hilfreich. Aber ich weiß nicht. Der Empfang ist unter gut. Hätte ich jetzt auch. Habe ich zweimal gesagt. Ja, können wir auch machen. Ja, dann machen wir das, was der Herr LEPD Officer gesagt hat. Zum Empfang. Perfekt. Er will uns sicher ins Kitchen bringen. Oder? Wollen sie das? Das sowieso. Ja, das wollen sie. Du bist auch bei der Tiefgarage mit dem PD da, ne? Ja. Ja, springen kann so. Okay, perfekt. Aber kennen Sie jemanden, der uns das Schmuckkästchen unten aufmachen kann? Kennen Sie da jemanden? Ich kenne einige Personen. Fui Kollegen kenne ja. Könnten Sie uns da einen Deal machen? Einen Kollegen, der uns das Schmuckkästchen unten aufmacht? Hm? Kennen wir das hin? Ich glaube, dazu bin ich nicht fähig, dass ich einen Deal für Sie mache. Nein, nein. Aber ich meine, dass Sie vielleicht jemanden kennen, der einen gewissen Kontakt, Sie haben ja einen Kontakt zu jemanden. Vielleicht kennt der jemanden, der einen kennt, der uns das Ding aufmachen kann. Wissen Sie? Ich weiß ja nicht, wer das alles aufmachen kann. Weil Sie sagen, Sie können es ja nicht, oder? Sie haben ja keinen Schlüssel dafür, oder? Ich habe ja einen Schlüssel für die Dir. Genau, wir brauchen jemanden, der einen Schlüssel für das Schmuckkästchen unten hat. Guck mal hier rein. So lange wir da keinen haben, ist problematisch. Hier können wir Waffenscheine ausstellen jetzt. Hier können wir Waffenscheine ausstellen. Tatsächlich, schau. So warte mal, Geisel, wir erwarten euch beim Empfang. GPS senden? Nein. Anonym Dispatch senden? Ja. Ja, dass wir... Wir müssen abchecken, dass die von hinten reinkommen. Wir müssen alles absichern. Es ist alles... Es ist abgecheckt. Ne, es ist nicht abgesichert. Die Türen. Dass keiner von hinten reinkommt. Wir müssen... Bei jeder Tür müssen wir jemanden hintun. Achso. Hier, guck. Kann doch mal jemand nach vorne kommen, einer, der noch nicht absichert? Ja, wegen dem Schmuckkästchen. Und Sie? Warum machen Sie das hier mit? Okay. Wissen Sie, was ich lustig fand? Sie haben nicht verstanden, dass wir hinten schon die ganze Zeit herum tumultiert haben. Sie haben es nicht mitbekommen. Sie standen da an der Zapfsäule. Wie konnten Sie alle beobachten, wie Sie Ihr Auto vollgetankt haben? Nein. Sie haben es nicht verstanden, dass wir da hinten schon einen Tumult hatten. Wir sind da zu 10, zu 16 sind wir da rein, da hinten. Ja. Dann lasse ich Sie mal in den Glauben. Haben Sie es mitbekommen? Ja. Hey, warum haben Sie nichts gemacht? Achso. Bei den ersten zwei, ob ich meinte, es sind vielleicht Gefangene. Achso. Nein. Aber Sie hätten früher flüchten müssen, aber wären Sie jetzt nicht hier? Weil Sie sind jetzt nur ein bisschen Bonus für uns, wissen Sie? Weil Sie ist Hot Officer, das ist halt echter Polizist. Das ist natürlich sehr hilfreich. Ja, wissen Sie, ich habe einen Eid geschworen. Im Zweifel. Ihr Eid. Ihr Eid. Der kann mir egal sein. Im Zweifel. Ab Ende des Tages zählen die Scheinchen, mein Lieber. Ja. Ja. Nicht der Eid. Aber im Zweifel werde ich die Gesetze der Staat des Kalifornien und die Verfassung der Vereinigten Staaten mit meinem Leben schützen. Sie meinen, dass Sie ihr Leben dafür geben würden, für die Verfassung? Ja. Ich bräuchte nochmal dann eine Meinung von der Polizeiaufschrift vorne beim Empfang. Was ist denn der erste Satz in der Verfassung? Hast du gerade gehört? Du musst nach vorne. Ja, ja. Ich komm. Auch einen Meinungsverstärker mit Polizeiaufschrift. Ich komm. Könnt ihr bitte alles absichern? Dankeschön. Super. Danke. Ist der bei dir da vorne, Lukas? Bin schon da. Guck mal, er steht da schon schön. Er hat ihm schon Hände aufgenommen. Bisschen Meinungsverstärken. Weißt du, was der gesagt hat? Er wird sein Leben dafür geben, dass er die Verfassung schützt. So einer ist das. Ja, ja. So einer ist das. Sehr mutig. Sehr mutig. Sehr mutig. Ich hab eh gesagt, was ist der erste Satz in der Verfassung? Seitdem redet er nicht mehr mit mir. Im Prinzip. Er muss kurz nachdenken, Bruder. Nee, ich glaub, wir müssen jetzt die Sprache verschlagen. Er denkt sich grad scheiße, ich kann nicht googeln. Er kann mir auch keinen Deal aussenden. Ich hab ihn gefragt. Er meinte, er kennt jemanden. Dann frage ich ihn. Ein paar Schande, dass deine Flossnose ist. Bewegt deinen Arsch hier rein. So soll er sich nur nackig machen. Ist ja auch schön. Mein Gott. Mal ausziehen. Oh, wie ich hier stehe. Wie so ein Sekretärin, Alter. Ja, wunderschön. So, also. Alle Eingänge. Unten stehen zwei. Für Garage einer. Für Hinterausgang einer. Oben guckt einer Dachtreppe. Perfekt. Warte, ich muss hier. Ja. Richtig und wichtig. Alles, alles closen hier. Alter, Rapid Enix. Bruder, Dankeschön. Genau. 50 Euro. Baller da raus, der Rapid. Danke fürs Amdonaten. Du musst ja noch Sachen vorlesen. Aber jetzt geht grad schwer. Mitten im RP. Ja. Ich habe zu danken. Alle Eingänge sind gesichert. Ja. Ja. Das weiß ich auch nur, weil das damals da war, wo wo. Ha? Auf dem Stockwerk. Ja. Doch, warte. Komm mit. Ja, was sucht ihr denn? Ja, was suchen die denn? Ja, das meinte ich doch. Die meinte ich doch eben. Was meinte ihr denn? Im Tü? Dann passt es ja. Ja, ja. Das schon, ja. Super. Ich habe mich um jeden Eingang gekümmert. Plus Dach sogar. Sehr gut. Was macht denn jetzt ihr Kollege da vorne? Ist irgendwann so ein Funkkanal, dass wir mit dem nach außen kommunizieren können? Ne, noch nicht. Das wollte ich eigentlich vereinbaren. Ja, aber da kommt ja keiner irgendwie so. Hat der Angst, dass wir den mitnehmen? Ne. Wie sollen wir den mitnehmen? Durch die Scheibe ziehen oder was? Und dann durch den Schlitz ziehen. Wie so eine Kreditkarte, Alter. Ey, warte mal. Komm mal mit. Alleine oder mit ihm? Ne, mitkommen. Ja, aber ich nehme jetzt überall den mit. Ich finde das sehr lustig, wenn wir den überall mitnehmen. In meinem Spitzkasten. Stinkt ein bisschen, aber ist nicht so schlimm. Ich erweise ihm mal die Ehre. Du, er hat Fesseln an. Mein Kollege hilft immer. Ne, der hat Fesseln an. Ja, ja. Ich nehme ihn raus, den Schlüssel. Ich nehme ihn raus. Ist das der Schlüssel für die Türe? Und dann stecke ich den dort rein und dann drehe ich dort. Ah. Super. Danke, weil das macht es uns einfacher. Jetzt. Hallo. Was bringt er denn? Er bringt eine Kiste. Jetzt geht er wieder weg. Er wollte gerade erst reingehen. Jetzt bringt er weg. Hä? Wir beißen nicht. Mann, was ist denn sein Problem, Junge? Ja. Willst du noch herkommen oder nicht? Hey. Sonst wird es ja gleich echt ungemütlich. Vielleicht wäre von euch ein Kaffee? Hier ist so ein alt Tomat. Ein Tomat ist da, ja. Hier wird es gleich richtig ungemütlich, wenn er jetzt nicht gleich herkommt. Was hat er denn für ein Problem? Schwitzt zwischen den Beinen oder was? Hat er vielleicht den Wolf zwischen den Beinen? Kann schon sein. Wie viele Geisel? Das kann sein. Vier, oder? Was ist? Vier Geiseln, oder? Ich habe aufgehört zu zählen, nachdem wir den mitgenommen haben. Ganz ehrlich. Mindestens zwei Officer und mindestens zwei Zivilisten. Ich glaube zwei Officer, zwei Zivilisten haben wir ja. Wir haben zwei Officer und zwei Zivilisten gehalten, ja. Haben sie nichts mitbekommen vor allem, wenn wir den einen Officer mitgenommen haben? Hat der nichts gemacht? Ich habe von dem Officer nichts mitgekriegt, ne? Ich habe mich schon verwundert, wie sie da reinkriegen sind. Ja, wissen Sie, wir sind da sehr, sehr penibel. Wir sind da sehr schnell. Also, bitte einmal so machen. Der möchte einmal mit allen Geiseln sprechen. Wir fangen jetzt erst hier oben an. Bei der normalen Besichtung ist uns wahrscheinlich nicht immer schneller. Ich verstehe Sie nicht, weil mein Funkgerät sehr laut ist. Ey, können wir das hinter den Fassaden machen? Wir müssen nicht nach vorne gehen, ne, mit den Geisel. Der kann auch hier kurz reinlunzen, oder? Ja, ja, dann lunzt er da mal rein durchs Loch. Durch den Schlitz. So. Sorry, wissen Sie, ich habe nur ein bisschen Sinn vor Humor. Das muss sein. Das muss sein. Was wollten Sie jetzt machen? Wurden Sie außer Dienst gehen? Nein. Was hatten Sie heute noch so vor? Es wird hier lediglich einige Beweise in die Asservatenkammer legen. Beweise? Was haben Sie denn für Beweise in die Asservatenkammer? Mich neu aufmunitionieren und dann wieder auf die Straße gehen. Okay. Dann schaue ich, wissen Sie was, ich schaue nochmal, was sie da dabei hatten. Vielleicht hatten sie noch ein paar Sachen, oder jetzt haben sie mich auf die Idee geholt, dass sie vielleicht noch was dabei haben. Gehen Sie sich nochmal um? Das ist der Sound auf der Spende. Oder waren das nur Waffen, die sie da mit hatten? Okay. Also das Messer nehme ich trotzdem nochmal ab und den Schlagstock. Das könnte ja gar nicht sein. So, da sind die ersten beiden. Bitte genügend laut sprechen. Ja, da sind die ersten beiden. Oh, die spikes nehme ich aber mit. Die kann ich nicht mehr. Oh, ne, die kann ich mitnehmen. Hallo, ihr zwei. Entschuldigung, braucht wer drei Spikes? Ich kann nur eins tragen. Bitte einmal mit dem Herrn da vorne reden. Super. Hallo? Hört ihr mich? Ja, ich hör dich. Geht es euch so weit gut? Bis jetzt noch, ja. Ja, das wird hoffentlich auch so bleiben. Hoffe ich auch. Das liegt in eurer Hand, nicht in meiner. Das liegt in unserer Hand. So ist es. Gut, dürfte ich mal mit den zwei anderen noch sprechen? Ja, kein Stress, die sind schon alt. Laut einen Moment. Wir holen euch da raus, Jungs. Habt ihr mit den zwei schon geredet? Gut, dann dürfen die beiden... Wir bräuchten einmal eine Abholung für zwei Officer. Der andere bleibt dabei dir. Der andere bleibt dabei dir. Ja, ich lass den hier. Das ist jetzt mein neuer Freund. Ja. Bin ich dann an die Leine später. Interessante Art, Freundschaften zu knüpfen. Es ist eine sehr lustige Freundschaft. Wo ist das denn? Es ist das... Wie ist denn das Syndrom nochmal? Wenn man so sich mit dem... Mit dem Bösen so ein bisschen... Ich glaub, es wird irgendwas... Das Stockholm-Syndrom. Ja. Stockholm-Syndrom, genau. Dann verliebt er sich Gart in den Geiselnehmer. Ist es Ihnen schon mal sowas vorgekommen? In Ihrem Dienst? Was? Ja, dass sich jemand in den Geiselnehmer verliebt hat. Bis jetzt noch nicht. Okay. Kann ich verstehen. Das können wir aber heute ändern, wir zwei. Sicher nicht. War nur Spaß. Meine Liebe gilt meinem Vaterland. Achso, haben sie gar keine Frau oder so. Oder Kinder. Gar nichts. Nö. Das heißt, sie sind voll auf dem Staat aus. Das gibt's auch. Wenn man in Objekte verliebt ist, das ist doch auch irgendeine Sache. Ja, er ist ein ganzes Land einfach verliebt. Wow, Alter. Er gibt alles dafür. Wie machen sie das? Buddeln sie dann so ein Loch? Wie machen sie das dann? Wieso? Wie pflanzen sie sich fort? Kannst du kurz ruhig sein? Ganz kurz. Ja, natürlich. Bitte? Oder schreien? Ja, da vorne mit dem Officer. Geht's Ihnen soweit auch gut? Ja, mir geht's gut. Haben Sie die Möglichkeit zu essen und zu trinken? Ja, ja, die Hälfte mit zu essen und zu trinken. Ob die Officer essen und trinken, scheißegal. Das ist der Sound-Orient. Das ist der Sound-Orient. Ich bin nicht verletzt oder so. Mir geht's gut. Okay. Das passt. Gute Maskenmann. Wollen wir uns dann draußen weiter unterhalten? Ja, können wir machen. Der Zweite wird einfach nicht gefragt. Ja, ist egal. Dem geht's schon gut. Wir sind... Du bist der Magier mit der Maske, ne? Ja, kennst du den? Der Maskenmann. Mir geht's gut. Der Magier mit der Maske enthüllt wieder die Tricks der Großen. Nein, du sollst hierbleiben. Natürlich sollst du gehen. Und wir zeigen euch Ihnen heute, wie schnell man 50 Millionen Dollar einem Start entwenden kann. Ja. Ganz schnell weg. Warum zu? Wollen wir nach vorne? Mhm. Ich nehme sie gerne in meinen Schwitzkasten. Ist dann einfacher für mich, wissen Sie? Wenn ich sie bei mir habe, ist das immer angenehmer. Da fühle ich mich sicherer, weil sie mein kleines Schutzschild sind. Ja, klar. Sie sind mein Anker, mein Leuchtturm. Eine kleine Schutzschild. Ich meine... Eine SK4-Keramikplatte... Du bist meine Kirsche auf der Torte. Was ist für eine Keramikplatte? Ich habe sie nicht verstanden. SK4-Keramik. Ja, verwende ich auch für meinen Toast zum Schneiden drauf. Eine Frage, Herr Polizist. Mhm. Trinken Sie Kernöl? Er kennt das nicht. Okay. Ich dachte, das kann man hier auch haben. Wir müssen aufpassen. Please one person at a time. Denkst du, der zeigt jetzt den Spiegel? Denkst du, der zeigt jetzt den Spiegel da? Könnte sein. Kamer bei den Herrn Officer, haben Sie schon mal Ihren Spiegel gezeigt? Hallo? Ja. Haben Sie schon mal Ihren Spiegel gezeigt? Ich sag jetzt mal Nein. Was wird eigentlich das Null-Pos auf Ihrem Helm? Das ist die Spende-Blutgruppe. O-Pos ist die Blutgruppe? Null-Positiv. Ach, Null-Positiv. Ja. Welche Blutgruppe war das nochmal, wo du mit allen Blutgruppen einfach alles reinziehen kannst? Die kennen sich aus. Ja, krass. Du musst A, B sein, dann kannst du alles kriegen. Könnt ihr mal aufs Dach dann rauf gucken? Ja, machst du viel Geld mit, ne, als Blutspender? Die, die oben stehen? Dann lüften wir so Geheimnisse von Leuten, die Polizist sind, aber in real life eigentlich. In real life sind sie eigentlich Leute, die darauf Blut spenden und sich deshalb den Arm die vor die Tür stellen kann, ne? Kann ich für die... Kann ich für das... Kann ich das Abklärt schon mal in der Geise bekommen, dass jemand da ist? Ne. Hey, was? Als ob ich in den Geise gebe, weil er fragt, ob jemand im Dich... Mach doch mal, hallo, hallo. Nein. Es ist nicht jemand, das Dach. Ja, es deckt nur jemand die Treppe zum Dach. Ja, jemand sollte aufs Dach oben. Es sollte jemand... Ja, bitte mal ein paar Leute mit aufs Dach kommen. Ja, bitte die Tür, aber schon bewachen. Ja, einfach, einfach, dass die bewacht sind, die Hauptspots. Wo ist der Typ, der sie... Ich bin an der Tür. Da ist bewacht, da ist bewacht. Wobei da, da bewachen sehr viele. Gut, dann müssen Sie die Posten einnehmen. Okay, passt schon. Und einer bitte auf dem Dach bleiben. Schön ist es, auf der Welt zu sein. Ja, sagt der Rochen zu seinem Stachelschwein. Ich hab den nur eigentlich unten hingestellt, damit er nicht gerade ein offenes Ziel ist, falls es ist. Also, die wollten halt ernsthaft eine Geisel dafür, dass sie nachfragen, ob jemand im Dienst ist. Nee. Oder vielleicht. Wir können eine Geisel rausgeben, wenn die uns jemanden bringen, der unten das Schließfach aufmacht. Dafür würde ich ihnen sogar zwei bringen. Ich auch. Also, ein Polizist und ein Zivilist. Ja, natürlich. Unser SWAT-Officer kann die Tür aufmachen unten, hat er doch gesagt. Ja, aber er kommt nicht an die Asservatenkamera ran. Ah, okay. Wir wissen ja, worauf wir aus sind. Wir müssen doch was machen, ne? Wenn es schlecht ausgeht, ist da eine Kugel drin, ne? Ei, ei, ei. Ihr Kollegen verbocken es, glaube ich. Sieht schlecht aus für sie. Ui, 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 das wollen wir doch nicht. Berufs-Risiko. Was, was, Risiko? Berufs-Risiko. Berufs-Risiko, ja, das stimmt. Da haben sie sich vorhin schon ausgesucht, dass sie hier sind. Das stimmt. Ich will da mithören. Ja, ne? Entschuldigung, drin ist so stickig. Wir haben Probleme, aber das Probleme sind ja nicht unmöglich. Gibt es Alternativen zu der Asservatenkamera? Ne. Aktuell nicht. Bisschen Zeit haben sie ja. Passen sie auf. Geht, ist, ist jemand drinnen, der für uns die Asservatenkamera aufmacht, bekommen sie einen Office-Online-Zivilis. Das ist doch, glaube ich, ein Ansporn, oder? Ja, das kommt ein bisschen drauf an, ne? Die Tür kann ich ihnen aufmachen, wir zwei Geißeln. Geht nicht um die Tür. Es geht nicht um die Tür. Die Tür kriegen wir auch gratis tatsächlich auf da unten. Die kriegen wir auch gerade auf. Eben. Das dachte ich mir. Ja, ich check's nochmal, ne? Also, dann passen sie auf, pass auf, wir machen jetzt keine halbe Spielchen. Wir wissen genau, dass sie wissen, dass jemand da ist, der das aufmalen kann. Sie wissen, dass ich weiß, dass jemand da ist? Ja. Okay. Wir wissen, dass... Also, kurz was so. Sie brauchen jetzt gar nicht so lügen und so tun, weil sonst knallt sie drinnen. Logischerweise, logischerweise, es ist ein Officer, der dann bei uns erstmal drinnen bleibt und somit dann automatisch die Geißelurte übernimmt. Ich höre ihren Kollegen wieder nicht mehr. Was? Hören sie mich denn nicht, Alter? Jetzt höre ich sie wieder. Ja, dann hören sie mich immer noch. Das liegt... Ja. Ja, passen sie auf. Kurzfassung. Automatisch wird ja der Officer den Posten übernehmen, der sich für seine Leute einsetzt, damit er uns unten alles aufmacht und uns alles rausgibt, was wir wollen. Beziehungsweise wir blühen dann ja dann die Asservatenkammer, ne? Das Schatzkästchen. Hören sie mich. Ja, ich höre sie. Aber ich verstehe noch nicht ganz mit der Position einnehmen. Was meinst du denn? Ja, ja, passen sie auf. Dadurch, dass wir dann, wenn wir ihnen zwei sogar geben, hätten wir dann wieder drei geißen, weil der ein Polizist dazugekommen ist. Dann geben sie mir drei. Dann geben wir... Dann machen wir... Wir machen... Dann lassen sie mich da mal bitte ausreden. Ja, ja, klar. Wir geben ihnen drei Leute, dafür bekommen wir sozusagen einen, der unten an die Asservatenkammer kommt und sie auch leer machen kann. Sollte das ein... Wie nennt man das? Fake sein oder sowas, dann gibt's ein richtiges Geballere hier. Sollten sie uns verarschen. Also drei Geys sind für einen, der für seinen PD ist und für das Gesundheit, der ganze Officer. Kommen Sie zwei Officer und ein Zivilist. Für die Schwören, spielen sie sich nicht mit uns. Wir wissen, dass jemand da ist. Sie brauchen gar nicht solche Lügen auf Tisch und sie wissen ganz genau, dass der da ist. Ja, spielen sie nicht mit uns. Sie wissen ganz genau, dass wir einfach reinkommen, wenn sie irgendwas Dummes machen. Ja, aber es ist... Okay, ich bin fair. Hören Sie mal kurz zu, hören Sie mal kurz zu. Es liegt an Ihnen, was Dummes machen. Das liegt nicht an uns. Das liegt in Ihren Händen. Aber Sie brauchen nicht so rumliegen. Dann lügen Sie nicht so rumliegen. Es ist keiner da. Was ist jetzt mit dem Helikopter noch? Kann ich mit einem reden oder brauche ich drei? Sie brauchen drei. Ein bisschen Druck, um mich hier zu holen. Ja, machen Sie. Ich gehe jetzt das mal eben auch klären. Nicht in den Autos. Was ist das? Was möchtest du denn sagen, Geisel? Ich würde gerne was zu den Verhandlungen für oder sagen. Ja. Und zwar, dass er zuerst bitte die Zivilisten und den anderen Kollegen rausholen soll. Ich bleibe in Sessa bis zum Schloss. Er hat sich dafür bereit erklärt, hier drinnen bleiben zu wollen, bis das bittere Ende ihn aufnimmt. Er würde selbst das Leben nehmen. Wollen wir für die Kommunikation Funk ausmachen? Ja, das Problem ist, dass ich ziemlich alleine da auch stehe. Ich würde lieber hier reden, wenn es ziemlich stört. Weil ich habe keinen Verbindungswand. Wir sind echt nicht. Was halten Sie vom Telefonieren? War nur ein Angebot. Ja, wir können auch telefonieren. Mit Sicherheit nicht. Weißt du, funken geht nicht, aber telefonieren. Da sind wir dabei. Ja, das war nur ein Angebot, dass wir funken können. Das war nur ein Angebot. Ja, wir können pro Forma die 69 ausmachen. 69? Ja, die können auch die 66. Sie sind dann versauter. Ja, logisch. Ja, also können wir da drinnen kommunizieren jetzt oder nicht? Ja, können wir kommunizieren. Okay, alles ist da. Okay, check. Und wie gesagt, spielen Sie keine Spielchen? Sagen Sie, was da Tatsache ist und dann passt das. Können wir mal bitte einen Funk-Check machen. Machen wir ja nicht. Check. Aber jetzt zu sagen, ist keiner da. Check. Das ist halt. Check. Alles klar, perfekt. Dann mailen Sie sich, wenn Sie was. Ja. Ich komme nicht wieder. Bleibt einer von euch bitte in meiner Nähe, weil ich habe jetzt keinen Kontakt mehr zu unseren Jungs. Ich meine, ich bin jetzt in dem Funk von dem... Ey, Joas, hast du gemerkt, was ich gemacht habe? Ja, ja. Wie der Wolkener, der Heli... Ey, by the way, habt ihr das mitbekommen, wo der Heli gelandet ist? Von dem Polizei. Ich habe einfach geblufft, des Todes. Ich habe jetzt so gemacht, als wüsste ich, dass wer da ist. Und der hat mir das als Alpha abgekauft. Weil er uns angelogen hat, es ist keiner da, um das aufzumachen. Ich habe gewusst, es ist 100 Pro irgendwann da. Aber meistens ist immer jemand da, der es aufmachen könnte. Dann habe ich einfach geblufft. Obwohl ich es nicht wusste. Und er so, oh ja, ja, okay, ja, dann machen wir das. Das Bluffen ist echt wichtig und richtig im Leben. Genau wegen solchen Sachen. Von irgendwelchen Leuten, die ich kannte. Du gehst hin und sagst, ich weiß ganz genau, dass er da ist. Du brauchst gar nicht so lügen, weißt du. Er hat es direkt zugegeben. Er hat gar nicht drum herum geredet. Heftig. Er hat es direkt zugegeben. Was machen wir zwei jetzt? Ein bisschen spazieren gehen? Ich denke mal, ihr habt da relativ wenig Mitsprache recht. Wenn sie wollen, wir können auch irgendwo hingehen. Dann können sie was essen oder so. Wenn sie Hunger haben, sagen sie einfach. Nein, ich brauche nichts. Aktuell. Geht es noch gut? Hunger? Alles gut? Alles gestillt? Aktuell bin ich gut gesättigt. Okay. Wem gehört eigentlich das Büro hier vorne? Das hier? Ich habe da gerade eine lustige Idee. Da können Sie mir mal zuschauen, wie ich das hier mache. Schauen Sie mir mal zu. Ja klar, wenn er jetzt trotzdem anrückt, dann... Mach ich mich gut hier drin? Ich kann alleine hier die Stellung halten, glaube ich. Bitte? Direkt Bescheid dem gucken. Ja, ja. Ob ich mich gut hier drin mache? Wenn Sie jetzt so die Maskenoption daten, dann könnten es tatsächlich eventuell reibassen. Ah, das war schön. Ich habe gerade hier den Tisch übernommen. Das ist jetzt meins. Ach so. Ja, du flüsterst. Ich höre dich nicht. Ja, ja. Moment. Jetzt? Super. Passt das zu mir? Der Tisch mit dem Zeug da? Schon, ja. Es ist irgendwie lustig, das mal andersrum zu sehen. Ich sitze da am Tisch und vor mir ist so ein Officer. Jetzt bin ich so einer, jetzt bin ich der Captain. Ich bin dein Captain drauf so. Und jetzt spielen wir was. Pass auf, ich gehe jetzt hin und sage so. Wie heißen Sie? Herr Sword Officer X, Y, Z. Wir haben ganz viele, ganz viele Probleme bekommen. Also sehr viele Leute, die sich über Sie beschwert haben. Und zwar haben Sie anscheinend eine alte Oma die Treppe runtergeschubst. Und deshalb müssen wir sie jetzt kündigen hier. Boah, Todesstrafe. Boah, fühlt sich das gut an. Ich glaube, im nächsten Leben werde ich Officer. Und werde ich Chief of Police und in allen Sobs. Und kündige ich jeden einzelnen Korb. Für eine bessere Karriere. Glauben Sie? Sie zu kündigen? Okay. Ja. Sie haben eine Oma runtergeschubst. Haben Sie schon mal irgendwas gemacht? Haben Sie auch am Setze gerochen? Oh, warte, lass mir mal riechen, wie das riecht. Jetzt, wo du es sagst? Ja, sag mal, die Note. Im Abgang auch. Wer sitzt da eigentlich immer? Was, von wem ist das hier das Büro? Man will sich jetzt vertopfen, keine bestimmten Personen. Aha, es riecht so ein bisschen nach Arschwasser, muss ich ehrlich sagen. Das riecht nach Arschwasser? Ja, das wird einfach von den höchstrangigen genutzt. Kurzer Tipp, also wenn ihr Vorgesetzter Probleme mit dem Popo hat, er sollte mal wirklich, also das ist wirklich ein guter Tipp von mir. Nein, nein. Er sollte eine Hämorrhoidencreme benutzen, weil man sieht, man sieht deutlich hier in der Ecke, wenn man rechts guckt auf dem Sessel, ist es so ein bisschen rot. Siehst du das auch? Die ganz rechts am Sessel ist so ein bisschen rötlich, ne? Boah, ist ja widerlich, Alter. Ist ja richtig widerlich. Sieht auch schon richtig durchgesetzt, durchgesetzt aus. Einfach, er hat schon so einen Hämorrhoiden-Schlüpper, wo die Hämorrhoiden durchgucken, Alter. Wo die so runterhängen können, Alter. Das kommt von vielen Sitzenden. Also können sie mir im Vorgesetzten sagen, soll mal so eine Salbe sich holen. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ja, vielleicht im nächsten Leben dann, dann komme ich da mit und dann... Nennen Sie mich Maske? Ja, sieh ich alleine. Boah, ich passe da nicht durch mit Ihnen. Was war denn hier? Ah, hier ist der Pausenraum, ich sehe schon. Ein Pausenraum, wie schön. Also ich mag das für die auch nicht, ich mag es sehr gerne. Geben, dass alles okay ist. Ah, da schreit jemand durch. Durch den Pausenraum. Ich mag das Pedi auch nicht, Alter. Hier einfach mal reinpinkeln, dann muss ich weg. Dann haben wir meinen Traum, dann haben wir meinen Traum. Was mit dem Pedi? Ja, weil ich in die Pflanze pinkele. Achso, der kann doch. Das ist wie genauso. Er muss halt ohne Hände machen, ne? Ist halt schwer, aber viel Spaß dabei. Ich brauche, glaube ich, noch jemanden. Ja, ich hoffe, Ihre Kollegen machen weiter da draußen. Kannst du bitte, hallo? Hallo? Kannst du bitte durchfunken? Ähm, ein Officer und zwei Zivilisten? Vorne. Dass Sie die holen? Ja, wir tauschen jetzt. Ein Officer, zwei Zivilisten, okay. Hallo, wir brauchen... Und dein Officer bleibt ja. Wir brauchen bitte ein Officer und zwei Zivilisten vorne an der Rezeption, bitte. Danke. Dann geben wir den... Oh mein Gott, einfach wie im Supermarkt. Mit deinem Officer, zwei Zivilisten. An die Kasse eins, bitte. Danke. Dann müssen die anderen ihre Posten nicht verlassen. Das ist ja auch perfekt. Den behalten wir uns, ne? Ich meine, er hat ja gesagt, er möchte das Atletze gehen, hat er gesagt. Er möchte freiwillig sein, ja. Das ist den, den wir dann unten erschießen, immer halt. Ja, ja. Ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, weg ab, grün ab, äh, Porsche. Also, was braucht ihr nochmal? Polizist? Noch ist die Spannung gut. Äh, die Laune gut, aber die kann sich ganz schön ändern. Ey, ich weiß nicht, wie wir hier wegkommen sollen, Leute. Ich glaube, wir gehen alle in den Knast. Ich glaube, wir kommen alle in den Knast, aber es ist so lustig, dass wir... Oder wir schaffen es. Ich bin so gespannt. Ey, Leute, glaubt ihr, die Asservatenkammer ist gefüllt, weil wir bewachen sie gerade unten? Positiv zur Rezeption. Wie sieht es unten aus, Asservatenkammer, alles noch clean? Ja. Top. War das jetzt auch ein Witz? Die Asservatenkammer und Clean? Ja, die... Nee, halt sauer, ne, dass da keiner ist. Weil nicht, dass da irgendwer auf die Idee kommt, da rangeht und die Sachen mitnimmt. Man weiß ja nicht, ne? Ich glaube, bei mehreren Kilo Kokain und Methamphetamin kommen wir nicht von Clean-Sprecher. Wann wurden das letzte Mal die Asservatenkammer eigentlich, äh... Ich sag mal, ausgekammert. Durchgefegt. Dazu habe ich keine Informationen. Naja, sie kennen sich ja anscheinend sehr gut aus, so wie wir sie mit mir da drehen, mit den Kokain, was da drin ist. Mhm. Durchsuchen mal, vielleicht findest du was cooles. Ja. Wo ist der andere Zivilist? Das fehlt noch ein Zivilist. Ja, ein Zivilist fehlt. Ja, ich dachte, äh... Ich hab echt immer mal gepasst. Warte, bis der Piss ist mir nicht drauf. Schau mal da nach hinten, ob der noch da ist. Eieieiei. Entschuldigung, wir bräuchten Sie bitte als Zivilist. Sie müssen bitte mitkommen. Ja, eigentlich fährt ich mit dem Pissen. Ja, ja. Achso, sie waren gerade Pipi, gell? Ja, gut. Besser, wird es ein bisschen länger gedauert. Haben sie jetzt vielleicht in die Pflanze gepinkelt oder was? Nee, der hat direkt auf die Wand gepisst, dass man die neu anmalen muss. Der letzte, rechts, dann der letzte und dann der letzte und dann kommt der Officer rein, oder was? Ja, wie soll, sowas soll ich entscheiden? So, darf ich bei Ihnen nochmal kurz in Ihre Pockets gucken? Ja, ich hab ja keine Hand gewonnen. Ist der kommt auch in die Asamad mit Kammer oder will er sterben? Ja, Benzin kann eine Pistole, hat der Mann. Kann ich einmal mit ihm sprechen? Kommt der mal nach vorne? Ich glaube, ich bin falsch, Mann. Ich glaube, ich hab in die falschen Taschen. Ja, wer bist du? In die falschen Taschen? Warst du wegen mir, oder was? Ich komm kurz. Hast du einen Namen für mich? Ich hab wieder in meine Taschen, Alter. Ja, könnte immer mal passieren. Hast du Geisel da draußen? Was kann das sein? Ich dachte, ihre Kollegen haben mir das vorhanden. Diskutiert er gerade mit dir? Ja. Ich will einfach den Namen wissen, was ist da so schwierig. Soll ich eine Geisel sterben, dann sagst du jetzt einfach mal deinen Namen, oder? Komm mal hier durch die Tür bitte kurz. Ja. Ich kann auch kurz da auch nochmal. Ich kann mich auch verarschen. Kann ich Ihnen das verantworten. Ja, um was geht's denn, Schnucki? Na, warte mal. Ihr denkt mal an den Namen, werden sie ziemlich sicher nicht erfahren. Ich kann probieren, die das aufzunehmen, okay? Naja. Ey, wozu brauchst du seinen Namen? Einmal auf die Gottes Augen. Tatsächlich. Wozu brauchst du den? Ja, okay, okay. Also, wolltest du wissen? So, seid ihr bereit jetzt? Ich bin einfach nochmal auf, Mann. Das ist korrekt. Ja. Mein Name interessiert mich gar nicht. Als erstes gehen die zwei Zivilisten raus. Jetzt? Warte. Also, wie weit geht der hintere, wenn die zwei Zivilisten draußen sind? Ja, stehen bleiben. Genau, und dann kommt der Polizist in Dyer. Unserer. Oh, ich hoffe, die Asylatenkammer ist bis oben gefüllt. Dann haben wir endlich wieder Kohle, Leute. Geht raus. Jetzt? Alles klar. Ja, jetzt. Ciao. Ciao. Schön Tag noch, ne? Lass krachen. Ja, ciao. Hätte den doch erschießen sollen da drin. Er war erstaunlich zu drauf. Was? Du müsstest. Wisst ihr was der Situation macht? Der Officer geht bitte raus und du deckst bitte den Officer, der hat reingekommen. Nimm den Officer durchsuchen und schau noch mal, was er dabei hat. Kann jemand den Officer festnehmen? Ja, das macht er. Ich höre euch auf jeden Fall raus. Super, ich bin stolz auf uns. Sehr stolz. Wir haben uns die oben leider. Mach das. Können wir machen. Aber dann auf dem neutralen Boden. Der Einer bitte Seiteneingang. Abcheck noch, bitte. Seiteneingang habe ich zum Kleinerladen. Warte, ist das jetzt der Typ, der aufmachen kann unten? Ist das der? Das ist der, der da gibt es auch mal. Ich weiß nicht, ob ich noch Platz in meinen Taschenapfel, das ist, was der dabei hat, Mann. Ui, warte, lass uns mal schauen. Sorry, ich muss dich da leider. Kannst du dich mal kurz um ihn kümmern? Informativ, wir haben noch eine Person von Marshalls. Kümmer dich mal um ihn. Ich glaube, der läuft nicht weg. Darf ich mal gucken, wie man ihn reinspicken? Ja, du musst mal ein bisschen weggehen, dass ich dann besuchen kann. Oh, Entschuldigung. Bitte, wie das Kabel sind wir auf so einer Ebene. Oder bist du nur so sympathisch? Ich nehme mal das Funkgerät auf jeden Fall ab. Bist du immer sympathisch? Du weißt, dann kann ich aber nicht meinem Kollegen sagen, wie es läuft. Ach so, brauchst du das wieder. Weißt du was, Herr Ehrenner? Ja, also es wäre halt sinnvoll, dass ich dem sagen kann, dass alles läuft. Ja, mit Kabelbinder wird es auch schwer an die Aserwartenkammer. Natürlich, das machen wir dann unten, alles gut. Das machen wir dann unten. Du hast noch keine angelegt bekommen, ne? Weißt du, du sagst so, ich bin der Letzte, der hier rausgeht. Weißt du so, du stirbst, du stehst da an, Alter. Dann, ich nehme mich nur kurz fest, einfach nur zur Sicherheit dabei. Das ist schon respektabel. Das Team alles weggenommen. Ich habe bis auf Funkgerät und so, ich mache mir jetzt solche Kabelbinder ran. Laut Aussage ist er ein Commander, wenn er nicht reinkommt und die Aserwartenkammer mit uns nicht leerräumen kann, dann wird er sterben. Ja, das ist richtig. Ich denke aber, das wissen sie, weil ich glaube nicht, dass die jetzt unbedingt einen Schwachshaus machen wollen. Gehen wir nach unten, bitte einmal folgen dem Herrn. Genau, wir schauen. Ihr müsst einmal bitte Bescheid geben, damit die wissen, wie der Stand ist. Nee, Entschuldigung, ich dachte, ich bin einem anderen vor unten. Aber trotzdem oben noch auf Bereitschaft halten, ne? Also, wir gehen jetzt nach unten. Oh, warte, ich habe mein Funkgerät nicht. Bitte alle ihre Posten halten. So, jetzt höre ich was. Ja, check. Check. Vielleicht noch jemand, die zwei, die hinten standen, bei den zwei Zivilisten, hinter ein oder von zum Haupteingang. Warte, hat irgendwas gesagt, hintereingang kommt jemand? Negativ, ich habe gefragt, ob vor der Eingang jemand guckt. Ja, müsste. Ich habe gerade gesagt, die zwei, die Zivilisten gerade bewacht haben hinten, bei der Zivilisten. In der Sitz-Ecke, bitte ein oder von nach vorne gucken, wenn wir in den Haupteingang im Auge warten. Für euch nochmal als Info, ich weiß nicht, ob ihr das mitgeschnitten habt. Wir haben noch eine USMS-Geise. Äh, wo denn? Äh, waren die da, glaube ich, beide? Warten wir ganz kurz im Westen. Warten wir ganz kurz im Westen? Warten Sie ganz kurz hier? Ja, wir warten hier, wir warten. Oh, jemand beim Haupteingang, das ist perfekt, ich komme gleich. Ist jetzt jemand beim Haupteingang, das ist zu checken. Ah, okay. Ja, ich guck mal. Also unten machen wir noch nicht auf. Ja, das ist okay. Und soll ich die Tür hier aufmachen? Ja, das ist okay. Gar nicht um meine Schlüssel da sperren. Nee, das wird mir interessiert, die sperren bei Ihnen. Probier mal's nochmal. Dach noch alle sauber. Ja. Ja, ich probier. Steck den rein in den Schlüssel. Ach, schau. Tatsächlich, er sperrt der wirklich. Das ist hier ein Labor, ja? Mhm. Mhm. Wär blöd, wenn da wer rumspielen würde mit den Dingern hier. Das wär richtig blöd. Ah, das wär richtig blöd, wenn das passiert. Wir lassen das aber mal offen. Wurde ihr das Labor schon mal zerstört? Äh, weiß er nicht. Das wär natürlich blöd, gell? Mhm. Der hat das, der hat das, äh, naja. Liebereit? Ich wär ready for Miami. Du kannst ihn gleich wieder da hin. Also pass auf, ich sag dir gleich. Wenn du weiter uns zutrittst, die Aserwatenkammern gibst, sehen wir natürlich alles, was da drinne liegt, ne? Ja. Du listest uns alles auf, was da drin ist. So viel ihr tragen könnt. Ja, alles, was wichtig ist. Alles, was wertvoll ist. Das wertvollste listest du uns auf, ja? Ich kann ja sagen, was ich da so alles finde. Du hast ja so ne Inventurliste. Wir sehen's ja sonst auch, wenn wir die Regale durchführen. Ja, aber... Sehen wir's ja auch. Wäre ganz gut, wenn ich die Inventurliste dann einmal durchgehen kann. Natürlich. Ich kann sogar... Ohne Kabelbinder wäre aber vielleicht sinnvoll. Nur als Info. Ja, geht ja nicht anders. Aber wir schauen, wir werden eine Waffe auf sie richten, wenn irgendwas passiert. Ja, ja, ihr habt ja meinen Kollegen hinter mir. Also, Entschuldigung, aber... Ja, nein, nein, ich weiß ja nicht. Wissen Sie, es kann ja immer was passieren. Alles gut. Für Sicherheit, ne? Das Problem ist, einen kriegst du vielleicht, aber... Nein, nein, nein. Das ist gar nicht mein Gedanke. Das ist nicht mein Gedanke. Okay, dann los, bitte. Ja, mit Kabelbindern ist schwierig. Er hat noch Kabelbinder dran. Hat er noch Waffen dann? Nein, ich hab nichts. Passt. Dann wird das ja ein Kinderspiel. So, du legst einmal bitte laut die Inventurliste vor. Und dann schauen wir mal, was so auf dem Zettel stehen alles steht. Geh mal auch mal mit rein. Schau mal, da warst du auch noch nie drin, ne? Och. Also... Einmal bitte kurz ruhig, hast du noch eine Schöne? Ja, ich will auch zuhören. Also, wir haben 5,44 Millionen Schwarzgeld. Ich glaub noch 911. Ja. Äh, 3557 wählen. Alter! 7739 Meth. Alter! Ähm, 263 Handschellen-Schlüssel. Aber ich glaub, das ist jetzt eher nicht das, was du begehrst. Ist das voll? Mit Diamantwaren und so? Das ist voll! Äh, Goldbarren haben wir 225. Diamantboxen 201. Ich sterbe! Das ist sowas von voll. Das ist ja voller als ever. Kusch 1388. Zwei Blutspur. Mir geht ein Herz auf. Und ein Graspäckchen. Was ist hier noch alles? Ey, das, was hier drin ist, ist sehr viel wert. Das ist saumäßig viel wert. Wenn soll ich noch mehr vorlesen? Ja, ich würde gerne machen. Ja, alles, was wir noch haben. Wenn wir uns wissen, was für uns interessant ist, das werden Sie ja wohl wissen. Seit Neigerkei ja noch. Äh, 17 Kokain. Äh, 35 Termit. Äh, 1100 Dünger. Hanfsam 350. Äh, Gold-Diamantboxen hatte ich bereits. Äh, Gold-Diamantboxen, Goldbarren hatten sie auch. Äh, nochmal 44 Gold so. Hm. Es ist besser als jeder Bankgruppe, Leute. Wir haben Checkpot. Wir haben Checkpot des Todes. Wir haben mal das komplette Kurs, Schwarzgeld und die, ähm, und die Juw. Fangen wir mal mit dem Schwarzgeld an, wa? Ja. Und Kleiderknie. Das müsste so... Jetzt können wir doch gerne durchfunken, dass alles in Ordnung ist aktuell. Nicht, dass die sich einscheißen. Ja, das Problem ist, dass... Ja, darf ich dann kurz mit Funkrad benutzen? Ja, bitte. Ich bin ja da und hör zu. Äh, pinker Porsche, da bei der Ausfahrt. Fangen Sie ruhig einmal durch, dass alles in Ordnung ist, wir kooperativ sind und sowas, ja, Fonk möchten. Allein das Schwarzgeld schon mehr als so ein Netz in den Ausmaß. Ja, ist so. Alles gerade ruhig soweit. Äh, an der Nazi kriegst du keine 5,6 Millionen, was da drin ist. Das Ding ist voll. So, dann das Schwarzgeld. Die haben lange nicht mehr geleert anscheinend. Das ist eingepflegt. Na 5,4 waren es, ja. So, ich nehme mir mal eine Box hier hin. Und ihr müsst euch vorstellen, da sind ja noch tausende Sachen drin, und dann haben wir noch die Boxen. Das ist schon sauviel wert. Das ist auch nochmal eine Million oder so. Ja, Juwelen, weiß ich nicht, ob das so einfach wird. Ich probier's mal. Ja, probieren Sie es. Juwelen sollt easy sein, oder? Oh ja, boah, aber die sind echt schwer. Ja, ja, wir schwören. Das ist echt schwer. Wie viele Juwelen sind denn das? 3.500 irgendwas. Ja, das ist schwer. 3.500. Okay, dann noch was? Was hatte ich gesagt? 3.500 Juwelen, Leute. Ich sterbe. Ja. Ey, wenn wir damit durchkommen, sind wir alle reich. Das muss heute durchgehen. Ja, gut, da wär's ein Problem. Ich brauch das Geld, Alter. Was haben wir ein Problem? Die Kassen klingeln, Leute. Die Kartons sind immer nur, sind die nicht immer nur ein 30er-Päckchen? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja, von was reden wir gerade? Kusch. Oh, nee. Nee, Kusch. Ich sag mal, ich hab mein Metam-Vetamin-San 30er-Päckchen. Ja, das ist 30, ja. Perfekt, dann passt das auch hier. So, pass auf. Das ist schon mal das. Dann geben Sie mir bitte einmal noch Diamant-Boxen und Gold-Barren. Mhm. Mhm, 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 Gold-Barren. Gebt ihr bitte einmal im Funk hinter euch durch, dass da ich jeder einzelne nacheinander sich bitte hier unten Diamant-Boxen und Gold-Barren abholen. Jawohl. Wie viel kann ich denn da fischen sind denn da? Aber das machen wir besser so, dass nicht alle auf einmal kommen, weißt du, was ich mache? Ja, ja, nacheinander, nacheinander. Mach du das bitte. Jetzt müssten aber ich 50 sein. 50, ja. Wie viele Leute brauchen wir? Ey, warte, kannst du bitte mitnehmen? Nee, einfach nur nacheinander, Bruder. Nacheinander, einer nacheinander. Bruder, nee, wobei, ich lass ihn lieber da. Das ist sicher. Oh, nee. Äh? Okay, ja, ja, ja. Äh, ganz kurz. Das sind die 50? Wir brauchen eh nicht so viele, weil 50 kann einer mitnehmen. 50 Stück. Ja, dann nochmal 50. Ja, sie können ja jetzt keine mehr nehmen, ne? Bescheid geben. Ja, ich rede von den Diamantboxen, kann ich aber noch nehmen. Ja. Wie viele brauchen wir? Leute, hier unten dann? Ja, ich würde mal einzeln holen. Immer so. Einfach erst mal einzeln. Erst mal sind wir ja schon drei. Warte erst mal, wir sind ja erst mal schon mal drei. Ja, ja, alles gut. Magst du mit denen mal übernehmen? Bist du so lieb? Bist du ein bisschen auf ihn aufpasst hier? Auf ihn? Ich bin hier auch nochmal 30 raus. Ich kann das erzählen, Mann. Ich will jetzt nicht genau aufpassen. Nee, musst du nicht, musst du nicht. Ja, ja, genau. Ich hatte gerade erst 20 und dann... Bist du auch mal vorbei? Ja, geh ein bisschen raus vor die Tür, dass wir ein bisschen mehr Platz haben. Ich geh erst mal hoch. Und dann an meinen Kollegen. Nee, raus vor die Tür. Komm mal kurz her. Platz haben. Ja, ja. So, dann gibt es jetzt bitte meinem Kollegen hinter mir ebenfalls 50-50. Na, dann komm mal... Jawohl. Komm mal ran auf den Meter, dann geh ich. Ich würde raus gehen. Kannst du mir gleich Meff mit einpacken? Meff, da muss ich jetzt wieder kramen. Achso, ne, never mind. Ja, scheiß auf das Meff, oder? Ich scheiß drauf. Ja, ja. Nee, lass, das ist alles gut. Gut, dann hast du... Warte, ich habe jetzt Goldbarren, Diamantboxen. Hast du sonst noch irgendwas? Schwarz-Gerden-Juwälen hat der Kollege alles in der Box da hinten. Okay. Achso, du willst Schlüssel. Da habe ich ein paar. Schlüssel für was? Anschellen. Hm, nee. Oder eine Zigarette kann ich noch anbieten. Bruder, es war jetzt eigentlich nur noch Gold und Diamant. Achso, okay, dann ist das... Oder warte ich hier noch drin. Ich passe auf ihn auf, dass er keinen Scheiß baut. Da bin ich glücklich mit. Habt aber ganz schön viel drin da, ne? Schick, schick. So, dann auch das. Sieh jetzt, bitteschön. Ey, das ist so viel Geld. Soll ich mit rauskommen? Ja, aber ich stehe alleine mit der Box. Äh, nee, wir haben noch einmal... Ey, ich wollte hier bleiben eigentlich, ich bring dem hier. Und 75. Na gut, dann geh ich da mit raus. Wenn irgendwas passieren sollte, renne ich da eh rein. Ist alles gut, ich hab dem im Auge. Das ist, glaube ich, ähnlich. Nee, haben alles im Griff. Ey, das ist echt viel, was wir hier haben, ne? Das ist wirklich ein... Das wär jetzt so, dass du meinst, dass wenn du die Gold und Diamanten auf jeden dann was mitnimmst, weißt du? Und dann können wir... Alter Schwede, du, das ist... Ich hab mal weniger erwartet, mich ganz ehrlich. Kommst. Ja, er ist hier drin. Pfeifst du mal von den nächsten her? Ja, aber dann, das Ding ist, glaube ich, oben, die können sich nicht ablösen. Weil es zu wenige sind. Warte, ich guck mal. Kannst du hier auf den gucken kurz? Dann geh du doch hoch dabei, Prinzessin. Ja, eben, so mach ich jetzt. Geh du hoch und löst den ab, wo der Nächste kommt und holt die Sachen. Ja, das war ja die Grundlage. Haben sie doch heute mal einen guten Kollegen erwischt, der hier das hinbekommt. Da können sie froh sein, kommen sie heute leben nach Hause, so wie es aussieht. Ist doch schön, oder? So. Jetzt gehen wir mal nochmal reden. Bitte? Geh mal reden. Ne, ich warte hier nur, ich bin für die Geisel da. Du kannst reingehen. Ach, da drin ist schon. Genau, geht schon los. Rein theoretisch können wir auch die Datenbank löschen, aber ich mach das jetzt nicht. Weil die sehr ehrenwert uns die Sachen übergeben haben. Aber wir könnten rein theoretisch in die Datenbank reingehen und uns rauslöschen da drin. Aber wir machen es jetzt einfach nicht. Auf Armuder-Basis. Ich schicke, ja. Nehme ich nur das Druckmittel, dass wir da besser rauskommen aus der Sache. Können wir damit drohen, dass wir die Datenbank komplett löschen. Wie viel Geld wäre das denn? Ja, rechne es jetzt mal aus, wenn jeder... Wir sind... Wie viele Leute sind wir jetzt? Ich schätze mal, wir sind jetzt 10 Leute da drin. Jeder nimmt 50 Diamantboxen und 50 Goldbarren. Keine Ahnung, wie viel das wert ist. Irgendein Hardcore-RL-O, wenn wir das wissen. Dann haben wir über 3000 Juwelen. Das ist saurwässig viel. 5,4 Millionen Dollar. Schwarzgeld. Das wären über 10 Millionen, glaube ich. Gefühlt. Das heißt, jeder bekommt fast eine Million ausgändigt. Ich weiß jetzt nicht, wie viele jetzt mitmachen. Ich glaube, wir sind aber 10. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 sind wir. Ne, 15. Und einen auf Backup. Und die anderen sind draußen. Durch 15 Teilen, ja. Doch ein bisschen weniger. Aber mal schauen, wie viel das sind. 16 sind es mit dem Scotty. Das sind wir auch noch auszahlen. Das sind wir doch zu 16. Macht aber heute jeder mit, ne? Weil ich habe die vorgesehen, im Tablet waren wir 16 eingetragen. Aber ich glaube, sie 10 sind da drin. Wir sind fertig. Alles? Ja. Super. Ja, Mann, Boxen, Goldbarren, ne? Na gut, dann, äh, Vorfeld, bitte. Gehst du mit? Ja, jawohl. Nur so zur Info. Ähm, Datenbank wäre offen. Aber ich würde sagen, wir machen die jetzt nicht, weil es sehr kooperativ war, oder? Ja, natürlich auch. Lassen wir einfach so. Weil wir könnten jetzt auch einfach hingehen und sagen, wir löschen die ganze Datenbank raus. Aber machen wir jetzt nicht. Nö, nö. Wer steht denn da? Ich weiß nicht, wo die denn herhaben. Frau? Doch, alles gut. Alles klar, ist in Ordnung. Könnt ihr die Officer bitte einmal mit zu den beiden hier stellen? Ja, der eine hat halt noch keine Kabel da dran, ne? Doch, der hat von mir wieder. Der hier? Ich hab ja nur auf die gezielt, um zu zeigen, ne? Nein, nein, das hab ich in der Aserwartenkammer. Haben Sie Angst davor? Ja, ein bisschen. Echt? Ja. Der Polizist hat Angst vor Waffen. Das ist ein Joke. Ja, ja, hab ich nicht vor. Und wir besprechen uns einmal nochmal ganz kurz. Ey, wo kommt denn der Typ jetzt her? Der hat sich umgezogen. Er war in der Umkleide. Ey, wer war... Wo habt ihr den jetzt her eigentlich? Aus der Umkleide. Der hat da irgendwie telefoniert und dann... Hä? Er war die ganze Zeit hier? Nee. Er hat sich wahrscheinlich versteckt und hat gepennt. Ich weiß doch auch nicht. Bist du... Bist du denn hier aufgewacht? Der hell. Ich war in der Umkleide, das ist so richtig, ja. Das ist natürlich ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich. Da haben sie sich jetzt in eine ganz schlechte Situation gebracht. Kommst du mit? Ich kann mitkommen, ja. Alles gut bei dir? Kein Smalltalk fühlen, gell? Komm, die ist jetzt auch mit? Deswegen aufteilen, jetzt müssen wir schauen, wie wollen wir aufteilen. Weil ich hab ja jetzt alles, das ist die große Menge. Alter, das ist so viel. Also, holt euch am besten einen Viertürer, dass ihr euch nach hinten setzt. Nee, nee, ihr sitzt hinten. Geh hier in die Mitte, komm, hier. Hier machen wir. Ja. Also, ich hab jetzt 50, 50, wie alle von euch jetzt auch. Dann hab ich aber die 5 Millionen, ein bisschen mehr. Und die 3.557 Juwäen, das würd ich halt noch aufteilen, oder? Mhm. Würde ich machen. Auf uns 3 wenigstens, so, oder? Oder wie? Oder fahren wir zusammen? Wir fahren alle 3 zusammen. Ja, dann bringt es sich nichts. Ich würd's... Ja, entweder wir teilen das jetzt auf... Ja, das ist von der Seite. Ich würde auf die Fahrzeuge aufteilen. Ich würde auf die Fahrzeuge aufteilen. Ja, ja, eben. Wollen wir machen, dass wir auf jedes Fahrzeug eine Million schon mal? Auf jeden Fall? Dann sagen wir auf 5 Fahrzeuge jeweils eine Million. Genau, ja. Machen wir so. Funkst du mal bitte? Ich bin im falschen Funk, vielleicht vergesse ich das immer, dass immer von jedem Fahrzeug... Ja. Oder wir laufen die ab, oder wir laufen die Leute ab. Ja, wir laufen die ab, ist gescheit. Wir laufen die ab. Wobei, aber dann wissen sie, was wir machen. Es ist an der Tür, es ist an der Tür der Top-Eingang. Okay. Wir ziehen durch, Jungs. Ey, wir sind kurz vor 5000 Likes, Leute. Haut mal auf den Button, bitte. Wir ziehen heute richtig durch. Das macht richtig Bock und Laune. Richtig Baba heute. Richtiger Baba-Stream. Bin ja auf die Verfolgung gespannt, ob wir... Ey, ich hoffe, dass wir... Ich meine, wir haben jetzt schon Glück gehabt. Wobei, ich habe rubellos gezogen. Heute das dritte hat mir Gewinn gebracht. Das heißt, wir sollten heute Glück haben. Ich hoffe so, dass ihr damit durchkommt. Die Heizy-Fahrzeuge haben sich in die westliche Straße nach hinten manövriert, verlagert. Welches Fahrzeug fährst du? Äh, Beifahrer schwarzer Porsche. Schwarzer Porsche, merkt ihr euch das bitte mit, okay? Bei Mustangs, ähm, Mark, eine Korvette, nur rot und schwarz. Ich finde, der Titel passt heute mal gut zum Stream, ne? Ja. Das Böse schliften? Heute mal echt gut gewählt. Ich frage, wenn wir wegkommen mit dem Zeug, ähm, jetzt zum Beispiel Schwarzgeld, direkt waschen und einlagern dann? Oder, oder dann alles sammeln. Wir kommen noch dazu, wir kommen noch dazu, wir gehen gerade, ähm, rum und, ähm, so das, äh... Ich finde das Polizeiauto hier unten sehr top, ne? Jawohl, check. Tipptopp, das Teil. Bei mir, ähm, schwarze 911. Ist das der Porsche, ne? Ja. Hm. Okay, ne, dann nicht. Welches Fahrzeug? Ich fahr mit dem schwarzen 911. Gut, okay. Ähm... Wie wird er? Komm mal kurz mit, bitte. Ey, dann, äh... Bleibst du ganz kurz bei den beiden, bei den drei? Ich, ich bleib bei denen, ja. Ich bleib bei denen. Und habt ihr Smalltalk geführt? Nö. Okay, klar. Sind sie, sind sie beim PD? Nö. Sie sehen aber so aus. Irgendwann bin ich nicht. Und warum, warum sind sie dann... Sie sieht eher aus wie ein Zivilist. Genau. Ich bin ein Zivilist. Nee, kein Zivilist zieht sie so an. Wenn man Zivilisten gesehen, der so ein Hemd anhat mit so einer Käppi und so einer Brille und dem Bart, das sieht, das schreit nach PD. Nein, ich bin kein PD-Dealer. Du hast mich immer gefragt, warum er keine Schuhe anhat. Das erzähl ich dir wann anders. Ist der, ist der Facility-Manager. Ist der Hausmeister? Sind sie Hausmeister vielleicht? Ich bin Hausmeister, ja. Lassen Sie mich raten, vielleicht sind sie so Undercover-Polizist und sie dürften auf gar keinen Fall jetzt hier auffliegen. Dann machen sie das aber ganz schlecht. Alles gut. Sie haben in der Umkleide... War sie sonst in der Umkleide oder so? Sie waren ja da drin, ne? Ich war in der Umkleide, ja. Ne, was haben sie da gemacht? Was man halt so in der Umkleide macht, ne? Sie sind sich eine Stunde lang umgezogen. Was ist denn jetzt der Plan? Also ich weiß, Sie werden mir jetzt nicht Ihren Plan verraten, aber was ist denn so der grobe Roll-to-Plan? Ja, hier wieder weggekommen natürlich. Logischerweise. Was ist der Plan? Und wie planen Sie das mit uns? Das besprechen wir jetzt gleich, aber es wird... Wir wollen das friedlich lösen. Okay. Wir wollen, dass keiner zu Schaden kommt. Wir wollen nicht, dass geschossen wird. Wir wollen einfach friedlich abhauen mit der Beute und... Dass sie dafür dann einen schönen Feierabend haben, oder? Wollen wir doch alle. Wir wollen ja alle nach Hause. Dann kriegen wir schon irgendwo hin. Wir wollen ja nichts Schlechtes. Ein Dachraucher, aber alles gut. Ich nehm' Ihnen das mal ab. Dass wir nichts Schlechtes wollen? Naja, die Cops knärren sich immer mehr den Hintereingang, also das Tor von den Autos. Müssen wir halt dann nochmal schauen, sonst ist da keine Lage, wenn er die gibt, sondern wir brauchen wir definitiv ne Geisel. Sagen wir, haben die Hemden irgendwelche Bedeutung? Kurze Frage. Hä, was? Die Hemden. Die Hemden? Welche Porsche haben wir? Die Krawatten, das wär mal schön zu wissen. Die Bedeutung haben wir, natürlich haben die alle so eine Bedeutung. Mhm. Je nachdem, was für eine Krawatte man anhat, desto, ähm, desto längeren Schwanz hat man natürlich. Das ist ja ganz, ganz logisch. Bitte, das ist... Und welche Krawattenfarbe hat er den längsten? Natürlich rot. Warte, ich sag dir das Team. Ich sag dir das Team. Das sieht man ja, oder? Ist kein zweiter Porsche, der ist nichts auf Urus. Deshalb hat die Dame da hinten, man sieht ja, in der Figur ist eine wunderschöne Dame, auch keine Krawatte an, weil sie keinen Pimpel unten hat. Verstehen Sie? Macht das Sinn für sie, oder? Das macht das Sinn. Team E hat zu kommen. Das macht definitiv Sinn. Ja, natürlich. Vollkommen. Wer ist denn vom anderen? Wer ist vom anderen? Und wo steht er? Bitte kurz. Sonst wartet man nur auf die Krawatte, bis sie fertig sind. Achso, seid ihr schon fertig? Dann kannst du ja drüber... Achso, ja. Super, dankeschön. Na, hoffentlich hat die andere Dame keine Krawatte an. Weil dann sieht das sehr lustig aus für die. Oh, da hat jemand keine Krawatte. Das wird lustig. Du hast ja noch nichts gekriegt, oder? Nee, der meldet sich nicht im Funk. Wer denn? Hallo? Hallo? Team E? Team E hat gekriegt, oder? Ich will der, der noch nichts gekriegt hat. Der andere, also der andere Porsche. Das sind wir da dann, Team 11. Okay. Ich dachte, es gibt zwei Porsches. Wo ist denn der Ram? Es gibt ja zwei Porsche. Ja, eben. Ich verstehe so nicht. Es gibt zwei Porsche, ja. Und ein Porsche hat gesagt, hat Geld gekriegt. Und der andere nicht, oder? Achso, Team F hat kein Geld. Er hat nichts bekommen. Also heute, wie ich weiß. E hat, und der andere hat noch nicht. Und wo steht die Person jetzt? Die noch nichts hat und in einem anderen Haus ist? Runden an der Garage. Im Keller, wenn du runtergehst, die Treppen direkt in der Garage. Perfekt. Das sollte der 911er sein, der Schwarzer, ne? Genau. Sind Sie ein Mitläufer? Ja. Ihr habt keine Vorhörer-Zweifahrerin. Nein. Wir zwei hier unten, ein Team 11. Haben wir die Aufteilung auch schon relativ fertig? Manuel Zimmer 1 zu 7, bestes Streamer. So macht Feierabend Spaß. Man kommt heim von der Arbeit und Marc ist on. Perfekt, jawohl. Dankeschön. Okay, ich bin soweit. Freut mich. Der Manuel ist immer auch dabei, jo. Dann fragst du ihn noch mal. Na bitte? Stimmt, was ist genau? Wir wollten in Form noch fragen, welche Organisationen sie sind. Alles gut bei euch? Welche Organisationen? Ja, also... Ja, einfach... Ein random zusammengewirfelter Haufen. Nein, äh... Die Britischer Berger Burms sind wir. Okay. Die Dame meinte, sie wären die Gummibärenbande. Doch jetzt passt irgendwas nicht aneinander. Naja, die Dame gehörte nicht zu den Burmen. Wir sind ja die Britischen Berger Burmen. Und da gehört die Dame nicht dazu. Die ist bei der Gummibärenbande. Wir haben uns halt zusammengeschlossen gehabt und so. Ja, ist ganz lustig eigentlich. Wir haben uns kennengelernt bei einem... Auf Mallorca, auf einem Schlagertreff. Und ja, dort haben wir uns dann kennengelernt. Und jetzt ist die Gummibärenbande mit den Britischen Berger Burmen zusammen. Und seitdem läuft das ganz gut. Wissen Sie, wir haben nicht ja Quetschen. Wir spielen Quetschen alle. Wissen Sie, was eine Quetschen ist? Die werden es nicht verstehen, eine Ziehharmonika. Interessant, danke. Und am Schlagertreff hat man die Gummibärenbande kennengelernt. Die Gummibärenbande ist dafür sehr erfolgreich mit der hunden Stimmlage natürlich. Und das können nur Frauen, das können Männer nicht. Das ist ein Vorteil. Probieren Sie es mal. Singen Sie mal so hoch Sie können. Haben Sie schon mal was von einem Kastratenchor gehört? Einen Kastratenchor? Ja. Noch nie gehört. Kastrieren die Katzen, oder was? Nein. Das sind junge Männer, das ist früher gemacht worden. Das sind die jungen Männer noch vor der Pubertät kastriert worden. Und haben dann entsprechend hochsingen können. Das waren Kastratenchor. Der Commander, bitte einmal mitkommen. Super. Haben wir was Neues dazugelernt. Ich komme mit. Hallo. Nicht der Commander hier. Achso. Aber der weiß doch immer nicht, was ein Spiegel ist. Hallo. Herr Commander, bitte. Ja, Entschuldigung. Ich, dieses Funkgerät, die in Funk 69 schreien mir gerade die Ohren zusammen. Was gibt's denn? Was ist ein Problem? Ich, äh, wie? Was ist das Problem? Ne, wo ist das Problem im Funk 69? Was schreien Sie so an? Ja, das... Die verhandeln gerade sehr, sehr intensiv. Achso. Schreien Sie es doch aus. Ich nehme es jetzt eh mit nach vorne. Ja, stimmt. Ja, wie? Achso, Sie haben ja Kabelbinder an. Ja, lass an. Der ist eh bald draußen. Passt schon. Ja, kommen Sie mit jetzt. Tun Sie mir doch wenigstens Dageweilen. Ja, wir können das Funkgerät abnehmen. Sollen wir das machen? Ja, abnehmen nicht, aber ausschalten. Ja, nee. Wie könntest du da abnehmen? Ja, dann lassen Sie es mit. Dann lassen Sie es an. Dann müssen Sie es auch nichts mehr sein. Oder wissen Sie was? Ich, ich... Na, warte. Oder muss ich Sie zehnmal darum bitten? Ich verstehe nichts. Ich drehe es ab für Sie, okay? Du sollst mitgehen. Ich drehe es ab für Sie. So, abdrehen. So, gut. Haben wir es jetzt. So, was habe ich sonst getragen? Mitgehen. Der hat halt... Ich habe nichts gehört. Die haben so rumgeschrien da. Die beiden. Verhandlungsführer und euer Verhandlungsführer. Das ist... Ich dachte kurz, dass ich wäre heute. Ui. Hupala. Das Gart war's hochgegangen. Was war das denn? Ja, draußen ist eine Tankstelle, wo wir anscheinend. Mit Feuerwehr. Das war ein Feuerwerk-Skörper. Der hat jetzt ein Feuerwerk-Zünden ist auf jeden Fall schlau. Irgendein Feuerwerk-Piney hat irgendwas Explosives gekocht. Das war aber keiner von uns, oder? Äh, Gesundheit. Ich verstehe. Ja, tut das. Danke, Robert. Na, Mario. Ja, danke für fünf Euro. Vielen Dank. Ja, ich bin der Kommandant. Naiko, bedauern wir wieder da. Ich hoffe, ihr schafft euch das. Martoberger auf die 1. Martoberger auf die 25. 1443. Ja. Wir haben einen Officer, an ihren Kollegen. Das habe ich schon geklappt. Ja, Martin Berger. Das lief doch bis jetzt sehr gut, oder? Black Glowler dann gespielt werden. Also. Was halten Sie von der Idee? Das könnten Sie auch nochmal so sagen, weil ich lade das eh gerade ab und sah mit Nagelbinden ein. Ich würde gerne eine Geistes rausgeben, wenn wir die Ausfahrt starten, dass wir frei rauskommen. Und Sie sollten vielleicht nochmal sagen, dass auch zu Nagelbändern auch das Werfen von den Nagelbändern beim Rausfahren zählt. Ja, das heißt ja. Ich glaube, das sollten Sie verstehen. Ja, das ist ja normal. Einfach keine Nagelbänder insgesamt. Wir machen so ziemlich die Datenbank, Fuji. Jo. Die ist dann gleich Fuji-Gokka-Liste. Danke. Ja, aber die anderen können ja nicht schon wegfahren, während wir dort stehen. Das wissen Sie ja wohl. Ja, was? Ne, wenn wir jetzt die Autos draußen aufstehen. Stell dir mal vor, wir versuchen aus diesem kleinen Ausfahrt alle nacheinander rauszufahren. Das geht gar nicht. Es muss nach Kolonne rausfahren, nacheinander. Eben, ne? Oder wir stellen die Autos dort auf. Das können wir auch machen. Einer geht raus, stellt die Autos erstmal auf, dass wir da draußen sind. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, dann kann eine Übergabe ja auch da stattfinden. Aber das müssen Sie nicht mit mir machen, sondern mit meinem Verhandlungsführer. Ja, ja, das ist ja dafür ausgebildet. Ja, das ist ja fast eskaliert vorher. Ähm, ich möchte nochmal erwähnen, dass zu Nagelbänder auch zählt, dass dann auch nachher bei hinter der Ausfahrt keine Nagelbänder oder so geschmissen werden, ne? Okay, wir sind soweit. Ja, den, den Kommander. Was auch ganz bisschen komisch ist, die Süd-Kreuzung ist, das erkläre ich Ihnen einfach. Wir sind frei vom PD-Fahrzeugen. Da liegen da Bänder. Negativ. Strange. Die Kreuzung, so ein Bekleidungsladen ist auch frei vom PD. Es steht eigentlich nur noch, äh, was vom Haupteingang. Die haben sich alle nach hinten verlagert. Ey, ob, die stehen gerade alle hinten. Namaste. Die fahren da gerade an. Steht doch immer jemand auf dem Dach. Prostet. Super. Einfach alle vorne rausrennen. Ja, als Georetisch können wir es machen. Da steht halt nur Antidieser. Nee, das ist, ich glaube, das geht nicht gut. Der Gefallen wäre. So, danke an, ähm, Mods nochmal. Genau, für 249 und für 99 Cent vorhin. Papa Norman. Grüße von Emil und Norman aus Thüringen. Bist der Beste. Dankeschön, zurück nach Thüringen. Von der Stunde. Sorry, dass ich das jetzt vorlese. Mods ist VIP geworden. Dankeschön dafür. Rapid NX. Dank für 5 Euro nochmal mit M. Und fürs VIP-Wer geht auch nochmal lieber raus. Äh, Neodark. Und Sebastian Prieser für SIP-Wer. Noah 9. Danke für 23,99 vorhin. Super Chat. Vielen Dank. Und Markener Lump. Morgen fliege ich in den Urlaub. Also kommt dann erstmal nichts von mir. Bleibt alle gesund. Pass auf euch auf. Ganz viel Liebe geht alle raus. Dankeschön. Magener Lump ebenfalls nochmal zurück. Und viel Spaß im Urlaub, mein Lieber. Hast du einen Schlüssel? Ich habe einen Schlüssel, aber ich weiß nicht, ob ich ihn weitergeben kann, weil ich habe den nämlich für mich. Was macht ihr gerade? Ich habe einen Schlüssel, aber ich weiß nicht, ob ich ihn weitergeben kann, weil ich habe Ich habe einen Schlüssel, ach so. Ähm, wir bräuchten einmal die Schlüssel. Ach so, wir müssen gleich rausstellen. Ich hab's vergessen, Alter. Hä? Wir müssen ja rausstellen, die Autos. Ja. Ja, wie weißt du, wenn du dich ganz kurz darüber stellst, dann gehe ich ganz kurz nach hinten und gebe ihm den Schlüssel. Schieß die Kamera hoch. Ja, ja. Ne, ne, es geht darum, er braucht die Schlüssel, weil er die Autos dann wegfahren will anscheinend. Ja, ja, deswegen würde ich nach hinten gehen. Okay, ja, ja, dann bleibe ich hier. Ich mache hier. Pass schon. Äh, für dich als Info, ich komme mit dem Schlüssel für den SV nach hinten. Das ist der Sound auf der Spende. Also, Dominik und Jona, danke mal für 2 Euro, Magdalump. Ich habe mal eine Zeit lang in einer asiatischen Küche gearbeitet, aber das war nicht gut für meinen, was, Walk-Life-Balance. Dankeschön an Magdalump. Galaxy Fox auch dabei, das ist meine erste Spende vergessen. Ich lese gerade vor. Ich lese gerade vor. Bin noch nicht alle durch. Dome, Moinsen, wann kommt 3-0? Morgen. Lenny, 1-7 mit 2 Euro. Wo hast du das Video von mir gesehen? Auf YouTube, auf 4U, auf der 4U-Page war es, ja. Oder ne, ich bin markiert worden, das war es. Ich bin markiert worden auf dem Video. Äh, Deku Gaming darf es Prime subbeln. Vielen Dank. Speedy Gonzales, danke für den Euro auch. Dann Charles, danke für die zweite Spende. Vielen Dank. Nina Dragon haben wir ja vorgelesen, gell. Vielen Dank dafür. Ähm. In Galaxy Fox, mit der erste Spende, kannst du mich grüßen? Kannst du heute eine Lasershow machen? Jetzt ist es gerade schwer, eine Lasershow zu machen. Wir müssen uns sehr konzentrieren. Hast du den schon sehr stark auf, weil wenn ja, dann kannst du weitergeben, wenn nicht. Und Nico, gell mal, wann gibt es Action? Jetzt, aber vor zwei Stunden, oder? Ich lese jetzt das vor, tut mir sehr leid. Ja, ja, das ist ja auch. So, Nico, hey, cool, ich bin gerade aus Österreich gekommen und gönne mir gerade ein paar Soletti zu deinem Stream. Ehre. Alien, danke für 90 Cent auch. Chris Helbeck, grüßt mir den Kopus. Das haben wir sogar vorgelesen vorher, ne? Was aber ein Kopus ist. Heißt der Kopus, oder ist das irgendwas Dummes, wo ich jetzt irgendeine Sache von rede, wo ich kein Plan, was das ist? Anzug mit Mops-Maske bitte, von Bitte Mops-Maske. Äh, nein, es wurde nicht die Mops-Maske, wie man sehen kann. Ähm, Marcel Schüßler, Freund. Servus, äh, kennst du mich noch? Wo ist denn der Mustang, den du mir versprochen hast? Ähm, wie viele Autos stehen im Hof? Ey, den haben wir doch gekauft letztes Mal, den Mustang. Mit unserem? Den haben wir sogar in der Garage drin stehen, tatsächlich. Also, sechs Autos. Ist das korrekt? Fehlt irgendein Fahrzeug? Weil wir fahren jetzt, die Fahrzeuge muss eine Person alleine vorst vorstellen, dass wir dann rausgehen können und direkt uns nicht durch dieses enge Tor pressen müssen. Jonas, danke fürs Sippwerden. Sebastian, Priesner kenne ich noch gut, es geht auch was an dich, dankeschön. Dann Thomas, RBK, danke fürs Sippwerden und Christian Hinterberger mit guten Abend. Ich wünsche ebenfalls einen sehr guten Abend. Einfach zwei Blocks fahren, aussteigen und PD umnatzen. Naja, das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen eigentlich wirklich abhauen. Wir wollen halt wirklich abhauen. Boah, ich muss so dringend Pipi, Alter. Ich muss eigentlich pissen. Kann mich kurz jemand ablösen. Ich muss ganz dringend pissen. Ich bin schon wieder da. Super. Könnt ihr mir vielleicht fünf Minuten geben oder? Ne, zwei Minuten reichen. Ich gehe nur schnell Pipi. Ich bin gleich wieder da, Leute. Es geht gleich weiter. Ich muss nur ganz schnell dringend pissen. Bevor wir hier die Verfolgung haben. Weil sonst funktioniert das nicht. Wir sehen uns aber gleich in der Verfolgungshark, Leute. Bin gleich wieder da. So trinken habe ich noch. Passt. Trinken haben wir. Ja. Weitere Fahrzeuge ziehen vom Haupteingang zum Hintereingang. Ist gebeten. Tschö. Mal so eine Frage. Stehen jetzt vorne überhaupt noch Fahrzeuge von Pipi? Einmal kurz der Urus-Fahrer will immer ein Schluss haben. Einmal kurz Rati erledigt. Ich muss nicht fahren. Ja. Äh. Vorne sind zwei. Ich glaube es sind Suburbans. Keine Ahnung. Und einmal dieser weiße BMW. Mehr steht hier gar nicht mehr. Okay. Check. Wir werden alle eh gleich hinten dann rausgehen. Wir sind nur die Fahrzeuge positionieren, dass wir uns alle da gleich nicht durchdrücken müssen durch das Tor. Versteht ihr? Das heißt wir werden durchs Tor rausgehen und die Alters werden schon auf der Straße stehen. Das haben wir gerade ausgehandelt. Ja. Okay. Ja. Würden wir vorher auch nochmal eine Toilettenpause machen wollen? Dann jetzt. Ja, dann bräuchte ich jemanden, der den Seiteneingang zum Parkplatz abdeckt. Komm. Ich finde, ihr denkt an Nahgebinder. Die werden überall in Seitenstraßen aufliegen. Gibt keine. Wurde auch abgemacht. Werden auch keine geworfen. Ja, das machen sie meistens trotzdem so, dass man es nicht sieht. Ja, passt trotzdem auf. Ich werde dich gleich dann nochmal darüber informieren, wie es genau abläuft, wenn wir so weit sind. Okay. Dann werden wir uns eh nochmal kurz sammeln und dann alles gemeinsam machen. Okay. 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 Und der Stuhl macht immer noch das beste RP. Okay. Dankeschön. Star. An den Stuhl. Wer das RP übernimmt, wenn ich nicht da bin. Okay. 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 Dann machen wir eine Toilettenpause. Super. Wie meinst du draußen? Ich glaube da war es kurz dunkel im PD. Super. Jetzt sehe ich eh nichts. Willst du hierbleiben oder soll ich hierbleiben? Ne, bleib du hier. Alles gut. Okay. Okay. Alle die die Ein- und Ausgänge haben, aufpassen nicht, dass sie jetzt irgendwas versuchen, weil es dunkel ist. Ja, die Geister sind unterwegs. Also die draußen sind halt durch nachher einfach auf Backup entspannt und dann was ist. Und wenn jemand Hilfe braucht, dann werden wir euch Bescheid geben. Also ich würde sagen, wenn die jetzt probieren zu stürmen oder so. Wir haben da einen fetten Vorteil, weil alles dunkel ist da drin. Ich muss mir gar keine Sorgen machen. Zum Beispiel die Frage, eine Flugmöglichkeit wäre, Richtung Süden abzuhauen, kleine Gasse und weil es kompletter Südwest-Kreuzung leer ist. Das ist ja gesund. Eine Uhr im Wohnat rein gar nichts. Auf der Brücke steht nur ein Geländewahrzeug. Nein, nein, eigentlich nicht. Meinst du zwischen dem Parkhaus PD und Brücke PD? Ja. Ah ja, okay. Okay. Da die Kreuze ist komplett leer, wenn man nach links abhaut, stehen die ganzen Feuerwehrcratchers sowie der Rettungsdienst. Auf der Brücke, wenn man die Brücke abhaut, steht nur ein Geländewahrzeug mit einem Swaddler. Aber als Einzelperson keine U-Einwohner. Ja. Okay, check. Deswegen probiere ich das nochmal, weißt du. Das meine ich ja nicht böse, du weißt ja mittlerweile wie ich bin. Aber irgendwie muss man den Ton halt angehen, weißt du. Das ist ja auch gut aufgeteilt. Bis jetzt läuft es ziemlich strukturiert durch, ja. Das ist wunderbar. Bis jetzt läuft es echt gut strukturiert. Gut, wir treffen uns jetzt hinten. Ähm, wir treffen uns jetzt hinten. Wir machen 40 Abfahrt. Oh endlich, es geht los, Leute. Alles klar. Funkst du durch? Alle jetzt unten drunter gehen? Ich auch. Alle treffen sich jetzt dort, wo wir reingekommen sind. Unten, in diesem Zwischengang. Alle nach unten gehen. Geisel natürlich mitnehmen. Check. Äh, Funk check. 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 Jodo noch ein weiter. Und? Hier bleiben wir kurz. Hier bleiben wir. Erstmal alle jetzt sammeln. Meine Augen, Alter. Dieses Licht einfach. Das ist so übel. Ja. Welches Licht? Hier ist ganz. Alle Treppen auf? Ja doch. Nur bei mir schallert es ja ein bisschen durch vom Krankenwagen und vom FD. Echt? Im Körper mit rein. Mhm. Sind alle unten. Positiv. Echt? Ist jemand nicht unten? Sind die, die vom Dach oben sind, auch unten? Ja. Alles top. Dann sind alle da. Ja. Okay, passt auf. Ich, ich funkel, damit jeder was hört. Also. Wie gesagt. Passt auf. Es sind verdammt viele Ur-Einwohner-Autos rum. Lagebänder sind weg. Eure Autos sind abgeschlossen. Ähm. Ich würd sagen. Wir nehmen das. Wir, der Coupé. Wir nehmen das letzte. Die letzte Geisel. Und werden sie dann einfach wegschubsen. Bevor dann. Ja. 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 Ich weiß es nicht. Hallo? Der Fahrer. Ist egal. Ich könnte auch, ich könnte auch gerne fahren. Geht schon mit der Geisel weiter. Die muss nicht zuhören. Ja. Okay. Machen wir also. Dann nicht die Geisel. Ich bin heute noch gar nicht gefahren so wirklich. Ich werd da so reinkrätschen. Alter. Verfall. Ja. 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 40 ist Abfahrt. Bleibt doch hier. Jungs. Noch hierbleiben. Bleiben doch. Und alle hinten. So. 40 ist Abfahrt. Yes. Sichert bitte hinten auch noch ab. Wir sind immer nicht safe. Noch zwei Minuten. Ich will aber irgendwie nicht fahren. Dann bin ich wieder der Poppist der einen Unfall baut und sich überschlägt. Aber ich hab die. Wobei ich hab die Nitroflaschen. Natürlich muss ich fahren. Ah. Ich hab ja die Nitroflaschen extra mitgenommen. Natürlich war ich. Wenn die stürmen. Dunkle Ecke und abstechen. Ja. Hab ich mir auch vorhin gedacht. So. Wenn so dunkel ist. Kannst du echt easy was machen da drin. Ah. Okay. Das kann der R1. Ja. Ich kenn nur unkorrekte Witze. Okay. Dann sind wir gleich. Achso. Nein. Halt nicht. Ich kenn nur lange. Ich erzähl euch die. Wenn ihr krass ist. Dann werden nur immer in den Ritter reden. Ähm. Meine Seite. Mein Fahrer. Wo ist das? Du könntest alles verstanden. Wo mein Fahrer ist. Ist die andere Seite. wo ist der fahrer von team ich will nicht fahren ich schwör frage wo ist fahrer von team e bitte melden ich wünsche euch nicht viel glück aber gute fraude ich will das erstmal einsteigen steigen auf der verfolgung was hoffe ich auch er ist zu wenn sie mir nach hinten raus geben wird sie werden sie werden einsteigen nach hinten gestiegen die draußen sind wie gesagt bitte ein bisschen auf backup Was wir nicht verbraucht, werden wir durch Bescheid geben, okay? Check. Der Highsbit hinten dran. Bringt den noch halte jetzt. Ich glaube, es hat jemand gesagt, dass vier Highsbits draußen stehen. Ach, die Perke. R1 landet auf dem PD-Dach. Schon super vorbereitet, nicht? Alles gut. R1 hebt wieder ab. Aber drinnen lief sehr, fand ich, zivilisiert, muss ich sagen. Haben wir aber auch gut gemacht, wirklich. Wir haben Team Backup am besten aufteilen und jetzt Fahrzeuge bereitstellen. Hinter uns ist wieder der Charger, Bruder. Jo, wir fahren ab. Das ist sicher der von heut schon. Seit wann fährt sich das Ding so scheiße? Das wusste ich damals mal besser. Ich schwöre, in jeder Kurve haut es mir hinten die Ding raus. Ich dachte kurz, ich bin einfach gekifft, aber anscheinend liegt es doch am Zeug. Nee, nee, ich fahr beschissen. Aber das Ding fährt sich ganz komisch. Ah, das ist mir erst mal schon mal aufgefallen. Ich dachte, du liebst das Auto. Ja, hab ich auch mal. Aber das fährt sich jetzt nicht mehr so gut wie früher. Also bitte, jetzt musst du... Lass den nach Hause bringen, Becker. Also wir haben immer noch das meiste dabei, ohne drunter aufzuhören. Irgendwann hatten wir eine High Speed. Wir sind halt... Fünf... Äh... Vier besatzt. Nee, drei. Also das einzige, was halt Notfallplan bei uns auch funktionieren würde, wenn du nur die High Speed noch am Arsch hast, können wir den wegkriegen. Das ist ja nicht der Zweifel. Scheiße, ich hab keine Waffe in Hand und die Sargsfeuer mehr. Boah, das Heck bricht so derbe aus. Geht mir so auf den Sack. Alles gut. Alles gut. Achso, ja, okay. Achso, ja. Perfekt. Ja, Civic und High. Äh, Civic und High. Sollen wir? Ja, warte erst mal. Erst mal weiter weg oder nicht, dass sie sofort back up sind. Helikopter über uns. Ja, wir haben die Air One hinter uns. Ja, scheiße. Aber warum haben wir jetzt eine Air One hinter uns? Ja, keine Ahnung. Die hatte wahrscheinlich den erstbesten mitgenommen. Ja, aber was ist der Sinn hinter der Air One? Wenn wir die hinten dran haben, dann kommen wir ja gar nicht mehr weg. Dann bauen wir gleich Hinterhalt auf. Wir kriegen all den hier nicht weg, hier unten. Weil die Air, kann uns ja trotzdem verfolgen, oder? Und das ist halt die Kacke. Oh! Gib das auf. Ne, ich fahr jetzt extra vorsichtig mit der Kiste. Also ich wollte die Air One ein bisschen checkern. So, Schenco, wir haben wahrscheinlich die Air One am Arsch, derweil. Urus wurde geschnappt. Oh nein. Wo ist Urus? Sollen wir scheppern? Ne, ich bin Arena. Lass, ich fasse rechts. Rottplatz. Ich bin ein bisschen bereit. Ja, auf Rottplatz, danke. Dann würde ich mir ein bisschen Abstand machen, dass wir irgendwo hinfahren. Wir haben uns beschlägt. Wir haben uns beschlägt. Ich hoffe nicht mehr. Ich habe keine Waffe in der Hand, ne? Dann musst du auf Reifen, nur auf Reifen am besten. Scheiße. Ne, weil sie würden sowieso das Feuer auf uns eröffnen, weißt du? Sie würden dann ihr Ausstand und dann auf uns schießen. Das ist ganz dumm. Ja, hat schon. Das macht keinen Sinn. R1 ist wieder dran. Ok, auf uns wird dann irgendwas nichts machen. Außer den Urus von uns wurde scheinbar schon gestört. Wir sollten sie wieder mit einer R1 aktiv. versäumt der scheiß im heiß mit hinten dran haben wir außenstehend noch backup da stimmt wir haben noch ein backup die können ja wir müssen die heiß mit loswerden dass er den kurven nicht so gut ich glück habe ist der fahrer schlecht wollt ihr wirklich schießen es geht nicht anders wir haben er won und heiß mit hinten dran ja wie wenn es geht ja nicht wir haben ja hinten die die abon das bringt uns ja nix wir müssen die high speed loswerden und dann kommen wir die ersten aus tricks wir brauchen jetzt irgendwo jemand der uns bereitstellt dass er die weg ballert umgekehrt besser dann machen wir rotes parkhaus gut machen wir sag uns wenn du bereit bist wir machen rotes parkhaus aber stell dich da bitte nicht alleine hin ja noch nicht wartet mal noch kurz wo rotes parkhaus weil dann kommen wir mit dazu ja unten halt die durchfahrt ja oder wir stellen uns um auf die brücke oder oder so ja genau ja aber das ist halt ne R1 oben das bringt euch nix ja dann das parkhaus eingang machen oder so ja bitte sag aber mach schnell weil ich werd den nicht los ja jetzt hab ich ne zweite high speed hinten jetzt müssen wir sowieso das machen ja also bitte bereitet euch mal mit so viel wie möglich also rotes parkhaus erste etage wo der eingang ist naja halt normal eingang berg kann brücke rotes parkhaus die sind oben auf der brücke ihr könnt auf dem parkhaus die hängen auch noch wenn noch kann bitte mit dazu äh versuch dann aber bitte da ein bisschen langsamer zu fahren natürlich komm auf müsst ihr treffen wie steht ein arbeitsamt bei frag bitte wenn ihr soweit seid wir sind soweit ihr könnt dann kommen wir wir kommen jetzt von der dingeseite arbeitsamt bei ja da ist jetzt komplett voll arm ja wir fahren jetzt gerade durch sie haben platten sie haben platten weiter platten weiter platten fahrzeuge in die fahrzeuge einsteigen einsteigen wir haben alle reifen von denen weg gemacht zieht voll durch jetzt geradeaus schwarze porsche bräuchte auch mit Hilfe wir haben noch etwa viertel tank und zwei high speeds wo seid ihr ähm am flughafen am flughafen steht ein urus bereit wenn ihr unten fahrt direkt rechts da da steht einer urus dann offen und wenn ihr das erste treppenhaus sie direkt dort anhalten direkt anhalten und die treppen runtergehen kurz einmal dankeschön das war perfekt eben auf die high speed 100 kurs an euch gut gemacht ja perfekt ja wie gesagt einer liegt down seid ihr weg oder wir sind weg wir sind gleich weg wir waren dann gleich nur auf ne abholung eigentlich welche erste treppe am ausleingang airport oder nein nein auf der rechten seite vom oberen ring wenn ihr den oberen ring fährt direkt auf der rechten seite das erste treppenhaus da müsst ihr runter rennen und da steht ein urus offen fast vollgetankt bitte flüstern weil wir uns in der straße ey wir sind so gut ne krass jetzt brauchen wir nur ne abholung ja informativ blauer sv bräuchte auch einmal am besten Hilfe wir haben einen viertel tank einer high speed kriegen die ja auch aktuell leider nicht los haben wir denn einen busch zum unterstellen ne ne Platz auf haupt am besten seite strafe der account ist unterhalb ich wusste gar nicht dass das hier existiert ne also ich war hier noch neben meinem leben kannst du mir schreiben wer auch immer gefragt hat wo wir sind ich bin hinter dir ich bin hinter dir holst du backup zur abholung und dann helfe wir den anderen dann wenn wir da abgeholt werden ich muss dann erstmal zu holen ich bin voll noch bis um hin und ihr auch ja ich auch ich auch wir müssen erstmal alles seifen wir müssen erstmal alles seifen wir haben uns überschlagen durchs BD und liegen jetzt auf dem dach ihr könnt weiterfahren wenn es durchs BD ist fahr weiter wir liegen wir auf dem dach wir liegen auf dem dach achso er liegt auf dem dach geht halt dann schwer ja denn es kommt jemand und beredet von euch äh ne demorus also ähm Olivia kommt ich hab ihr geschrieben wir sind zu dritt sie muss alleine kommen bis am besten mit Zivilang kommt und passt mhm und am besten voll getönt warte ich steig schnell aus ich schau ob ich meine Waffe hab da hätt ich eh gehabt super das hab ich gedacht ich fahr das Ding komplett zu Schrott aber es hat noch funktioniert wenn ich so ein Stück vor achso ey richtig gut man die Flüssi kommt jetzt außer unsere Abholung ist es gesetzt und bewacht ich soll aber bitte vorher Bescheid sagen nicht dass ihr uns unter erschreckt wenn die uns hier gekommen sind das war klasse wieso haben wir ein Blutdack vorne dran alter was haben wir vorne dran hast du wen mitgenommen nö nö ja so ein kopflosig hab ich überfahren ach über uns sind die jetzt verstehe ich jetzt was über uns ist über uns ist die äh Schiene von der Bahn ah ich dachte nämlich das ist die Autobahn die ist rechts ich hab gesagt sie soll Gurke durchfunken wenn sie kurz davor ist da zu sein damit auch die anderen nicht verwirrt sind bringen Abholung hier außen varint hier außen ich bin gleich da dann fragt wir jeden zweit und fuhm juhu 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 ne fredi hast du das Geld dabei ich hab's ja aufgeteilt ne ich hab jetzt nur noch 1 Mio dabei 1,4 Mio ey aber weißt du was wirst du machen gegen wir hatten wir dann einfach zwei Highspeeds und oben den scheiß Helikopter was sollen wir machen Aber ich hab noch die meisten Juven, ne? 1.557 Juven hab ich noch. Geil. Und das Kusch hab ich auch noch. Das Kusch hab ich gar nicht aufgeteilt. Oh, mega! Ich hab noch 1.300 Kusch dabei. Lecumia de la Popo. Da sieht's aus beim Urus. Also einer ist hier pflücken gegangen, der Urus. Der muss ja noch an die pflücken. Der andere ist auch weg. Das ist auf jeden Fall 2 Millionen Schwarzgeld. Wir waren 6 Fahrzeuge von 2 Wechsel. Wäre halt cool, wenn wir schnell abgeholt wären, dass wir das in Sicherheit bringen können, weißt? Weil wir müssen denen helfen. Hast du hier gehört? Der eine ist überschlagen mit dem Wagen. Aber wir könnten ihn rausholen. Ja, wenn er safe ist dann, ja. Er ist ja nicht verletzt. Wir könnten ihn rausholen. Er wurde vom PD gerammt und ist dann oben hängen geblieben. Er könnte aussteigen, wir könnten ihn raushelfen. Richtig wirklich, er könnte aussteigen. Und deshalb, ich denk gerade, wir müssen unsere Sachen jetzt immer safe machen. Aber das Problem ist, es kommt grad keiner. Doch, es kommt doch, weil ich glaube, ich bin. Ja, dauert halt lang, ne? Das ist das Problem. Wo ist denn der nächste Laden eigentlich? Natürlich. Ich glaub, er wandert sich nicht mehr her, weil wir zur Unfallstelle kurz gefahren sind. Hä? Ich dachte, sie kommt her. Tja, siehste? Sag ich doch. Jetzt haben wir den Salat. Ich hab auch geschrien, sie ist alleine, hä? Jetzt haben wir den Salat. Wenn die FIB-Tor oberhalb fahrt, die Kälte wegkommt. Ja, wenn die unsere Abholung gerade verfolgt, dann bitte nicht hierher kommen. Nein, 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 nein. Ich bin gleich da. Ach, der andere ist ja anders. Okay, gut. Ja, Mädels sind immer gleich, gell? Es sind alle gleich von der Stimme. Ganz schlimm. Ich war bereits bei uns. Wir sind raus. Sind alle gleich. Wer ist raus? Ich hab ne Ahnung. Grasputin-Töpfchen vielleicht. Ja, aber es war so gut koordiniert, schwere. Besser das letzte Mal sogar. Wie gesagt, Doris, das Beste ist einfach gar keinen Plan machen. Einfach rein da. Sind immer was drin? Einfach rein, die Olga. Negativ. Ich glaube, ich bin bei Fahrrad im Coursero. Dann am besten Verfolgung anhalten und das sagen. Auto kommt, glaube ich. Okay, informativ. Team C ist offiziell raus. Ist es raus, ja? Ey, es war richtig gut, schwör. Hattest du schon Gurke gefunkt, ne? Well done, man. Gurke. Nein, noch nicht. Wie an der Kasse. Hier hast du zwei Gurken. Eine für dich und eine zum Essen. Wollen sie noch ne Tüte? Ne, so hässlich ist sie nicht, Bruno. Ich hatte noch nie 50 Diamantboxen in meiner Hand. Ich auch nicht. Nein, 44 hat meine Nummer. Ich hab meine Nummer 44. Ich hab nichts mehr zu trinken. Einfach trinken dabei? Äh, bestimmt ja, ja. Danke. Bitteschön. Echt, jetzt hab ich ne Frage. Wir haben doch einen guten Tag. Ich muss, glaube ich, weg. Ich glaube, ähm, schwierig gerade. Ne, ich hab das gehört. Ey, Dario, Gurke. Perfekt. Ja, wie, du musst weg? Okay. Ja, nein, nicht so. Ach, egal. Ähm, ganz kurz. Eigentlich Nebenjob weiß es, glaube ich, keiner da. Außer ich. Nebenjob? Was? Erzähl ein Mann. Was labert er denn? Was ist eigentlich, wenn wir den jetzt ohne Maske irgendwann ansprechen, den Polizisten, ob er sich an diese, diese Konferenz erinnern kann? Kann er mich dann daran verbuchten? Nö, kannst du ja über was anderes reden. Ja, das ist ein Verständnis. Also wenn ich jetzt, wir haben ihn gefragt, ob er einen Witz erzählen kann, ne? Und wir wissen ja, wie er aussieht. Sag mal, wie lange warten wir jetzt schon hier? Fünf Minuten? Wo kommt immer keiner? Bist du nun vorne an der Schlafe? Ja, siehs da, sieh guck. Ja, wo ist sie denn? Wir sind unter dem Gleit, auf einer Wiese sind wir. Auf einer Wiese? Sagt weiter, wenn die Verfolgung weitergeht, bitte Urus. Mache ich. Dann fahren wir aber am besten irgendwo außen rum, dass wir uns irgendwo umziehen können. Am Flughafen ziehen wir uns um, das ist, glaube ich, ne gute Idee, oder? Äh, gegenüber Casino? Ne, wobei, ist das so, da ist ne Sperrzone, ne? An dem Weingwood PD. Das ist keine Sperrzone. Mh. Das Problem ist, wir müssen sowieso in den Norden hoch. Sonst fahren wir... Äh, egal. Wir werden abgeholt. Wo ist sie denn, Mann? Ich steck aus. Das sind Mädchen! Das sind Mädchen! Ich steh jetzt da bei der Zuggleise, aber ich seh euch nicht genau. Wo bist du? Genau, ich bin genau da, wo Dario mir den Standort geschickt hatte. Ja, wir sind da drunter, ne? Äh, könnt ihr da rauslaufen, weil hier ist eh niemand. Ich steh jetzt, sind jetzt neben den Zuggleisen, weil der Tagstuhl ist. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Da ist niemand. Ich schick nochmal Standort. Ja, bitte. Hast du eine Toxiker? Da vorne ist sie. Ist vorne. Stehen bleiben. Hallo? Wo ist sie denn? Bleib stehen. Wir sind da. Wo seid ihr hingeräumt? Da, wo das Auto steht. Und dann vorne hin. Hier, hier. Rechts, rechts, rechts. Ey, warte, lass mich kurz schnell aussteigen. Ich nehme mir schnell die Waffe in die Hand, falls was ist. Weiß ja nie. Sehr gute Autowahl. Voll getönt. Beste Leben. Das ist sehr gut, ja. Dann irgendwo umziehen. Flughafen haben wir gesagt, ne? Flughafen, ja. Umziehen. Äh, da fährst du. Also, irgendwer hat da einen Marker drin. Wir könnten das wieder in der Marker. Den können wir nicht in der Navi rausnehmen. Ja, das ist noch vom Navi im Moment. Okay. Ich fahr einfach ganz anständig. Ey, das Spot ist aber echt geil da unten. Wir müssen merken. Geht jetzt halbe Minute weiter. Ich fahr immer anständig. Du fährst hier vorbei. Du siehst das hier auch nicht. Du siehst das halt gar nicht. Das wäre krass. Also, wenn da einer kommt und sagt, ich bin zufällig vorbeigefallen, hab da hingeguckt. Nee. Dann fress ich den Besen. Ich hab zum Hauptglas gehört, dass hier dort steht. Ja, beim Tauchen. Ich war da, Alter. Beim Tauchen hab ich's gehört, dass ihr da seid. Stimmt das? Weiter. Hat mir ein Vogel gezwitschert. Ich schwöre. Ich schwöre. Ich schwöre, Herr Bieden. Was überhaupt? Du hast nicht nur ein Sperrgewicht, oder? Nee. Das dürfen wir sein. Jetzt gleich Kontrolle auf Grundrichtung Geldwäsche. Ja. Weber, grüße aus Luxemburg. Leica, bist der Beste. Dankeschön. Grüße zurück nach Luxemburg. Dankeschön. Mein Lieber. Oh, geht Kuss und Liebe raus. Luxemburger. Hallo. Bitte? Max, 27, 27, danke für euch. Sehr viel Spaß. Und André, Whitefloor. Für den Server, grüßt das NRW. Dankeschön. Wäre eine Möglichkeit. Ali Delphi, ist ja dabei. Cooler Abend heute mit dir. Auf jeden Fall. Heute ist richtig lustig. Heute macht richtig Spaß. Ey, dass wir das jetzt gerippt haben. Ich hab's, ich hab nicht gedacht, dass das so easy klappen wird. Ich wusste jetzt auch nicht wie viele im Dienst sind. Ich bin immer noch Backup, falls irgendwie ein Tank sein sollte. Aber du bist aus, kommen wir damit da jetzt davon. Jetzt müssen wir nur noch in den Ding hin, dort rein, uns umziehen und dann haben wir's geschafft. Wo bist du ungefähr bloß? Außer die haben wir dir in A-Spur gefunden und dann rippen die uns danach. Dann ist problematisch. Das ist ja schwerer. Nein, die sind dann noch dabei. Wenn einer wegkommen würde, wäre schon vertretbar. Wenigstens die Hälfte oder fast noch mehr. Vergiss nicht, dass ich das ganze Kusch noch hab. Ich hab den Kusch nicht verteilt. Ist mir bei ihm so aufgefallen. Und ich hab noch mehr als die Jowen. Ich hab die Hälfte von allem, was ich verteilt hab, hab ich noch die Hälfte. Schon rein da. Remember no Russian. Also no Russian, das war woanders. Ja ja, Flughafen. Remember no Russian. In dem Flughafen. Ist ziemlich leer hier. Bahn in Sauberwald. Ich muss grad Power-Net machen. Ich hab Durchfall gefunden. Ich muss alle Durchfall haben. Im Odil mal kurz. Das hilft gegen Damen und Durchfall. Aber was zieh'n heute schönes an. Mit was geh'n heute rum? Ah, sowas. Ist... Nein. Das was ich vorhin anhatte. Du wärst so. So erkennt mich keiner, oder? Nee. Alter, wie du aussiehst. Soll ich so geh'n? Ich geh'n als Peter Ferrari. Nee. Oh mein Gott. Oder soll ich? Ach komm, ich zieh' durch. Einfach Leuten Kopfnuss geben, Bruder. Ich bin Peter Ferrari. Sie sah's wie... Nein, er ist eigentlich nicht. Kennst du Peter Ferrari nicht? Nein. Brauch ich. Wollt' mal in aller Form. High Speed fährt grad auf der Strasse Richtung Nation Leiber. Von Alters 1 zu 7. Also ab nach Hause. Guck mal, Fredy, was ist'n da los? Guck mal, Fredy, was ist'n da los? Stieg für den Beifahrer wäre Option. Ganz steif. Hast du die Kamera reingeh'n? Oder was? Fredy, geht's gar nicht gut. Das sieht gar nicht gut aus. Ich hab'n steifen. Halt. Was gehst' hier? Weißt du was? Nee, sag' ich jetzt nicht. Lass' mal. Dann fahren wir mal wegbringen, ne? Und dann gucken wir mal, falls die anderen noch Hilfe brauchen. Auch High Speed? Oh. Aktuell negativ. Da hat's glaub ich ganz'n geschallert. Kann jemand anderes kurz vor sich nen Wagen reinsetzen? Das glaub ich ja. Die haben irgendwas vom Kusshafen gesetzt. Mit Urus umsteigen, ja ja. Maserati GT. Ja, dann hol mal den Beifahrer. Roland Rengser. Dankeschön. Roland für 2,02 Cent. Domi FFS. Dank fürs Hüppi werden. Vielen Dank. Ja, die holen den grad' raus noch. Aber das heißt, keine Polizei ist da, wo er liegt. Du brauchst dich nicht um den Beifahrerverbot. Deshalb ich wollte ja so schnell wie möglich nach Hause kommen, dass wir mithelfen können. Aber vielleicht kannst du dich um den Fahrerverbot. Aber nützt jetzt nix, wenn wir zu fest draußen. Ja. Hallo? Was denn? Ah, das war grad ganz gruselig. Ich schrei doch mal so. Was denn? Bei mir macht das Autorad was. Es will anscheinend. Wir fahren überall runter, wenn wir wollen. Oh, nee, nee. Wir fahren ganz normal eigentlich. Alles gut. Was hat er denn jetzt gedacht, Alter? Bei mir, klar. Ich hab mir da vorne links jetzt überschlagen haben und dass wir sonst was gemacht haben. Nee, nee, nee. Das ist alles gut. Alter. Er fährt einfach schon Film, ne? Ich komm. Drück ruhig ein bisschen aufs Gas. Du musst jetzt nicht schnell sein. Ich will nicht angehalten werden. Ja, angehalten. Ich kann nichts machen, wenn wir angehalten werden. Ich kann nichts machen. Die haben grad andere Probleme. Die Leute, ich hatte erst zwei richtige Verfolgungen und äh... Ja, aber die haben mit dem Wichtiger zu tun. Wir wollen uns nicht verfolgen lassen. Wir halten einfach an. Oder wollen wir wirklich jemanden anhalten mit Daddy als Kennzeichen? Hey, das ist nicht mein Auto, okay? Achso, sorry. Ich dachte, das ist so... Nicht meins. Ich dachte, das ist so ein Kink oder sowas. Das geht auch seine Kappe. Achso. Okay. Ich hab nur mein Horny-Car. Okay. Ob das besser ist? Ja, das ist doch cool. Besser als Daddy auf jeden Fall. Die wurden eingebaut, die werden grad grad festgenommen. Da steht drauf, Horny for you. Das ist richtig witzig. Die werden grad eingebaut bei mir. Ich weiß. Wer ist jetzt eigentlich erst weggekommen? Nur wir bis jetzt? Das ist jetzt, glaub ich, echt nur wir. Wir werden echt alles mitnehmen sollen auf unserer Kappe. Du weißt es halt nicht. Was kannst du keinem erzählen? Ja, aber wir haben... Ich mein, den einen hat's halt überschlagen mit dem PD. Der kann nichts dafür. Mit seinem Auto. Ja, ja, aber guck mal. Guck mal. Das kannst du keinem erzählen. Ich wette, hätten wir alles mitgenommen, wie wenn die Ersten, die im Arsch wären. Ja, eins sind überschlagen oder so. Ich schwöre, es ist so richtig unnötig. Ich hab so einen Hydranten, der so einen Kopf los umfahren hat. Ja, aber du uns hättest ja auch was überschlagen. Du vergisst das nicht. Ja. Einmal war ein bisschen knapp, ja. Es war wirklich knapp. Ich hab schon gedacht, jetzt ist das Ende. Ich hab schon gedacht so, nein, bitte nicht. Ich hab das Auto unterschätzt, was die Hecklasten angeht, ne. Weil er so quer gegangen ist. Dann bin ich vorsichtig gefahren. Dann ging's. Ja, hinter uns ist, glaub ich, einer. Bin aber nicht sicher. Wir haben ein Stück unter der Hälfte Tank nur. Und wir sind in der Verfolgung mit einer Highspeed. Und noch über das anderen kann ich damit verstehen was. Ne, doch nicht. Alles gut. Alles gut, wir müssen. Mit dem Suburbo. Ah, guck mal. Ja. Einmal die Kresse halt und beinahe. Ich kann probieren die Highspeed auch nicht. Ich hab gar keinen Durchfall heute. Das ist sehr schön. Da hab ich ja schön. Da hab ich ja schön. Was tut hier? Wir haben keinen Sichtkontakt mehr. Aber haben keinen Sichtkontakt mehr. Jetzt aber schnell. Jetzt aber schnell rein da. Jungs und Mädels. Ja, dann würde ich gleich abholen. Aber ganz schnell. Bei denen am Jubel ist es vorbei, oder? Leg die Türen hier auf. Die Türen sind vorbei, ja. Die wurden eingebaut und werden festgenommen. Ist jetzt nur wir weg, ne. Nur ein Team. Neu. 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 Schreib dir das irgendwo auf. Egal wo. Wir würden jetzt Tanken gehen erstmal. Du Gold. Alles was rein liegt, ist eh drin, oder? Oder haben wir noch Goldbarren so drin? Ne, wir legen Tanken und fahren dann weiter. Oder so. Ansonsten. Schreib es dir am besten ab. Wie er das machen will. Ja, ich schick dir gleich Standort. Weil ich lage mal die ganzen Waffen ein, die ich da mit habe. Wir haben ein ganzes Waffenarsenal dabei. Oder vom PD. Ganz viel Staff. Ich weiß nicht, ob wir das noch brauchen, wenn wir noch helfen. Ne, ne. Ich tu nur die weg, die ich nicht brauche. Mit den Haushalt im... So passt. Schreib dir von ein paar auf, was hier reingelegt. Das wir nachher... Gut. Ich wär ready. Ich hab jetzt 150 Diamant und 150 Gold reingelegt. Jo. Äh, ich schau mal schnell rein. Von mir kommen jetzt noch dazu. Kusch kommt noch von mir dazu. Das müsste wir aufschreiben. Weil dann wird's sonst komisch. Das müsste irgendwer... Vielleicht bei irgendwem von uns einfach reinschreiben. Wie viel? Einfach bei uns ins Tablett. Äh, sind 1388. Hab ich jetzt reingelegt. Dann noch einmal... Juwelen, wie viele? Ich tu die Juwelen rein. Warte. Juwelen, Juwelen, Juwelen. 1557. Äh, wir sind... Auch schon mal gezogen schon. Und Schwarzgeld wäscht du gerade, ne? Das wasch ich gerade. Das waren 1,05 Millionen oder was. Okay. Ich schau das einfach rein, weil ich dabei hab. Jawohl. Warte mal, ich schau mal, hab ich jetzt auch was dabei. Mal. Na, außer Waffen. Hast du das doch mal eingetragen, ne? Ich hab's eingetragen. Perfekt. Bei mir. Zieh mich nur nochmal still um und dann geht's los. Fangen wir mit. Oh ne, das ist ja Open Carry, das kann ich ja nicht tragen. Hoppala. Ähm, Ivan, dann geh ich jetzt schon mal oben in Polito das... Ich hab das Militär-Outfit. Passt schon. Dann bring ich's zum Gelände. Ja, mach das. Wie viel Geld waren wir gerade? Ich krieg dann alle Gold waren, ne? Nee. Ja, pack das alles im Konferenraum. Passt schon. Passt schon. Ich hab's nicht Standort geschickt. Ist doch mal wer weggekommen. Super. Oh ne, ich bin falsch gegangen. Super. Na geil. Na, Freddy, wo bist du? Wie bitte? Wo du gerade bist? Ja, wir sind vorne bei den Garagen. Jawoll, wir können jetzt losfahren. Also es ist vier sind weg, dann war noch wer weg. Es braucht aber keiner mehr Hilfe. Keiner mehr? Ja, super. Nein. Es braucht keiner mehr Hilfe. Es sind alle. Weg. Außer dem Haus eben, ne? Alle versorgt, ja. Wie, außer der Urus? Ich glaub, der Urus hat's nicht geschafft. Alle haben's geschafft, außer der Urus? Beim Juke, was soll das denn? Also zwei hat sich überschlagen. Ich hab's immer noch nicht verstanden. Zwei haben sich überschlagen und einer wurde geschnappt. Ja eben, also hat's nur einer geschafft noch, außer wir. Ja. Nee. Doch. Wir waren ja nicht so viele. Wir waren sechs Autos. Es war nur Koffermann. Koffermann hat's, Koffermann und... Zwei hat's überschlagen, einer wurde festgenommen und einer wurde eingebaut. Dann geht's ja auf, vier Autos raus. Zwei haben's geschafft. Ja, sag ich mal. Ja, das passt. Das heißt, die Hälfte ist weg. Ja. Nicht ganz, hier haben sogar die Mehrheit da. Nicht ganz, weil ich hatte die Mehrheit, ja. Nicht ganz, weil ich hatte die Mehrheit, ja. Aber passt schon. Ist in Ordnung. Ist noch verkraftbar. Wir waren der Meinung, dass wir es aufteilen, weil wenn man alles auf eine Karte setzt, auf ein Auto, hast ja entweder du Glück oder du hast das ärgste Pech. Ja, natürlich. Du gewinnst alles und du verlierst alles. Man kann's vor allem nicht wissen. Und trotzdem sauviel Umsatz gemacht jetzt. Also ich würd gern heute noch was kaufen, dann alles. Raus nehmen? Ja. Würd gern was verkaufen heute noch. Wenigstens was mitnehmen noch. Erst mal Preise checken. Erst mal Preise checken, Bro. Ja, warte, jetzt hab ich mich wieder scheiße angezogen, weil ich gedacht hab, wir gehen jetzt in den Kampf rein, super. Wird schon das Auto wieder rausziehen. Wird schon auf der Polizei suchen. Da fahren wir. Jo. Frisch aus Militär. Wir checken mal Preise, gell? Preise checken und Cheeks schauen wir jetzt halt noch. Ja, ja. Geh mal fuhrt. Was müssen wir jetzt alles checken? Kusch? Bei deiner Bank? Juwelen, Gold machen, Diamanten. Schon alles ein bisschen. Ja, aber das mit Mav hat ich keinen Bock damit noch anzufangen, da kriegt jeder noch 30 und so, dass wir auch. Ja, 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 verstehe ich schon. Aber wir hatten ja trotzdem ein kleiner Bonus gewesen eigentlich. Ja, klar. Können wir mal machen. Und Coca. Wenn man sowas dabei hatte. So, wo ist denn da jetzt der nächste? Da vorne links, gell? Am Jubel wollte ich noch vorbeifahren, stimmt. Mal angucken, was da los war. Ne, die sind schon alle raus, ich gucke. Oh shit. Was ist das Auto? Was ist mit dem passiert? Den hast du auch überschlagen? Eingebaut. Eingebaut. Mit Urus einbauen lassen. Ich muss auch mal hingehen. Ich weiß nicht ob überschlagen, aber auf jeden Fall eingebaut haben sie gesagt. Okay. Ja gut, der eine Überschlag war nicht gerechtfertigt, weil der angefahren wurde von Piki. Ja. Und der ist dann überschlagen, das war halt scheiße. Ja, aber setzt man halt jetzt alles auf. Ich sag dir, wo wir das allererste Mal, weißt du noch, das allererste Mal gemacht habe. Ja. Da, wo ich diese 23 Millionen schwarz geht dabei hatte. Das waren 23 Millionen? Damals, ja, hatte ich 23 Millionen und das hatte alles ich. Was meinst du, wie ich geschwitzt habe, Bruder? Ja klar, aber wir sind ja weggekommen damit. Ja, wir sind weggekommen. Ich meine, ich hatte um die 23 Millionen und 13.000 Juwelen damals. Ich dachte, wir haben heute mehr bekommen. Wo willst du hin? Ja, was? Achso, vorbeigefahren an der Bank, Entschuldigung. Ja, 13.000 Juwelen hatten wir. Was ist mit 13.000 Juwelen und über 20 Millionen Schwarzgeld? Alter. Aber das musst du auch mal hinkriegen. Da hat doch jeder irgendwie über 2 Millionen bekommen. Und seitdem machen sie doch, glaube ich, regelmäßig auch leer. Ja, seitdem erst, komischerweise. Weißt gar nicht, woran das liegt. Ja, hier. Äh, Fleisch ist gerade sehr gut im... Oh, oh mein Gott. Was ist denn? Ah, nee, das ist oben Gold und Diamant. Wir brauchen aber Goldbarren und Diamantboxen. Boah, ich dachte auch... Scheiße. Ja, hm. 1 Stunde 19, aber es ist halt grün. Von mir aus können wir verscherbeln. Mir wäre scheiße egal, ob es da auf dieses... Ja, können wir eigentlich machen. Ja, dann brauchen wir erstmal alles noch verorten. Dann brauchen wir nochmal eine Stunde 19 warten. Kann es leider doch wieder scheiße sein, ne? Ja, würde ich jetzt nicht machen. Ist eh ein guter Preis. Also gut. Wir haben schon für... Wir beide haben schon für wesentlich schlechter Verkauf nach dem Jura. Mhm, das stimmt. Weißt du noch, Rot, Alter. Ja, Verkauf mal scheiß drauf. Aber durchgezogen. Okay, Uwellenbahn ist aber nicht gut. Habe ich das Nid heute doch nochmal gebraucht, ne? Zum Weg kommen. Einmal reingedrückt. In der Stadt. Ich habe nämlich ein bisschen mit langsam gefahren, weil ich gedacht habe, ähm, dass der Typ hinter uns noch keinen Platten hatte. Ja, doch. Erst hat er es auch nicht gehabt. Und dann am Ende hat er sich auf einmal voll eingedreht. Aha, wir fährten hier vorne. GTR M3. Das fährt 100 pro, kein Begieder. Du musst nur hier aufpassen, ne? Hast du noch welche Waffen dabei? Natürlich. Okay. Also hast du Angst, dass du überfallen bist, oder was? Nee, Pops, Alter. Warum? Wir dürfen doch hier sein, oder nicht? Keine Ahnung, Alter. Oder sind die Preise vom Drogen? Ja, und ich darf sie doch checken, oder? Ist das illegal? Ist das Preise checken heutzutage illegal? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich. Oh mein Gott. Kusch. Plus 117. Wir müssen los, Alter. Alter, Alter. Heute geht ab. Bruder. Weißt du, was wir da coole machen? Komm, komm, komm. Ja, ja, schnell. Wie lange haben wir noch Zeit? Eine Stunde? Eine Stunde. Ja, wir haben noch genug Zeit. Sollen wir das andere auch gleich mitnehmen? Ah, da brauchen wir eh mehrere Leute. Wir können doch 50 tragen pro Person. Ja, wir können doch ins Auto reinpacken. Ja, aber das... Meinst du? Ich fahre nur schnell vorbei. Ich change schnell mein Auto. Ich werde mich was anderes fahren. Ich traue schon den ganzen Tag diesen Ferrari. Ich drücke aufs Gas und die 400 PS. Alles mit Schmerz. Kinder, Los Angeles. Ja, ich schau mal schnell. Mh. Mh. Ich mach mal kurz. Nimm als 60 Kofferraum. 50. Ja, ich mach mal den mal. Nee, ich mach den anderen. Ich nehm als mit 60. Juh. Juh. Ich bin gerade auf dem Weg zum Gelände. Bringt ihr die letzte Ware alles runter dann? Nein. Vielleicht noch aufschreiben, was hier rein ist. Freddy, wir sind in die Preise. Bei Marc hat es bei sich dann eingetragen, was wir jetzt alles so reingepackt haben. Jo. Kannst du bei Marc dann einfach adieren? Ja. Der hat auch nur 50. Was ist denn los? Das Kusch verkaufen wir. Wir sind ruhig bei 667. Das verkaufen wir ruhig. 3 in da. Warte mal, ich bin gerade oben hier beim Handwerker. Guck mal. Wir wissen, wie die Preise sind. Cool. Wir würden nämlich auch da sonst auch gleich die Barren und so alles verkaufen. Alles weg. Preis sind grün. Kannst du auch da oben warten auf uns? Kann ich auch machen. Sicher. Ja, perfekt. Dann können wir ja egal welches Auto wo. Wir müssen nichts ins Kofferraum laden. Ah, super. Dann hätte ich jetzt einen anderen genommen. Ah, ne doch, oder? Ich weiß es gerade. Warum? Um was geht es denn jetzt gerade? Ah, doch. Darin muss Darin auf jeden Fall noch mitfahren. Ich hoffe, der ist noch da. Oder bei einem anderen. Ne, die Lieferung von oben, die ist schon unten. Die ist schon oben beim Pfandhaus. Der ist da. Im Palito gerade. Ach so, alles? Nein, außer das aus dem Gelände halt, was wir eingelagert haben. Ah. Wurde auch sagen können. Dann können wir gleich hochfahren, weißt du. Ich würde halt zuerst das Gras verkaufen und dann hochfahren. Ja, oder so. Dass das mal wichtiger ist, was wir verkauft bekommen. Ich denke mal mit dem Auto hier wird mir auch ein bisschen unauffälliger sein. Ja, scheiß noch mal. Ach, wer bringt's weg? Ja, ihr müsst wissen. Ich sag's nur aus Erfahrung. Das ist scheiße. Warum? Ja, voll oft schon. Was haben Sie da für eine Grundlage? Ja, Pfandhaus ist ja nicht legal, Bruder. Du kannst ja auch alles verkaufen. Äh, nicht illegal. Du, im schlimmsten Fall schießen wir die Leute um, dass wir dort unsere Sachen verkauft bekommen. Ich weiß. Unnötiges Risiko oder so. Nö, kein unnötiges Risiko. Scheiße. Kannst du mal gucken, wie viel Cush das jetzt genau war? Ja. Kannst du da im Auto bleiben? 1.388 Cush. Gut, das musst du dann jetzt rausnehmen wieder aus der Liste. 1.557 Juwelen. Wollen wir Juwelen? Ich glaub, die waren nicht rot, ne? Ich würd's trotzdem mitmachen. Okay, was? 1.557, ne? Ja. Das sind alle, ja. Merke. Haben wir nicht drinnen. Jo. Perfekt. Ah, und die Goldbarren müssen wir schon mitnehmen, ne? So ist es. Goldbarren und die... Er muss nochmal holen unten. Die Goldbarren sind noch auf 100 drin. Das Ding ist, ich muss mich jetzt langsam hinlegen halt, ne? Da müssen wir nochmal mitnehmen. Da müssen wir nochmal mitnehmen. Wir bräuchten mal noch jemanden, der mit uns mitkommt. Zum Spotten dann. Jetzt wird erstmal Geld geholt. Pascal Elsen... äh, Elsemann. Danke für 20 Euro, Alter. Vielen Dank, super Chat. Danke. Ja. Pascal. Haut da raus. Unglaublich. Dann wünsche ich euch was. Ich wünsche dir auch nur das allerbeste, mein Schnucki. Das war super, wirklich. Das war wirklich super. Wir haben gerade noch besprochen. Es wäre vielleicht gut, wenn ihr gleich nochmal die Leute lobt, die es geschafft haben. Ja, natürlich. Aber hallo. So wie so eine kurze Nachbesprechung. Ja, das ging mal hin. Also ich fand es geil, dass wir gerade geschafft haben. Ja, auf jeden Fall. Können wir nachher noch kurz sagen, wie es ablief, den Leuten so ein kurzes Feedback geben. Habe ich gerade so gehört, dass das vielleicht denen auch wichtig wäre, dass sie Bescheid wissen. Wir verkauft haben, machen wir das. Ja, sag mal. Haben wir jetzt unten noch die Barren und so drin? Weil ich werde mich jetzt hinlegen und so früh raus. Ja, ich schlafe gut. Ähm, guck mal. Ich habe bei mir einfach, bei Privat, bei sonstiges, habe ich einfach reingeschrieben. Achso, das kannst du raus machen. Achso, nee. Die nehmen wir jetzt ja alle raus. Okay, gut. Perfekt. Nicht das, was da ist. Aber was war jetzt mit dem Kusch? Das habe ich auch. Da liegt aber noch Kusch drin. Ja, ja, aber viel Spaß. Das hat jetzt mit uns zu tun. Wir verkaufen nur das Kusch von jetzt eben. Achso, okay, okay. Aber ich hatte noch 50 Gold und 50 Jubiläum. Und deshalb. Ja, ja, das holt gerade, das holt gerade Oli Werner raus. Hat jemand aus Kusch? Gut, ich wusste nicht wohin. Habe es einfach irgendwo notiert. Weil Kusch ist gerade bei Doppelgrün auch. Okay, super. Ja gut, dann wünsche ich euch was. Ja, sehr schön. Ich war super. Euch noch viel Glück. Danke. Stan. Ich wünsche euch allen was. Tschüssi. Und viel Glück euch noch. Tschüss. Jo, ciao, ciao. Äh, wo? Hier seid ihr, oder? Ich sitze da drin, ja. Also einen da. Und dann fahren wir los. Oder? Ey. Fred Ward. Jo. Steig ein, wir fahren. Gut, kommt ihr als Spotter dann mit? Ja, du siehst auch. Rufendauer. Sollen wir zuerst jetzt? Du hast auch wieder zu rufen, du hast einen Dauerrufer. Oh, du bist weg. Okay. So. Gibt's da noch immer? Ne, ne. Ähm, ob wir, ähm... Die waren nach der Südich für'n Tätowierer hin und wir uns auf'n Berg oben, oder? Eigentlich wäre Valito sinnvoller fällt mir das ein. Ich wär dann jetzt auch gleich vor Ort. Weil beim, beim, beim Phantos bekommen wir, äh, grünes Geld. Verstehst du? Hm, stimmt. Und wenn wir jetzt beim Drohungen wieder hochgenommen werden, können die mir die Diamantboxen nicht und so nicht mehr wegnehmen. Weil das ist dann schon cleanes Geld. Dann fahren wir rechts, sorry. Äh, wir fahren erst zum Phantos. So würden sie uns beides wegnehmen und dann können sie uns nur das Kusch wegnehmen. Ja. Versteh ich schon. Aber fahrt dann am besten irgendwie solch Schleichwege, bevor da noch ne Grenzkontrolle ist. Ah, gut GG. Ich glaub die haben gewusst zu tun, oder? Und dann stellen wir uns trotzdem schon mal zum, ähm, wieder. Wirklich jetzt? Da passen wir nicht durch. Eieiei. Eieiei. Das heißt wir fahren sonst hinten rum übers Kartell, oder? Ja. Mir egal, wir können das auch heimlich durchballern. Ich glaube nicht, dass heute noch Grenzkontrollen sind, bin ich ehrlich. Wir werden sie mal gearscht. Ja, mach wie du denkst. Na, ich, ich würd, ich würd, äh, bevor Grenzkontrolle ist rüberfahren. Guck mal, wir sehen ja auch ein, man sieht, dass er eigentlich nicht auf der Grenzkontrolle ist, oder nicht. Ja, aber nicht, dass die dann eher zu uns kommen, so. Ist ja auch blöd. Ich, äh. Ich glaube nicht, ja. Wir haben gebettert da. Gut, dann fahr ich durch die Grenzkontrolle. Mega. Wenn wir alles verkauft haben, würd ich gern nochmal mit allen, nochmal am Gelände ansprechen, die noch da sind. Aber mega, mega gut. Außer, dass natürlich jetzt welche nicht weggekommen sind und so. Ja, weil... Weil es rein die Kommunikation in der Situation da war. Da war perfekt, das lief richtig gut. Schnurrstark nacheinander weg, ohne ewig Diskussion und so. Fand ich zumindest. Das ist echt gut. Aber wir hatten schon eindeutig chaotische, chaotische Situationen. Chaotische? Alle, die ich jetzt, alle, die ich jetzt gesprochen habe, haben auch gesagt, es war besser als alles andere, was jetzt aktuell so stattgefunden hat am Räumen und sowas. Von der Kommunikation her. Ja, sie ist, man muss ja immer wieder da sein, klappt das schon. Und das, obwohl es halt komplett planlos war. Ja, ich sag immer, das ohne Plan läuft meistens am besten. Und das war halt dann so spontan und so. Dann haben wir halt geguckt so. Mark hat die ganze Zeit den PD bei uns als Sicherung. Da, ich war dann ja im Funk mit der Verhandlung. Ich habe mir so, die Verhandlung habe ich ja dann so gemacht und dann den Ton angegeben. Und da wird halt so auf die Sicherheit des Gebäudes geachtet, sodass die Leute alle auf Position sind und so und alles läuft. Das war halt echt gut aufgeteilt, fand ich. Doch, alles klar. Das hat wunderbar funktioniert einfach. Da hatten wir schon viel Schlimmere, wo ich danach gedacht habe, was sind wir für ein Sauhaufen manchmal wirklich. Bestes Beispiel Krieg, ne? Da war Katastrophe. Oh ja. Das war Katastrophe hoch 100. Da konntest du 50 mal durch den Funk durchfunken und das hat immer keiner gecheckt. Ja. Also das hat echt super funktioniert heute. Okay jetzt. Wir verkaufen gerade. Verkaufen. Soll ich irgendwo dazustoßen, oder? Du kannst gerne den Dealer mitspotten. Wir sind jetzt aktuell aber im Pfandhaus. Ähm, ich würde schon mal sagen, damit ihr darauf achtet, es kann sein, dass ich jederzeit keine Schmerzen bekomme. Ich habe Durchfall überall des Hasses schon. Ja, das schon. Ich sag's bloß. Nicht, dass ihr dann 30 Kilometer weiter fahrt. Seid ihr beim Pfandhaus gerade davor? Ja. Check. Hast du schon verkauft? Ne. Bruder, Juveen 451. Das ist ultra rot, ne? Scheiß drauf. Alter, ich habe gerade über 200.000 Dollar. Fast 300k mit den Verkaufhäfern höher. Gibst du mir dann alles? Dann packe ich nachher zusammen und rechne aus. Äh. Ja, warte, ich habe jetzt, ich habe jetzt, äh. Oh mein Gott, ich bin so blöd. Meine Leidchen-Diowel, ne? 700.000, Alter. Boah, wie viel Geld hatte ich denn dabei? 75.000. Ich zeige nicht. Ungefähr, Bruder. Ungefähr. Muss ja nicht auf Cent genau sein. Jetzt habe ich das schon verkauft. Ich traue du. Ist nicht schlimm. Einfach ungefähr. Was hatte ich denn? 75.000. Dann sind's. Geh mal kurz das Wasser holen. Sag mal. 250.000. Ne. 260.000. Ne, wie viel hatten die? 100. 100. Wie viel waren das jetzt? Ich habe es nicht mehr gesehen. Ich glaube, 260.000 sind's. Müsste sein, circa. Ja. Weiß nicht mehr, wie viel ich jetzt dabei hatte. Sorry. Das ist doch nicht schlimm. Tut mir leid. Ungefähr. Ich geb dir grad auch noch das Geld. Ja. Gibt's da auch gleich? Ich rechne kurz was aus. Wobei, du kannst verkaufen. Dann kannst du's eh ausrechnen. Hast du verkauft? Ich habe schon verkauft. Oh, ne. Ich weiß aber, was ich auf der Hand hatte. Okay. Wie viel hattest du auf der Hand? 51.000. Ich bin jetzt bei 1,6 Millionen. Aber wie viel hast du jetzt? Jetzt hast du auch Geld von mir bekommen. Jetzt bringt die Sau nicht mehr. Aber warum? Was meinst du? Ne, egal. Ich weiß auch, was ich auf der Hand hatte. Ich hab 51.000 an der auf der Hand. Und hab jetzt 1,6 Millionen. Weil es waren fast 300.000, wie ich zusammengerechnet habe. Ich hab einfach nur quer gerechnet. Ja, alles gut. Wird schon passen. Wenn nicht, hab ich halt ein bisschen Mermot bekommen. Tut mir sehr leid. Ja, mein Gott. Ja, sorry. Ich hab nicht mitgedacht gerade, dass wir es ja aufteilen. Hey, die Thrifty ist hier oben. Was ist das wohl? So. Ich hatte 46.000 dabei. Ja, ist jetzt auch egal. Um die 10.000 Dollar. Ist schon egal. Mehr P weiß ich jetzt halt wirklich nicht. Pascal Elsmann. Danke für den Swanni. Vielen Dank. Und Broxomann. Moin Xud, liebe Grüße aus dem Baden-Württemberg. Dankeschön zurück. Einmal Gelände, bitte. Okay, die kriegt jetzt über den Millen. Weil ich noch eine Million Schwarzgeld dabei hab. Oh, warum hast du eine Million? Ja. Die hatten auch eine Million Schwarzgeld. Ja, aber das können die doch schnell machen. Wir müssen ja runterfahren. Ja, ist doch. Oder fahr erst die. Das ist scheißig. Am Ende hab ich so, dass du Schwarzgeld. Ja, wobei wir können ja Dealer fahren. Das ist ja sowieso. Am Ende hab ich eh Schwarzgeld. Wait a second. Wie können wir uns am besten dorthin? Ähm, andere, andere Richtungen fahren eigentlich. Ist gescheiter. Wie sieht's beim Dealer aus? Zwei Zauber. Ich fahr jetzt gleich runter und guck mal. Aber dann wechsle ich jetzt mal das Auto, ne? Weil... Auf Auto wollen wir mit wegkommen können. Genau. Könntest du dann auf zwei Sitzer, dass Olivia ein eigenes fährt? Äh, ist egal. Wir können schon. Naja, ich kann dann auch spotten sonst. Ui. Also ich werde jetzt mit dem Ram zum Drogendealer fahren. Wird mich dann querschen. Bitte spotten und bereit auch mit Waffen. Wir verteidigen dann. Egal was kommt. Ja, genau. Ich würd dann unten sein. Mit dem Ram quergestellter. Fahrt alles schon mal. Die können schon mal hin. Und dann checkt die Nagel. Also unten ist der Torrierer. Oh, da. Auf der Hand grad, Mann. Wenn ich jetzt sterb und ausblut. Also ich steh jetzt beim Verkäufer. Mit keine Cops. Mann, ich wollt P1 fahren, aber der ist abgeschlägt. Scheiß Track. Ah. Willst du meinen? Ne, ich hab schon. Wir fahren Porsche. Perfekt. Porsche GT3 RS Jungs. Ja, Mann. Ja. Ja, warte ich muss hier weg. Die packt hier gleich die Auto aus. Ne, ne, ich warte schon. Gut. Ja. Bruder, ich hab 2,2 Hermione auf der Hand, Bruder. Das fühlt sich geil an, ne. Da fehlt jetzt noch das Push und das Gewaschene, das Schwarzgeweich noch waschen muss. Mhm. Das ist die eine Million. Also wir haben, roundabout würde ich jetzt schätzen, 5, 6 Millionen gemacht. Lockerflockig. Ich rechne gleich einmal durch. Ja, schon, dass halt die Hälfte fehlt, aber ist halt so. Ja, gut, wir können, man kann nicht alles haben, ne. So ist es der Spaß bei der ersten Stelle. Da muss man halt alles auf eine Karte setzen, aber besser als gar nichts jetzt zu haben, ne. Ja, natürlich. Aber ich weiß immer nicht, was ist besser, alles auf eine Karte oder nicht so. Stell dir mal vor, du müsstest fahren und du weißt, ich hab alles dabei zum Beispiel, ne. Das ist doch für dich auch 10 mal mehr Druck so. Naja, ich hab immer Druck. Weil Gysi nicht da ist. Genau, du hast gerade gedacht, dass du auch das meinst, Alter. Ja, okay. Gut, dann fahren wir mal. Musst du mal deinen Willi nochmal wonkern oder was, Alter? Den Willi wonkern, ja. Heute schon den Willi gewonkt? Was macht den Willi heute schon gewonkert? Den Willi wonkern, Alter, das ist. Den Willi wonker. Ich frag mich echt, ob das ein Begriff ist, ob es den schon gibt. Das frag ich mich wirklich. Erstmal den Nudel wonker. Nein, den Willi. Ich wollte es nicht. Für wahrscheinlich. Heute schon die Zitze gemolken? Ach stimmt, ich hab ja da mein Primum-Kennzeichen. Ganz vergessen, das ist ja mein Auto mit dem... Was ist das denn? Das ist mein Kennzeichen, das hab ich gefunden und hab's mir aufs Auto geklebt. Das ist immer so cool. Gefällt mir. Was heißt das, Alter? Weißt du das nicht? Ne, keine Ahnung. Von heißt er 1. Ich hab überlegt, dass unser Firmenname dann so heißen könnte, wenn wir umziehen. Weil ich hab den... Ich hab den Namen so cool gefunden und hab den einfach drauf geklatscht. Ja. Vorhin wurde gesagt, dass wir ziehen alle, wo wir kurz Schock mitkommen waren. Ich ehrlich. Ja, warum Schock? Schon geschockt, ne? Wurde du gesagt hast, Alter. Ich zieh nur. Achso, wie es gesagt habe. Ja. Ist halt. Ja, passiert, ne? Ja, geil. Ja, ist schon cool, ne? Ja. Schon in die Bikerbar, oder? In die Bikerbar. Wir schmeißen die Biker raus und wir ziehen die Bikerbar ein. Können wir uns oben in die Kartons setzen, so wie letztes Mal. Stimmt, die Kartons. Alter, da kommt ein Lambo hinter uns. Sollen wir mal einen Brake-Check machen? Wir probieren's mal, oder? Probieren wir mal, ob seine Bremsen noch funktionieren. Ja, die funktionieren noch. Alles okay, alles in die Patrolle. Oh, Alter, wo ist die Retrieber? Hat funktioniert. Super. 10 von 10 Punkten. Was ist passiert? Oh, Freddy, bist du alle mit Steuern vom Porsche? Warte. Nein, wir sind schon fast verdient, aber warum? Hey, wir sind seit dem schwarzen Porsche da. Nimm den schwarzen Ram unten und warte auf die Leute, die zum Verkaufen sind. Ja, zu gut. Ich stehe bei euch. Ich werde dich verarschen, liebe. Falls du leid, bin echt sicher. Was für ein schwarzer Porsche? Was ist denn passiert jetzt? Ich hab grad irgendeinen schwarzen Porsche weggekrampt im Todes. Ich bin einfach weiter. Ich hab' sich freut. Nein, ich bin auf der rechten Spur gefahren auf dem Highway. Auf einmal zieht er rechts rüber aus. Ich hab' mir das erklärt. Warte, warte, warte. Das ist halt hier unten. Könnt sich überschlagen, oder was? Nein, ich nicht. Der auch nicht, aber... War ganz schön knapp, ne? Der fährt einfach weiter. Über knapp. Jetzt gleich, wenn das Wetter bei uns ist, müssen wir sagen, den Blechschirm bezahlst du uns. Hahahaha! Ich bin hier gerade alleine und... Dann würde ich zu dir runter fahren. Ganz schwarze Porsche. Fährt jemand völlig schwarze Porsche? Nö. Auf einmal der Information müssen 1,1 Kilometer sind wir anfasst. Heute schon zweimal kurz vor KrankenOSAP gewesen, Leute. Zweimal. Richtig knappe Sache. Welche Richtung? Richtig knapp. Wir kommen von unten hochgefahren. Durch die Ölfelder. Wir könnten kurz der Porsche ziemlich schnell Richtung Diener vorbeigefahren. Jetzt gleich da gekommen, muss ich sagen. Ja, ich bin so sehr leicht. Also, hast du den Porsche auch gesehen, Ivan? War das ein GT3? Wie schau dir das an, Alter. Das kannst du keinem erzählen. Keine Ahnung, was mit dir gerade war, Alter. Wir haben doch gesehen, wie wir da weggefahren sind, denke ich mir gerade. Hä? Geisteskrank, Asha. Kündigung ist draußen. Der Porsche ist jetzt hier. Daniel. Daniel wieder im Funk nach erneutem Aufenthalt in Mission Road. Hallo. Brauchst du eine Abholung? Das wäre traumhaft. Bist du fertig? Alles? Danke, ich warte mal auf den Gang. Nochmal 925.000. 925.000, Alter. Abfahrt. Leckomio. Aber Preis ist super. Wer ist gefahren? Koffermann. Die Blechschaden bezahlst du uns. Fürs Auffahren. Was für Auffahren, Alter. Lern fahren. Fahr doch nicht rechts. Sven. Ist das hier jemand kommt? Er benutzt deine Bremse. Er zieh dich links, nach rechts. Er hat es nicht verstanden, dass ich eine Vollbremse hingelegt habe. Das hat er nicht gecheckt. Er hat gesagt, ich habe reingeschnitten. Er hat das Park nach rechts gezogen. Er hat langsam und dann aber eine Vollbremse hingelegt. Er hat dich nicht geschnitten. Er hat damit eine Vollbremsehung gemacht. Ja, ich habe einen Breakcheck an dir gemacht. Ich habe nämlich gefragt, ob dein Bremsehung funktionieren soll. Darf ich mal so, ich probier es mal. Ja. So, jetzt habe ich nochmal 1,9 Millionen Schwarzgeld. 1,9. 1,925796. Ich habe 1,05 Millionen schon eingezahlt und habe noch 2,2 Millionen auf der Hand. Wir waren schon mal verkauft. Krank. Ja, also es hat jeder verkauft. Wir sollten... Endlich wieder Geld, Alter. Bitte alle Gelände, bitte. Alle. So war das doch ihr mit dem Porsche. Jaja, wir haben ja wohl Spaß gemacht. Ich fahr' noch kurz zu Hause. Ich weiß doch, mein Körper meint das aus so nem Klops, ne. Der hat uns doch gesehen eigentlich, wenn wir den ausgepackt haben. Ja, gut. Aber ich habe mich auf dem Highway verloren. Mit der von der anderen Seite. Er hat erfordert. Shit, links. Mit der Security. Die chillen einfach. Ich muss mal fragen, ob er ein Chill ist. So, ich dachte, ihr würdet blaues wegbringen. Na? Erstmal ein Warzen. Chillen? Alles fit? Bei Ihnen alles fit? Ja, alles super. Schicke Karne. Was machen sie an der Kreuzung so? Stehen und beobachten. Stiller beobachten. Ein stiller Genießer. Ja, hallo. In der Stille genießen wir am besten. Finden Sie mein Kennzeichen, das ich gefunden habe? Finde ich super. Ja, super. Ich habe mal eine Frage. Sie sind ja von der Polizei, ne? Sie sind ja auch mit Security, Protect, bla bla bla, Police. Ja, so ziemlich. Ja, so ziemlich. Finden Sie von 1,925 Millionen Schwarzgeld. Klingt echt lecker. Aber noch leckerer klingt das im Polizeitresor. Ja, da kommt es ja her. Da kommt es ja her. Ja, da kann es auch wieder hinkommen. Komm, du kannst dich doch stellen. Nein. Wir haben damit nichts zu tun. Das ist eine fictionale Geschichte. Ja, ja. Guck mal, wir können der Polizei das sagen. Wir können der Polizei das sagen, was uns interessiert. Ist das wirklich... Ja, das ist ja... Das ist... Wir sind nicht Lokalpolizei. Das ist nicht unser... Aber sie könnten uns ja batchen gehen. Nee, ich batch nicht. Tschüss. Tschüss. Der Schirken, Schirken, Schirken. Ganz nett. Er ist ja nicht die lokale Polizei. Das ist eh gehört. Er kann nicht viel machen. Was? Sie haben eine Bank ausgeraubt. Also wir können nicht viel machen. Aber eigentlich hätte er doch jetzt einfach zur Polizei gehen können und sich hat gerade vergesagt. Was? Sie haben zehn Leute umgebracht? Ja, wir sind nicht die lokale Polizei. Wir können ja nicht viel machen. Ja, oder? Wir können doch nichts machen. Keine Ahnung. Was? Sie sind für die Anschlage vom 11. September zu schlecht? Wir können ja nicht viel machen. Wobei, genau da müsst ihr ja auch um mit eingreifen. Die war ja genau bei so einem Fall drum. Weißt du, dass Romland bei terroristischen Sachen dabei ist? Ich meine, das sind ja eine große. Ja, nee, weil... Staatssicherheit... Ja, ja, allgemein, Schatz. Die waren ja auch am 11. September aber nicht da und haben gut geguckt. Ja, ja. Die sind wirklich für sowas da. Ja, ja. Ja, ja. Drei. Also wenn mal sowas passiert, müsste Romland kommen. Rein theoretisch. Das muss man nicht. Eigentlich. So, treffen wir uns dann bitte alle einmal am Ende. Das ist immer ein Überschlag vor der Einfahrt. Mit dem Schwarzgeld. Stell dir mal vor jetzt. Ja. Ach so. Hallo. Wir waren ganz normal. Jetzt noch eine Kontrolle. Du sagst doch laut mit Schwarzgeld. Ja, mit Schwarzgeld. Wir haben Schwarzgeld. Das ist Geld, das nicht legal ist. Wir werden das jetzt waschen in unserem Keller auf unserem Gelände von 1 0 7. Das wäre ein Vernaschen der bei das. Aufpassen. Pfff. Das war ganz schön knapp. Ja, jetzt war. Huiuiui. Wo war das knapp? Dieser. Hast du dir gesagt? Da sitzt ein Verrückter im Porsche. Ja, ein Geisteskranker. Ein Geisteskranker. Da sitzt ein Geisteskranker im Porsche. Wie viele Leute waren wir jetzt insgesamt? Gibt es die Liste noch hoffentlich? 16. 16. Müsste noch mal in der Planung sein. Schaut da bitte nochmal. Der Boden ist Durchfall. Aber sie sind richtig hart. Ja positiv. 16 Leute. Ist das schön. Ja Marc, deine Bremslation. Einmal frei. Dankeschön. Was hast du gesagt? Ein Verrückter. Ein... Wat bin ich? Ein... Irgendwas mit Verrückte oder so. 18. Keine Ahnung, was ich gesagt habe. Naja, Minus Ryan. Da ist ein Verrückter der da drin sitzt mit der Bremse. Ja. Hat schon Spaß gemacht. Was ist denn ein Trotz Ryan? Der bremst bei 300 auf einer rechten Spur. Ich wollte probieren. Ich habe einen Brake-Check mit Absicht gemacht, um zu gucken, ob du reagierst. Ja, natürlich reagiere ich trotzdem. Ja, aber du bist mir hinten drauf gefahren. Mein Auto hat's in die Luft geschleudert. Ich bin aber ausgewichen. Ja. Weißt du, ich denke mir so, oh ja, zieh durch. Ach, Homeland wurde 2020 im 11. September. So war das. Okay. Ich weiß nicht, irgendwas Homeland hat irgendwie so im 11. September zu tun. Deshalb, okay. Verstehe. Von der Nazio. Die gibt's da noch gar nicht so lange. Ich dachte nämlich, die wären schon beteiligt gewesen. Aber dann war das der Grund der Auslöser, warum die geguckt wurden. Und haben dann da... Ach, jetzt verstehe ich. Ja. Na du fettig? Specki, Specki? Genau, Göppli, du fettig. Nee, das ist mein Spruch. Ja, das ist jetzt ein Spacko. Ich darf das, weil er ist in meinem Auto stecken geblieben. Ja, auch noch. Du hast dann so Sportl-Outfit an. Weil der Urus auf einmal den Geist abgegeben hat. Was ist mit dem Urus eigentlich passiert? Wir haben das nicht verstanden. Ja, damit ich behaupten kann, ich würde Sport machen. Weil er guckt. Wir sind ein paar Mal gerammt worden. Und dann Höhe, Juwe, sind auf einmal die Airbags ausgelöst. Oh nein. Und die Karre ist stehen geblieben. Oh nein. Oh nein. Ja, kaputt gefahren halt. In dem Fall. Hattest du dir eine Panzerung drauf gehabt? Ich hab keine Ahnung. Ich vermute, dass du keine Panzerung aufs Auto drauf hattest. Dann passiert das ganz schnell. Wir waren jetzt. Jesse hat durchgefunkt, dass der da war. So war das, glaube ich, ein Jesse-Sanorus. Und deshalb Panzern. Der ist safe gepanzert. 100 Prozent. Beim Kocher ist aber auch so, wenn der die Panzerung drauf hat, nach dem sechsten Pit fängt er das Rauchen an. So ein Kocher, ne? Naja. Ich frag jetzt nochmal, was ist denn mit Ryan? Der war doch SG. Oder nicht? Ich weiß nicht, wo er ist. Er war ja außenstehend eingetragen, oder? Genau. Ja, ja. Und dann hat man nichts mehr von ihm gehört. Und dann hieß es nur noch, ihm ist der Tank ausgegangen. Ich hab ihn nicht mehr erreicht. Wir sind jetzt alle Pidis abgefahren. Wir haben ihn nicht mehr gefunden. Zahltag. Ja, ist halt. Ah, fehlt wer. 16 sagt ihr dem, ne? Ja. Ja, 16 Leute. Da ist alle angesprittet! Wie soll er angesprittet kommen? Alter, ich bin schon müde. Ich kann jetzt erstmal wieder, dass ich, äh, so wenigstens im Mund habe. Er der Phone gepackt. Ey, wer kann sein, dass der jetzt nach Verpop ist? Das sind für jeden! Also, da spät für 16 Leute. Ja. Ich, James Sancho, bin keine Trockenfuttermarke. 320.300 Dollar. Das ist nur Trockenfutter, ah geil! Ich hab nicht zugehört. Ich hab nicht zugehört. Wie viel Geld hatte ich mein Leben noch nicht? 320.000. Ja, ist doch knackig. Wenn du denkst auf 16 Leute verteilt, bitte. Auf 16 Leute. Das ist saumäßig. Wir haben den Gewinn von 5,124814 Millionen. Also schlecht. Und es ist nicht alles weggekommen. Hätten wir alles gehabt, hätten wir das doch wieder bekommen. Wir hatten halt die Mehrheit. Weil zum Beispiel das Kusch hab ich halt nicht verteilt, das hab ich verpennt. Also ich hatte 1300 Kusch dabei. Ja, zum Glück. Ja, das stimmt. Die Kommunikation war echt super. Das möchte ich jetzt gleich nochmal evaluieren, bevor ich das Geld verteile. Ich möchte einmal sagen, dass es echt einfach mega gut funktioniert hat. Also ich glaube, wir hatten alle schon mal den Moment, wo wir gedacht haben, was sind wir für ein Sauhaufen manchmal bei der Kommunikation. Also in der, in der, im Police Department, das war eine 1a akkurate, sehr disziplinierte Kommunikation einfach. Es hat so gut gepasst, zum Beispiel, als Beispiel Mark, hatte er die ganze Zeit die Geisel zur Deckung, dem Pedila, den er da angebaggert hat. Das war so ein fast bester Freund. Wie angepackert. Wie angepackert. Das fände ich ja schön. Er war die ganze Zeit da als Stütz und hat halt mitgeguckt wegen Entscheidungen und so. Ich habe am Ende die Verhandlungen geführt mit den beiden zusammen und darüber noch dabei die ganze Zeit bei uns dreien da, bezüglich der, dass es bei den Leuten funktioniert, ne, vom Funk her, dass ihr euch schön aufteilt, dass es alles funktioniert. Es hat so gut funktioniert, ich will jetzt mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Frage, hat das funktioniert? Aber es gab selten... Was? Hat das funktioniert? Ja, siehst du doch. Nee, ich mache nur gerade einen Spaß, weil du gerade 20 Mal funktioniert hintereinander gesagt hast. Ja, ja, nein. Nee, jetzt mal ernsthaft. Das ist ja ernsthaft. Das sind wirklich lobes Worte. Weil ich glaube, jetzt kommt nochmal für dich, ich will nämlich nicht zu weit aus dem Fenster, aber es war einer der besten Sachen, die so funktioniert haben. Jetzt bist du aus dem Fenster gefallen, ich habe es gesehen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, bevor man wirklich Funk ist, die ich vom allerfeinsten. Ja, es hat... Es hat sehr, sehr gut geklappt, ja. Daniel, du frisst das noch. Also ich muss ja sagen, ich bin das erste Mal jetzt nach meinem Urlaub in Anführungszeichen wieder hier. Also ich weiß, wie es davor war, ne? Also... Ich sag mal so, ich bin positiv überrascht. Wollte auch gerade sagen, also es wurde ja immer angesprochen, Funkdisziplin, ne? Also wenn man mal zum Beispiel, ne? Wenn man das... Wenn man das Beispiel nimmt, wo man versucht haben, Marc aus dem Knast rauszuholen, bevor er eingeliefert wird, war das jetzt definitiv besser. Pff, ich kann mich daran erinnern, ich werde es nicht bewundert. Einmal, einmal bitte von... Von, äh... Allen Dynamik. Nochmal nacheinander. Also ich fang jetzt mal... Lorenzo... Ja, okay, ja? Ja, Lorenzo Leone. Leonidolo. Langsam bitte. Ja, nix. Leonidolo. Ja. Hendrik Dolor. Jan Mendoza. Wir machen da Reihen nach. Hendrik Dolor habe ich jetzt. Und noch nach dir. Ja, was ist Hendrik Dolor? Achso. Nix. Nix. Bin ich jetzt? Wer war denn jetzt? Ist doch egal. Ich brauche einfach alle 16 Leute. Alle 16 Leute brauche ich jetzt. Welchen Namen hast du jetzt als letztes? Lorenzo, Leoni und Hendrik. Wer ist Hendrik? Kendrick. Achso. Kendrick. Kendrick. Glumander. Keine Ahnung, wie du willst. Ja, Glumander. Olivia. Wir? Lukas. 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 Gibt es auch glaube ich nur einen, ne? Wer? Lukas. Können wir das gleich machen? Also erstmal kurz 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 fertig machen. Okay. Okay. Jetzt lief die Familie schon, alter. Ah, was, was? Geht doch einfach nach Planung. Einfach die Namen von der Planung einfach nacheinander verlesen. Oh, super. Ja, Jessie Smith. Dann wäre als nächstes in der Reihe Freddy. Ja. Dario. Jo. Marc. Jo. David. Heinrich. Gibt es aber keinen doppelten, weil dann schreibe ich nur einen Vornamen. Glaube nicht, ne? Daniel. Ja. Marco. Ja. Ivan. Ja. Amelie. Ja. Ja. Jasmin. Reis. Ich glaube ich habe sie richtig geschrieben, ist scheißegal, ja. Zoe. Wie kann man Jasmin falsch schreiben? Ja. Und Ryan. Hat. Dann sind wir aber 17. Ja, Ryan ist außen vorgestunden. Okay, aber da unten auch noch. Ryan war back up, war dann aber in der Verfolgung und ist somit ausgeschieden, weil sein Tank lagging. Ja. Ja, wollen wir das mit berechnen, dann muss ich nochmal neu rechnen. Weil es hieß eben noch 16. Also wie ich vorhin drin war, waren dir 16 mit Ryan. Ja. Das weiß ich, es muss irgendwer dazugekommen sein. Nein, Ryan war dauerhaft. Nein, nein, Ryan war vorhin noch nicht eingetragen. Ryan war gar nicht erst dabei tatsächlich, als er gar nicht durchgezählt habe, meine ich. Ja, ja, Ryan stand vorhin, wo du durchgezählt hast, wo ich auch am Mischro für die gefunkt habe, stand Ryan noch nicht mit drin. Mhm. Aber ich war im Mischro und hab durchgezählt, deshalb wundert es mich gerade nicht. Ja, Ryan war nie eingetragen. Der Ryan ist, bevor wir rein, oder gerade in dem Moment, wo wir reingegangen sind, wohl, nicht verunfallt, aber der Wagen hat aufgegeben. Okay. Sogar schon davor. Also er ist mitzählt oder nicht? Er fragt Ryan, ruf ihn an. Geht ja nicht. Geht nicht, er ist nicht erreichbar. Da muss er nochmal neu berechnen, bitte. Durch 17. Ja, wird er vielleicht im Knast sein. Dann wird er da so 300k, glaub ich, kriegen in dem Dreh, ne? Ja. Ja, danke an die Capri-Sonne, a.k.a. 1.459. Immer noch schmackhaft. Sogar zeigen, die sind immer noch mit Saboru. Wollte ich gerade sagen, du hast die zweite Staatsbank, hast du ungefähr das, noch 100.000 mehr ungefähr. Also was bei mir abgenommen wurde, beziehungsweise bei David dann, eine Million Schwarzgeld und 500 Juwelen. Naja, ich hatte viermal eine Million verteilt und eine Million hatte ich selber. Und ich habe 1.500 Juwelen insgesamt verteilt. Ja, eine Million und 500 Juwelen habe allein ich. Mike York, danke für 3 Euro. Aber nicht durch meinen Fehler, sondern durch die. Und auch einen schönen Restarm von die Passqualle. Bergner, dankeschön. Und dann laden wir halt auf dem Dach drauf. Mike York noch mit 90 Cent. Mike York, Pascal sind noch VIP gewonnen, vielen Dank. Pascal Elzeman mit 20 Euro. Nochmal 20 Euro. Vielen Dank, Pascal Elzeman. Vielen Dank. Zwei miteinander donated. Und Bestman, was geht alles, was meine hat. Vielen Dank. Wo soll das stehen? Den frischen Support. Erst und Tabelle und die da drunter. Genau. Boah, dann werde ich aber später gleich mal schlafen gehen, ne? Weil ich bin echt schon müde. Hey. Ich werde noch ein Script auf Erdung. Die Namen steht, nur die Namen erst mal. Da hau ich mich rein, Leute. Dann hau ich mich echt rein. Aber war heute echt ein geiler Tag. Ich habe Spaß gemacht. Die Beuteaufteilung. Aber weshalb, Leute, lasst auf jeden Fall ein Like. Da lasst ein Abo. Ich würde mich sehr freuen. Ja. Und da seht ihr jetzt nochmal, falls, wenn ich weiß, und viel zufällig, da ist die Namen. Für 301 459 Dollar habe ich jetzt auch nochmal eingeschrieben bei jedem, ne? Ja. Das war dann einfach nur ein Haken. Das Datum ist doch scheißegal. Ja. Ja. Ja, weil es beim Datum drinne steht. Zwischen. Ach, das ist echt schon müde, alter Bruder. Ja. 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 Ja, ja. Das war aber alt. Ja, ja. Dank Ryan. Firmkasse, damit ihr wisst, dass es aus der Firmkasse gezahlt werden soll. Aber den Rest halte ich dann ein. So. Also wer ist jetzt alles da? Ich fange jetzt von oben an. Ist Lorenzo da? Ja. Hier. Gut. Dann machen wir da einen Haken schon mal rein. Dann kommen wir einmal zu mir. Ja. Das können wir uns gleich mal aufstellen. Reihe, so wie es ist im Tablet. Ja. Dann Leo. Dann machen wir auch eine schöne Reihe. So wie wir es gelernt haben. Dann machen wir auch eine schöne Reihe. So wie wir es gelernt haben. Hm? Da wen bin ich denn? Ich bin eigentlich ein Duffer. Ich bin doch eigentlich ein Duffer. Ich bin doch eigentlich ein Duffer. Freddy, oder? Müsste eigentlich. Na ja, wie soll ich mich jetzt einsortieren? Dann darfst du vor... Nee. Wir gehen einfach in die Reihe. Vor David. Also der vor mir steht. Zwei nach vorne, Marc. Dario ist nicht da. Marc. Genau, ja. Tu mal jemanden... Tu mal jemanden überfallen. David. Dann hast du ein Laserschwert zu nahen. Da waren ja auch. Weil da war es auch nicht mal da. Dann komm ich. Warte mal. Warte mal. Oder war Ivan. So, Kendrick. So, meinst du ja? Warte. Ja, so hier. Marco, Ivan, Amelie. Das ist doch scheißegal. Jetzt nochmal. Warte, warte, warte. Okay. Lukas. Hast du auch einen Laserschwert? Ja, du musst den Knochen. Ja, du musst den Knochen. Ja, du musst den Knochen. Steckst den Knochen. Steckst den Derein nach. Der Reiner nach nach vorne geben. Hallo, könnt ihr neben mir ein bisschen weiter sprechen? Ihr seid so verdammt laut. Unglaublich laut, Jungs. Ist ja unglaublich hier. So, das war jetzt Lukas. Schlimm, du. Wie macht denn der das? Ah, Lukas. Du bist jetzt Jesse, ne? Genau, so ist es, ja. Perfekt. Der Boden fang dich halt. Der Boden fang dich halt. Der Boden. Der Boden. Ach, das ist der Boden. Hallo. Wie heißen sie denn? Thomas Unterholz. Sag mal, wer schiebt mir jetzt das hier so zu? Das ist, das ist Brigitte Unterhose. Guck mal. Guck mal. Was ist das? Was ist das? Nein, Brigitte Unterhose. Kann ich bitte das Ding haben? Danke schön. Bitte schön. Danke. Dann machen wir unsere Fahrradtour. Hallo, Brigitte. Endlich wieder Geld auf dem Konto. So schön. Mit Fallschirm. Überfällig. Ja. Das erste Mal wieder Geld auf dem Konto. Ja, ich war minus, wie ich heute aufgewacht bin. Minus 5.000 Dollar auf dem Konto. Jetzt hab ich ganze 400.000. Nice. Bitteschön. Vielen Dankeschön. Hat sich rentiert. Nice. Müsst du eigentlich mal einen Führerschein machen, gerne? Hm. Ich hab sogar Waffenschein. Also nimm dir mal ein Beispiel da dran, ne? Wenn du Bock hast, können wir zusammen da runterfahren. Ich muss meinen Motorradführerschein neu machen. Es war schon mein zweiter, aber ich hab Waffenschein. Ja, ich hab einen Waffenschein. Ja, warte mal. Vielleicht ist ja mal irgendwas. Bitteschön. Das ist der Sound, aber wir spielen den. Maybach ja, nein. Markus nicht mehr da, oder was? Eine letzte Frage. Schlafen verheiratete Holzwürmer eigentlich im Doppel mit Matt? Maybach ja, nein. Oder eher nicht. Fühl dich geherzt und ich freue mich auf den Schnieken-Kalender. Vielen Dank, Mark und Herr Link. Schönes T-Shirt hast du an, weil wir ja auch im Bild. Wie war das jetzt eigentlich mit in den Keller gehen und dem Durchfall? Sehr schön. Passt sehr gut. Was für ein Durchfall? Was für ein Keller? Naja, irgendwie wenn man in den Keller geht und irgendwie da irgendwas macht, da wird doch das Durchfall weg. Achso. Ja, aufs Klo gehen halt im Keller. Glaub ich. Muss ich halt auskacken. Genau, scheinst nicht aus dem Keller. Also jetzt anwesend sind nicht Amelie, Yasmin, Zoe oder Ryan, David. Ja, verstehe auch nicht. Das passt so. Den selber kannst du ja. Dein Teil mit beiden. Na, außer dein Teil, Bruder. Alter, ich bin schon richtig. Wie ist das jetzt eigentlich wegen... Wenn du sagst, dein Teil. Immer noch. Ja, ne. Ich tat alle, die haben ja aus dem Auto hier. Was? Was ist mit Westen? Was ist mit dem Auto hier? Äh, nö, damit sind wir vor den Cops geflüchtet. Das steht jetzt irgendwo in den Hills. Oh, man steht noch am Filmstudio. Könnt man doch unsere Jurea verkaufen? Ja. Naja, das geht darum, ob wir jetzt wieder Weste tragen können und Maybach fahren oder er immer noch nicht. Warum soll es nicht gehen? Naja, weil es hieß ja, wir sollen Weste... Genau. Und ich denke, solange Ryan da auch erstmal nichts Neues sagt, würde ich das auch erstmal so beibehalten. Okay. Weil es war ja die Razzia und da meinte Ryan ja, oder Wolfie, keine Ahnung, ich glaube Ryan, dass sie erstmal so, ich sag jetzt mal, undercover bleiben sollen. Ja, und das ist noch eher alles. Ja, aber einfach nicht mehr so, wie es halt die letzten Wochen war, dass halt, da war halt sehr viel Krawall. Also es war ja teilweise wirklich täglich irgendwo eine Schießerei. Und weil halt viel Stress mit Außenstehenden war, da gab es ja jetzt aber auch Gespräche. Wird er das hinbekommen? Ja, ich kann Ryan gerne nochmal drauf anhauen auf das Thema, aber solange er da jetzt auch bisher nichts Neues sagt, würde ich es tatsächlich erstmal noch so lassen. Ja, weil ich hab halt im Kopf gehabt, dass Ryan gesagt hat, dass irgendwie was Großes geplant ist gegen das PD und das Start. Aber man kann Link einfügen, deshalb. Ja, vielleicht war das, deswegen hab ich auch noch gefragt. Nee, das war nicht das. Nee, das war nicht das. Okay. Kurze Info in die Runde. Die drei Mädels, also Zoe, Jasmin und Amelie sitzen MSG, die haben die Strafe angetreten. Alles klar, wie lange sitzen die? Also 250 Monate oder wie? Genau, ja. Äh, ich glaube ja. Ich weiß nicht, wer, mal so eine Frage in die Runde, wer von euch hat eigentlich versucht einen Mord gekriegt? Gar keiner von uns. Keiner. Also hätten die mich gekriegt, hätte ich den bekommen, ne? Also bei den Koppen auch geknallt. Die Asservatenkammer steht, glaub ich, da drüber. Ja, ja. Und weil du quasi Beihilfe zur Asservatenkammer definitiv betrieben hast, ähm, steht das ganze überm versuchten Mord und damit hätte niemand den bekommen dafür. Ja, ja. Aber weil der irgendwie die ganze Zeit irgendwas von versuchten Mord gelabert hat, der wollte erst mir den reindrücken. 2. 250 Wochen. Hab ich hier nur umgebracht. Marco? Ja. Hast du ein Auto hier? Kannst du mich da mal besuchen fahren oder was? Können wir vielleicht ein Auto mitnehmen? Soll ich auch sagen. Sollen wir nicht die erst... Achso. Das ist meinste. Hallo. Hallo. Leo, fährst du immer mit? Ich wollte eigentlich... Ich fahr jetzt nicht mal, wo ich mein Auto geparkt... Achso, das ist ja hier vorne in der Schrank. Ich kann mir auch starten. Ich kann mir auch starten. Super. Im neuen Anwesen werde ich mir im Parkplatz helfen. Hallo. Hi. Möchtest du dann nach dem Umzug auch einen eigenen Parkplatz? Wie einen eigenen Parkplatz? Ja, so wo... Da steht dann einfach so Parkplatz vorne. Achso, ich dachte dann so, steht auf dem Boden so Freddy. Ja genau, so Freddy steht dann drauf. Seh ich mich, ja. Ich tue dein Bild auf dem Betonboden. Ja, das machen wir. Du machst einfach das übergroße SpongeBob-Bild auf drei Parkplätze breit. Dann weißt du, dass du mir da parkst. Ach, hier tut ich. Okay. Ja, wenn das geht, wär schon ein Bild. Wenn nicht, dann nicht. Ich hab dann so ein Parkschild gedacht, das dann so privat steht. Dann stellt das so der Name dran. Maybe. Das wär schon cool. Wär lustig. Es sind ja keine Führungsparkplätze dann mehr bestimmt, oder? Oder... Ich weiß dann nicht, wie die Location ist. Äh... Ich weiß nicht. Könnte man machen. Wenn das möglich ist, wär ein Hit, ja? Dann Bauherr. So schön weit vorne. So weit vorne, wie es geht, dass wir nicht heute laufen müssen. Aber wir sind faul. Könnte dann einer bei mir vielleicht kurz spotten, wenn das möglich ist. Oh nie, der hat trotzdem geblitzt. Boah. Ich dachte, der blitzt da hinten nicht. Wenn du so weit wegfährst davon. Ja, ich hätt da weiss. Sonst angefahren sind, auch gekauft. Weil die sind ausweichen, weißt. Ich hab also Kontrollen, ist alles gut. Also ich meine, die Ender um 0.33 Uhr oder so. Das fährt sich besser als der andere Haufen Kacki. Ja. Magst du bei dir alles in Ordnung? Ja. Okay. Na ja, du fährst so hochmischig. Ja, ich fahr immer so. Ich weiß nicht, was der meint mit ich fahr komisch. Ich bin ja nachvollziehen. So, ich verabschiede mich dann mal. Ich gehe dort auch schlafen. War ein schöner Abend mit euch. Jawohl, tschüss. Ebenso. Schlaf gut. Ich kann nicht gut nachfunken, gerade weil ich was schreibe. Oh. Die Fahrgleich 300. Ah, nicht ganz. A36 war drauf. Super. Er schafft sie doch. Porsche. Ja, Mann. Ja. Porsche GT3 RS. Uppala. Ja. 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 Wir sind hier. Fredl! Oh! Da fielen gerade Schüsse. Eben Geschossen. ICO für verk succeeding Warum ... Wo fielen da Schüsse? Letzij mal ankekin. Schüsse gefallen im SG. Alles klar. So, müssen Sie selber wissen. Da vorne sind welche. Okay, ich verkauf nicht. Okay, hier fallen noch mehr Schüsse. Schüsse nicht schlecht. 667 ist mir zu wenig. Warum schießen die da? Das MSG hat das Wort geschossen, irgendwie übungstechnisch. Übungstechnisch auf Gefangene geschossen. Naja, man kennt es. Moin. Uppstechnisch auf Gefangene schießen. Hallo. Wie lange sitzt hier? 250 Monate, ne? Genau. Sportlich. Super. Sportlich, sportlich. Ist ja richtig rentiert. Ist ja her von uns, ne? Nicht, dass ich wüsste, ne? Sieht ein bisschen aus wie so ein Pediler. Pediler was? Hä, was? Geht euch aus wie ein Pediler? Nö, hab ich nicht gesagt. Nein, du. M-m. Wie heißen Sie? Ich frage noch. Jan Teller. Ex-AMR. Ah, dein AMR. Irgendwas mit Blaulicht. Hab ich schon direkt gesehen. Oh mein Gott. Das ist deine Haare erkannt, ne? Was geht? Alles, was bei Ihnen hat, ist so zwischen Schül- und Rollstuhlfahrer. Hallo. Was geht ab? Es gibt Rollstuhlfahrer, die haben noch Beine, okay? Was passiert? Eine Ampel war am Weg. Und dann haben wir uns überschlagen. Ey, aber ich sag dir was, ne? Unser, äh. Ich hab doch die Pfirsiche, äh, die Mandarinen verkauft, ne? Ja. Ich hab einfach so viele Mandarinen verkauft, ne? Das sind, äh, 5, 301.000 und ein paar Sack Quätschner pro Person. Da habt ihr aber viele LKWs gefahren, ne? Ja, da war übel krass. Boah, ich hab's voll Bock auf den Atmos-Flips. Hallo Testo. Hallo, Luca. Er hat Muskel-Flips. Hallo, Jasmin. Hallo. Hallo, Freddy. Hallo. Hallo. Hast du Testo gehört? Der steht hier neben mir. Ey, komm, ich muss schlafen. Ey, das ist der, der dasselbe Hempel hat wie ich. Ich werd auch noch was haben, müde. Ja, was ist jetzt mein Mann, mein Freund, ich meint? Du kriegst, wir langsam, Alter. Müsst euch dann nur was abholen aus der Kasse. Ja. Ja. Ah, ah. Da wünsche ich euch was. Macht nicht so lange. Und noch gutes Gelegen im Gefängnis. Ja, danke. Ein Hoch auf die Mandarinen. Ein Hoch auf die Mandarinen. Ein Hoch auf die Mandarinen. Heidi. Auf die Nacht. Tschüss. 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 Oh mein Gott, ich bin so müde, ich geh jetzt schlafen. Alter, ich bin schon seit einer Stunde müde. Ach ja. Wollen wir irgendwo mitnehmen? Aber es war geil. Ich hab ein Auto hier. Ja, war geil. Gehen wir Sandy-Pan? Ja, ich fahr mal nach Sandy. Oh, hier ist dein Auto. Das ist natürlich mein CL 500 hin. Keine Ahnung. Der hat schon leicht mal gefahren. Das geht da an, die man lange in der Kammer hat. Ach nee. Das ist aber... Oh, da ist ja drinnen. Ui, sorry. Das... Oh nee. Das hab ich mich verfahren. Hallo. Entschuldigung, ich hab mich verfahren. Ich dachte, hier geht's. Das haben sie jetzt nicht ernsthaft gemacht, oder? Nee, ich hab... Ich hab woanders... Ich hab... Ich hab nach rechts geguckt, und hab nicht gesehen, dass sie vor mir stehen. Fahren sie weg, ey. Da sind sie so pisst. Saure Trolley. Das ist eine saure Trolley, Alter. Der hat sich gerade persönlich angegriffen gefühlt. Das haben sie jetzt nicht... Als ob du so mit Absicht ihn reinfährst. Als hätte ich das mit Absicht gemacht, hallo. Ja, wirklich. Soll ich denn sowas machen? Soll ich denn mit Absicht dein eigenes Auto mittippen? Ich mach ja meinen Porsche. Ich hab gut, dass der mit Vollbremsung hinten schon mehr drauf gefahren ist. Aber hallo. Das haben sie jetzt aber nicht mit Absicht gemacht. Da haben die Saure Trolleyes wieder zugeschlagen. Alle Damen und Herren. Da waren die Saure Trolleyes aber wieder ganz schön am Start. Halt dich fest. Geht's dir gut, hallo? Bist du doch da? Ich dachte, ich hätt's rausgeschleudert aus dem Auto. Alter, Alter. Nee. War einfach so ganz leid. Ah, da 4.000 Mücken. Hast du jetzt genug. Ich hab'n Werkzeugkasten. Den werd' ich jetzt einsetzen. Ja, ich hab'n verpilliger, ja. Ja. Raus aus dem Auto, bitte. Ein Werkzeugkarsten. Einen Werkzeugarschen. Ich werd' das extra provokant hier machen. Ist nur die Lichtung, glaub' ich. Ich zähl' noch keine 4.000 Mücken. Einmal links, einmal rechts, einmal links, einmal rechts, einmal links, rechts, links, rechts, links, rechts. Freddy, du musst schon zugucken, wie ich das hier repariere. Ich mach' das. Ich guck dir sowas von zu. Es sieht echt gut aus. Es sieht richtig gut, dass ich das mach, ne? War das schon seit Jahren so. Seitdem funktioniert das echt toll. So ist fertig. Ich kann sie nicht einparken. Oh, jetzt aber. Sorry. Ähm. Hast du halt auf mich geschossen, Alter? Nein, hab ich nicht. Ich hab nur irgendwo hingeschossen, weil ich das mal probieren wollte. Weil ich heute nicht einmal geschossen hab. Alter, ich hab'n Schalldämpfer bei mir drauf. Ich hab'n... Ach, die Maschine mal zwischen die Banken. Nein, nein, hallo. Nein. Was brauchen wir doch mal. Ja, warte, hier unten drin vielleicht. Warte. Wie soll ich denn da unter dem Sportland ziehen? Jetzt probier'n mal, mein Bein zu ziehen. Jetzt zu mir drehen. Das... Du tust mir sicher weh, ich kenn' das. Nein, 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 nein. Warte, ich schieße dir unter den Armen durch, okay? Okay. Oh, übel. Ey, ich hab mir hier mal was zauere gemacht. Ja, komm. Ist da ein Automat? Wer hat mich denn schon mal fast nach... Der war nicht ausm... Oh, nee, hm. Ja, Schmausspuren. Ach, ja, stimmt. Wer hat mir schon mal fast die Börde weggeschossen, wo ich ausm Danau rausgekomme? Nicht ich? Ja, ja. Warum was passiert? Das ist halt wirklich knapp. Ich bin auf Easter Bay mit 2.42 gefahren. Ich hab' gesagt, man fährt wahrscheinlich weg. Oh, die Gulagun. Oh, die Gulagun. Habubs Mutter, ne? Schäte an... Äh, durchhüllt ne Andern das und ruft. Sponcho, muss hier doch irgendwo sein. Ja, ja. Pff. Habubs Mutter hat mir eine Facebook-Freundschaftsanfrage gegeben. Ich hab' abgelehnt. Also ist mein PC abgestützt, ja? Ja, ja, weh, weh, weh. Äh, jetzt ist er wieder da. Ähm. Habubs Mutter, ihre Autos haben Dehnungsstreifen. Ja, ich weiß nicht. So, du hast euch schon gebracht. Ach, scheiße. Immer der E-Fall. Okay. Habubs Mutter ist... Äh, wo sind die, Alter? Habubs Mutter ist so fett, die bleibt in der McDonalds-Rutsche stecken. Du fette Sau, du. Du bist so alt, Bruder. Du bist so alt. Oh, Mann. So, in der McDonalds-Rutsche stecken bleiben, Alter. Habubs Mutter schminkt sich mit dem Filzstück. Ja, warst er eigentlich auch. Ja, die Mädels sind noch mal. Habubs Mutter wäscht sich mit Butter. Ich bin in der Laubgebläse. Oh, mein Gott. Habubs Mutter fünft sich mit dem Laubgebläse. Ja, gut. Okay. Schlaf schön. Ich schlaf auch schön. Ich finde, by the way, diese Wand hier ist sehr schön. Die ist echt super. So, Leute. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Ich wünsche ihm fast eine wunderschöne gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Bis in drei Monaten. So dumm. Drei Monate. Also ein Monat, der sich anfühlt wie drei Monate. So, Leute. Dann war es das für heute. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Heute mal wieder ein etwas längeres Stream. Seit langer Zeit mal wieder. Fast sechs Stunden, Alter. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine wunderschöne gute Nacht. Macht's gut. Wir sehen uns jetzt wahrscheinlich übermorgen. Oder würde ich sagen. Haut rein. Ich verabschiede mich. Wuppet gerne in meinem Shop vorbei. Ihr wisst Bescheid. Die Adventskalender Sun zum Vorbestellen. Das würde mich sehr freuen. Und ja. Wir hauen rein. Ihr haut rein. Wir alle hauen rein. Und ich wünsche euch was Gutes. Macht's gut. Danke fürs Moderieren natürlich heute bei der Mods. Ich sehe gerade Martin Berger ist am Start. Da kommen die Gamer LPs noch am Start. Geh nochmal lieber raus. Oh ja. Ich bin jetzt echt schon so müde, Alter. Ich merke das schon. Hab nicht lange geschlafen heute. Also. Macht's gut. Ich verabschiede mich. Ein Wuschel. Tschüssikowski.